Musik So, Conor Braun noch kurz, deswegen wunderschönen guten Abend an alle, schön dass ihr da seid Wir wollen gleich direkt loslegen mit Devil in Me Ich hab Bock Aber ist gut Und dann, jetzt soll der längste Teil sein, ne? Ja Weißt du, wie lang der letzte ging? Haben wir 5 Stunden gebraucht etwa? Haben wir in 2 Tagen gespielt? Wir haben in 2 Tagen gespielt, ich weiß aber nicht warum Also, Dark Pictures, House of Ashes War das das letzte? Ja, House of Ashes war das letzte War 4 Stunden 30 Okay Man of Medan Was war das zweite? Oder nicht das erste? Nein, Man of Medan war das erste 1 Stunde 39 kann ich sein, oder? Doch, muss Ne, 1 Stunde Außer, ne, 1 Stunde 39 und 1 Stunde 9,3, also 3 Stunden Ja, das hab ich in 2 gemacht und Little Hope war 4 Also, 3, 4 und 5 Stunden, dann geht das jetzt 6 und dann ist gut So, okay Dann gucken wir uns nochmal das Intro an Bist du bereit? Also, vielleicht Ich bin ready, ja Wir versuchen's Dark Pictures Devil in Me Ich starte immer oben, ne? Also, da hatten wir Wir hatten immer, glaube ich, gemacht, dass ich Charakter 1 war und 2 Charakter 2 Ja, 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 ja Wir haben nie gewechselt, ne? Ne, 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 ne Also, ja, haben wir nicht Ne, ne, wir haben nie die andere Genau Das heißt, wir haben wieder mal Achso, hier habe ich bereit Zuschauer vielleicht auch interessant Ihr seht bei mir Wenn ihr alle Videos geguckt habt Seht ihr bei mir immer die linke Seite Und bei Connor würdet ihr immer die rechte Seite sehen, sozusagen So, das hat auch noch immer funktioniert, oder? Ne, jetzt nach Der Ladebalken war gecrashed Oder ging unendlich lang Oder Also, jetzt Ich muss jetzt X drücken Ja, genau Hier ging es nicht weiter Genau Und jetzt war Crash Weil Asynchron und so weiter Ich habe ein Intro Ja, ich auch Oh, es geht Funktioniert Das spart uns schon mal eine Stunde 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 Das sieht nicht ganz so gesund aus Kommt auch auf YouTube Man kann bestimmt meilenweit von oben sehen Das sollte unsere oberste Priorität sein Was immer dich glücklich macht Du machst mich glücklich Willst du etwa sagen, dass du mich nach einem ganzen Tag ehe immer noch nicht satt hast? Ich werde dich nie satt haben Ich werde dich dran erinnern, Liebling Spürst du Deutsch oder Englisch? Ne, Deutsch Ich habe auch immer wieder Deutsch gehört Aber es muss sein Ich glaube, wir sind da Das ist wichtig Ist das nicht grandios? Wie angepriesen Sehr schön Ein 18.19 1893 Oder so, ne? Auf jeden Fall 18 Ich habe tatsächlich die letzten zwei gar nicht drauf geachtet Sind wir die einzigen hier? Es gab diesen Morgen bestimmt einen großen Ansturm auf die Ausstellung Einzigen können doch nicht sein Da hinten sind Briefe in diesem Postfach drin Bing, bing Das Thema ist so cool von dem Spiel Das ist so krass Also ich, äh Wenn wir kurz während Ich habe ja Untertitel Hast du Untertitel an? Ja Ah, ja, perfekt Ähm Ich, ich, äh Das Setting Ende Also ich finde Little Hope war das Beste Und ich fand Das Letzte mochte ich am wenigsten Das hier, glaube ich Könnte meine Nummer 1 werden Äh, warte Äh Ja, wir sind noch optimistisch Die Ausstellung wird uns Wundersames zeigen Das uns bevorsteht Ich kann auch gleich noch lauter stellen Chat Aber die einzige Zukunft, die mich interessiert Aber erst nach der Katze Das unsere Wenn du solche Sachen sagst Will ich dich gleich nochmal heiraten Du streamst grad auch, ne? Ja Das heißt bei Kundran Sofa Gaming Sofa-Unterstrich-Unterstrich-Gaming Genau, ja, genau Da könnte die andere Hälfte auch sehen Wenn sie langsam sind Bedeutet das nur Dass sie alles perfekt machen wollen Meine Marie Findet immer den Silberstreif Ich bitte um Entschuldigung Für das Erschrecken Und für das Warten Meine Aufmerksamkeit wurde Anderswo benötigt In Season 2 möchte ich auch eine Sprecherrolle Ab diesem Moment verspreche ich Ihnen nur noch Silberstreife Willkommen Im World's Fair Hotel Bitte Unterschreiben Ist das nicht einfach nur das Gästebuch? Ich sage eine Vermutung und sage Sie sind wegen der Ausstellung Keine Ahnung, wie das damals war Die Ausstellung, ja Aber nicht nur deswegen Heute ist ein ganz besonderer Tag für uns Ja, das ist ein echter Kugelschreiber Äh, Füller, den ich hier habe Ich kann mehr nicht machen Vielleicht mag meine Frau Mrs. Whitman Ja unterschreiben Ja Heute beginnen unsere Flitterwochen Glückwunsch Da scheint mir ein Upgrade angebracht zu sein Ich hatte danach auf Füller korrigiert Chat Vielleicht kam es nicht an Oh, äh Ist die denn viel teurer? Ja Keine Sorge Sie kostet genau das gleiche Ein Geschenk des Hauses Sie sind unsere ersten frisch Vermählten Und die letzten Wie großzügig Vielen Dank, Mr. Holmes Henry Howard Holmes Sie haben ein Reiter Triple H Ich habe den Großteil selbst entworfen und gebaut Dann sind Sie Architekt? Architekt? Kreativer? Bauherr? Doktor? Künstler? Ich habe so einige Interessen Beeindruckend Bitte sehen Sie sich doch um Toilettenartikel und Geschenke gibt es am Apothekenschalter Ich bringe Ihr Gepäck auf Ihr Zimmer und sehe nach, ob alles in Ordnung ist Schreiben Sie einfach auf, wenn wir etwas kaufen möchten Und wir setzen es auf Ihre Rechnung Also bei ihm sieht das böse aus So dieses Unterschweigböse Weil die anderen die grinsen, weil sie grinsen müssen Vielen Dank, Mr. Holmes Das ist sehr freundlich Es ist mir ein Vergnügen Weißt du, das sind eigentlich alle Charaktere motion captured? Oder nur eigentlich der Hauptcharakter? Ich glaube, hier sind das immer alle Deswegen wirkt es, glaube ich, manchmal so komisch Das war ja bei Wie hießen das andere? Nicht das Dark Pictures Sondern das mit dem Camp Das war ja auch alles Motion Capture Aber dadurch sah es so komisch aus Aber ich mag das Man erkennt direkt, was es ist Ich nehme das hier Okay Ach du Scheiße Ich hätte auch was anderes nehmen Ja, ich auch Oh, Entschuldigung, Miss Vorsicht Mein Mann wird schnell sehr unwirsch bei Anzüglichkeiten Das muss ja ein ganz schlimmer sein Wie läuft denn die Ehe? Wunderbar Danke der Nachfrage Gehen wir doch einfach hoch Das Zimmer ist bestimmt fertig Siehst du irgendwas Schönes da drüben beim Schmuck? Etwas Schickes? Konntest du etwas nehmen, was für dich war oder für mich? Ich glaube, ja Wie hast du dich entschieden? Ich glaube, ich habe das für dich Ich muss Also, ich habe gar nicht so richtig Ihr habt es in die Hand genommen Du guckst mir an Dann wollte ich es Habe ich einfach eher zwei losgelassen Und dann Hatte ich das Was wohl hier drin ist? Langsam glaube ich Ich habe ein Adrenalin-Junkie geheiratet Riesenräder Verbotene Zimmer Suchen wir nach Nervenkitzel? Einfach aufgemacht oder was? Yo Nur ein unfertiges Zimmer Siehst du, das hast du vom Nervenkitzel suchen? Wenn du versuchst, dich vor dem Riesenrad zu drücken Ich kann dir nichts abschlagen Warte Was ist das? Eine Puppe Die Tür ist doch offen Oh, okay Okay Mm-hmm Mm-hmm Ich wette das ist wieder Bait. Hätte der uns hier erwischt, hätte er uns was erklärt. So weiß er, oh was, ach dieses Zimmer und dann hätte er das Ding weggezogen und so. Wahrscheinlich, ja. Er lässt aber auch einfach die Tür offen. Vielleicht ist er auch gar nicht der, also wir denken ja, dass er der Böse ist, oder? So auf Anhieb. Es gibt ja keinen Bösen. Ja, der sieht schon böse aus, aber ich glaube das ist Bait. Ich frag mich, ob er im Englischen genauso spricht, wie er im Deutschen spricht oder ob das selber dazu geschuldet ist. Ich mag solche, diese Fensterdinge, das hat ja einen Namen, diesen rausstehenden Balkon in Anführungszeichen. Diese ausstehende Fensterfront. Genießen wir Ihren Aufenthalt. Wenn Sie mich entschuldigen. Ja, hat einen Namen. Ähm. Wartet auf mich. RK. Ja. Wir sehen uns ganz sicher bald wieder. Danke, Chad. Meine Güte, das würde ja einem König zur Ehre gereichen. Oder meiner Königin. Du Charmeur. Küss das. Wie überaus unschicklich von dir. Hey! Ah! Volltreffer! Du hast es so gewollt. Ja, das war ja nix. Cool, Mann. Wenn du klug bist. Ha! Nicht getroffen. Erst mit den Straßenschuhen aufs Bett. Vor allem das Zimmer hat aber per se gar nicht viel, ne? Also, wir haben ja... Es ist... Es ist... Wie... Wie hätte das normale Zimmer ausgesehen? Gewonnen! Du Schummler! Wahrscheinlich einfach kleiner. Ich möchte dir etwas zeigen. Ich hab dir was mitgemacht, Kunran. Die habe ich von unten. War ein richtiges Schnäppchen. Die ist... echt hübsch. Steht sie mir denn? Mhm. Wirklich hübsch. Du wirst sehr attraktiv damit aussehen. Mit ner Uhr. Sie steht dir gut? Na komm, ab ins Bad mit dir. Ich geh mich dann schnell rasieren. Na gut. Ich dachte halt... Also, ich hab wieder nützlich gedacht. Ich dachte halt, ne Uhr könnte mehr helfen als ne Kette. Ja, wobei... Ja? Ja, das war... Mit so ner Kette kannst du jemanden erdrosseln? Ja, man hat es ja nicht viel Zeit gehabt. Auf Anhieb war für mich so... Kette war nützlicher. Also, ich hatte beides nicht nützlich jetzt so. Zumindest vom ersten Blick aus. Ich weiß auch gar nicht, was es war. Okay. 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 Wie wär's, wenn du dich rasierst, während ich kurz bade? Danach können wir uns arrangieren. Das klingt sehr französisch. Und auch ganz schön verboten. Pfff. Rasieren. Ich glaub, ich hab mein Rasierzeug vergessen. Unten haben sie bestimmt welches. Trödel nicht zu lange im Bad. Pfff. Keine Sorge. Ja. Ich würde einmal Pause drücken kurz. Ja. Nur für die Einstellung. Ich mach den Sound ein bisschen lauter. Zehn lauter da, fünf lauter da, zwei weniger da und schon müsste es passen. Ich bin wieder ready. Ja. Wir machen das wie immer. Wir erzählen uns, solange die Charaktere sich nicht sehen, erzählen wir nichts, oder? Nee, nee, nee. Nee, nee, müssen wir nicht. Achso, was ich dir sagen kann, was anders ist als in anderen Teilen. In dieser Art. Äh, du hast mehr Explore-Möglichkeiten als vorher. Ich hätte schwören können, dass das der Weg nach oben ist. Und das soll wohl auch einen Unterschied machen. Also... Okay. In den alten Teilen war es nicht relevant, sich wirklich umzugucken, außer für Easter Eggs. Oder für irgendwelche Bilder, oder... Was? Aber hier soll das... Gut, dass ich auf Zack war. Oh mein Gott. Ich muss so nichts machen. Ich weiß nur gerade nicht, ob ich was... Gesehen habe, oder nicht. Wir holen die Taschen... Und... Und... Und gehen einfach. Habe ich mich jetzt echt vertan? War das nicht hier? Äh... Das war niemals da. Ich hätte aufpassen müssen, wo du bist. Was? Kudor! Mhm. Was? Verdammt! Marie! 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 Es kommt! Toll! Kudorat! Tja! 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 Hohohohoho! Das schlimmste! Ach so! Ich dachte, die Decke kommt runter. Ich glaube auch nicht so viel besser. Sie sehen das jetzt auch gerade! Du bist tot, ne? Wir waren die beiden typischen Horrorfilme-Startcharaktere, ne? Sagen wir es mal so, ich war gerade kurz zumindest wieder bei ihr. Sie verschwenden ihre letzte Chance, um zu sagen, dass sie ihn lieben. Marie! 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 Wie oft hat sich eigentlich der Kurs aktualisiert in der Zeit? Wahrscheinlich hätte ich die... Ich weiß nicht, was du noch hättest auswählen können. Hätte ich die Kette genommen, hätte ich dir die wahrscheinlich noch gezeigt und statt die Taschenuhr. So, deswegen erst mal wahrscheinlich anders, weil mehr Optionen hatten wir ja nicht. Ein Platz für alles. Und ich weiß ja nicht, was du ausgewählt hast. Ich weiß auch gar nicht, ich konnte irgendwas fürs Bad auswählen. Wow, sieh dir das an. Also wir waren diese typischen Horrorfilme-Anfangscharaktere. Und das basiert ja auf einer echten Geschichte, ne? Dieses Hotel, also auch die Person. Also er. Willkommen im World's Fair Hotel. Aber das ist so eine Reihe, die gibt's... Also solche Art von Spielen gibt's nicht viele. Ja. Oh. Sie sind da. Haben Sie lange gewartet? Willkommen in meiner Schatzkammer. Sie ist voller Geschichten. Jede dunkel, unheimlich erschreckend. Bei ihm merkt man auch, dass die deutsche Synchro funktioniert, weil er da wahrscheinlich richtig Bock drauf hat oder halt auch die Emotionen kennt. Es tut gut, Gesellschaft zu haben. Kann viele Reaktionen hervorrufen. Er kann viele Reaktionen hervorrufen. Entzücken, Inspiration, Begehren, ja. Aber auch Zweifel, Angst, Schrecken. Ihre Reaktionen. Ihre Reaktionen und ihre Entscheidungen beeinflussen die Geschichte. Verborgen in der Welt werden sie Bilder finden. Diese geben Hinweise auf mögliche Folgen ihrer Entscheidungen. Und manchmal haben scheinbar unwichtige Entscheidungen die gravierendsten Folgen. Folgen, die sie alle zu spüren bekommen. Ich habe das letzte Dark Pictures echt aus vielen Sichten gesehen, muss ich sagen. Ich habe zwar immer ein bisschen geskippt, aber ich habe echt bei vielen Leuten reingeguckt. Ich glaube, ich hatte nur bei Julien Kippie nochmal reingeguckt. Ich auch bei Trilux und Röder. Und die hatten es auch gespielt. Man nannte sie Obolus. Ich glaube, ja. Und deswegen wahrscheinlich umgucken. Aber das wäre ja wieder nur für extra Content, weißt du? So Szenen oder Bilder oder so. Ich dachte zum Beispiel, wenn ich mich jetzt besser umgeguckt hätte. Ich glaube, die beiden Chars wären ja eh gestorben. Das war eine Tutorial-Charaktere. Aber ich hätte echt viele Räume durchgucken können. Ich bin Entschuldungsjournalistin und möchte etwas bewirken. Vielleicht haben Sie kürzlich mein Interview bei Chicago AM gesehen. Und ja, es ist echt hart, wenn bloße Ehrlichkeit einem den Ruf als Zicke einbringt. Das bin ich nicht. Okay, ich habe meine Probleme. So wie jeder andere. Ich arbeite daran. Hey, ich bin Marc. Ich habe an der UCLA Fotografie studiert. Das war super. Ich möchte wieder mit der Fotografie anfangen. Aber ja, es ist ein Job. Ich war lange Keygrip und beleuchte an. Ich löse Probleme und beleuchte. So jemanden trifft man nicht oft. Mann, wie fängt man da an? Ich habe es satt, allein zu sein. Sorry, fängt man mit Referenzen an oder persönlichen Infos? Weil ich meine, hat da jemand Zugriff drauf? Wegen der Privatsphäre und so. Äh, ja, Charlie Lonnet. Bin aus England. Ich bin seit 20 Jahren hier. Die letzte Serie lief so gut, es war... Hallo an alle. Genießt einfach die Show. Schön, dass ihr da seid. Sehr schön konzipiert und ähm... Hat aber ähm... Nicht so eingeschlagen, wie ich hoffte. Ich wollte mal das rufen. Total Katastrophe, wenn ich ehrlich bin. Ich denke, wir haben genug gehört. Genug? Oh, ich fange gerade erst an. Sie verstehen nicht. In meiner Seele wohnt der Teufel. Ich konnte nichts dafür, dass ich ein Mörder bin, genauso wenig wie ein Dichter etwas für seine Inspiration kann. Begaben Sie mich, euer Ehren. Füllen Sie meine Holzkiste mit Zement. Begraben Sie mich tiefer als alle anderen und bedecken Sie den Boden mit mehr Zement. Denn glauben Sie mir, der Tod allein wird mich nicht davon abhalten, wiederzumorden. Am 7. Mai 1896 wurde Herman Mudgett, alias Henry H. Holmes, dem Strick zugeführt. Sein Genick wurde durch die Wucht des Hängens nicht gebrochen. Aufzeichnungen zufolge hing er über 15 Minuten und erstickte langsam, bis das Monster endlich tot war. Amerikas erster Serienmörder gestand 27 Morde. Doch als die Ermittler die Spuren sichteten, die er hinterließ, und seinem Weg von Stadt zu Stadt folgten, wuchs die Zahl erheblich. Nahezu 200 Morde. Amerikas erster Serienmörder und vermutlich der schlimmste. Er wurde wie gefordert unter Zement begraben. Wollte er sich vor Gottes Urteil verstecken? Oder wollte er etwa wirklich den Teufel davon abhalten, wieder zu morden? Nach einer kurzen Werbung. Was meint ihr? Ganz ehrlich, Charlie. Das ist ein Haufen... Merkt ihr das? Lornet Entertainment. Charles Lornet, bitte. Bin dran. Einfach Charlie. Mein Name ist Grantham Dumette. Das kann ich für Sie tun, Mr. Dumette. Die Frage ist, was kann ich für Sie tun? Hören Sie. Das hat er ein Ladebein. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Mr. Dumette. Das hört sich alles toll an, aber... Aber... Ich warte nur auf den Haken. Nichts für ungut. Schon in Ordnung. Ich bin privilegiert. Ich brauche nicht viel. Aber meine Zeit ist knapp bemessen. Es muss heute sein. Ich schicke einen Wagen heute Nachmittag, 4 Uhr. Bis dann. Heute Nachmittag? Wir reden hier von ein paar Drehtagen. Mein Team geht davon aus, dass Sie dieses Wochenende frei haben. Und Sie sind ziemlich aufrausend. Ohne Sie wird sich das erledigen. Wir... Wir... Kann ich nun mit Ihnen rechnen? Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Soll ich das Auto schicken oder nicht? Ja. Sehr gerne. Sind dabei. Ich regel das. Ich hoffe, bei unserer Gruppe ist auch wer beide sympathisch. Sonst ist das immer blöd. Müsst ihr die Match? Sie? Der... Gut. Laden wir ein, Leute. Ich mach schon. Geht schon. Sorry. Wir haben nämlich alle keinen Bock auf Ihren Job. Ich meine, dass dieses Ringlicht für schöne Porträt ist. Wir können es zurücklassen, wenn ich... Abenteuer. Spannung, Leute. Abenteuer. Spannung. Dabei? Ausflug. Yay. Juhu. Hurra. Das wird super. Erfahren wir, wo wir überhaupt hinfahren? Magst du keine Überraschung? Weißt du, woran mich das erinnert? Sag's nicht. Topeka. Ganz genau. Ich, absolut pleite, mit einem kaputten Handy, verloren im gottverdammten Topeka. War nicht meine Schuld. Das war komplett deine Schuld. Weil du immer dein Hirn ausschaltest. Also, schieß los, Charlie. Was wissen wir über diesen Kerl? Er ist reich. Er lebt zurückgezogen. Ist von H.H. Holmes besessen. Total zurechnungsfähig. Wir fahren zu einem Anwesen, das er von einem Verwandten geerbt hat. Der war von Holmes besessen. Einige Zimmer sind vollständige Nachbildungen der Mörderburg. Die Mörder hat Blaupausen, Dokumente, Artefakte. Als ich sagte, das rettet die Show, meinte ich das verdammt ernst. Und das alles hast du überprüft? Hey, vertrau mir einfach. Verzeihen Sie die Heimlichtuerei. Bevor wir weitermachen, muss ich Sie bitten, aus Sicherheitsgründen Ihre Handys wegzuschließen. Es mag seltsam klingen, dass ich Sie einlade, die Sammlung in meinem Haus zu filmen. Ich kann nichts erlauben, dass Informationen teilen könnte, die mein Geschäft beeinflussen. Gehört das zum Plan, wussten wir davon? Oder mein Lebensstil. Es gibt Regeln. Material, das Sie verwenden möchten, muss von mir genehmigt werden. Ich verlange Privatsphäre und Diskretion. Ich bestehe darauf. Seine Hütte, seine Regeln. Was er uns anbietet, ist es wert. Da könnt ihr auch Geld dafür verlangen. Wenn das alles ist, machen wir das. Na schön. Für die Show. Das wird genial. Ihr werdet noch sehen. Hast doch in Topeka gesagt. Also da haben wir unsere Protagonisten für das Mörderhaus. Warum wurde er so auf den Stacheldraht gesucht? Wenn er so reich ist, warum hat er dann keine Bediensteten? Hilft der Typ da? Nee, im Ernst. Ich mach das schon. Danke, Bro. Nur kein Stress. Klebsspann. Es fängt eigentlich jetzt erst an. Also alle, die gerade dazugekommen sind, das ist... Das ist eigentlich der Anfang. Nur eine kurze Erklärung, wer diese Massenwadermann. Ich möchte ein paar Aufnahmen vom See und der Landschaft machen. Nicht mit dem ganzen Nebel. Da, von oben haben wir bessere Sicht. Das ist ziemlich weit... Oben. Wird aber super aussehen. Und wir können über dem Nebel filmen. Charlie, du hustest dir unterwegs einen halben Lungenflügel raus. Ich bin fit wie ein Turnschuh. Mark, das ist verrückt. Wird schon. Gehen wir, Charlie. Seid vorsichtig. War schön, euch zu kennen. Ich setze alles auf Mark in der Gruppe. Mark, wir müssen das regeln. Ich bin Charlie, oh nein. Ja, ich bin... So, jetzt gucken wir uns doch erstmal hier. Wenn du schon sagst, wir müssen uns eigentlich umgucken. Ja, also wahrscheinlich halt im Haus, um bestimmte Sachen zu finden. Also ich denke, weil wir wissen ja noch nicht... Also wir suchen ja noch nicht nach etwas, weil wir nicht wissen, dass es böse ist. Weißt du, was ich meine? Noch sind wir ja mit der Intention hier, dass hier alles cool ist. Wobei es immer schon mal kompliziert ist, jemandem zu vertrauen, der Massenmörder... ...ver... ...ähm... ...Mark. Das dauert zu lange. Der Mark ist im Chat, grüße. Nein! Wolltest du da wirklich ran? Nein, ich wollte ihn fotografieren. Ach so. Ich wusste nicht, dass du das kannst. Ja. Kannst du hier runter fotografieren oder so? Weil ich kann anscheinend nichts... Mann, ist das schlau, als soll man ja auch meilenweit hören können. Ja, theoretisch weiß ich das, aber... Aber hier ist... Also ich könnte, glaube ich, überall fotografieren, ja? Oh, so viel zu Plan A. Machen ein paar Aufnahmen von der Spitze des Leuchtturms. Na los. Alles für die Aufnahme, ne? Sieht gar nicht so schlimm aus. Diese Kletten sind anfällig für Erosion und können ohne Vorwarnung ins tiefe Wasser spürzen, ne? Also vielleicht gleich ready sein. Wenn wir hier lang gehen. Das seh' ich anders. Oh, warte mal. Ach so, das konntest du wahrscheinlich lesen einfach eben, oder? Ja. Deswegen funkelt das da so. Ich vertraue jetzt mal, dass ich das nicht auch unbedingt lesen muss. Hey Mark, ich wollte mich nur für die Unterstützung bedanken. Sieht schön aus. Fürs Filmen, oder was? Nein, für den ganzen Trip. Wie du weißt, sind manche Crewmitglieder immer mal wieder... Ja. Hier konnte man... Übrigens, das hier ist... Fass. Man konnte rechts und links laufen. Genau, warum? Ich dachte die... Ich wollte auf dem Rückweg aufpassen. Kannst du da unten fotografieren? Da unten im Nebel ist was. Im Nebel? Wenn ich da hingucke, wo ich jetzt stehe. Warte, dann gehe ich mal da hin, wo du stehst. Ich seh da so ne kleine Insel mit einer Laterne. Ja, ich weiß, was du meinst. Und hier ist... Achtung, entweder sterbe ich jetzt direkt, oder ich muss ausweichen. Aber das ist wirklich nur... Also nach rechts gehe ich nicht. Okay, ganz ehrlich, ich hatte gehofft, wenn ich hier so weit weg von... Ja, dann müssen wir sowieso gleich hier oben lang. Vielleicht eine Auszeit hätte und etwas entspannen könnte. Auszeit? Wozu soll das wohl sein? Im Gedenken an die Opfer des großen Sturms vom 1. Mai, der 187 Leben auslöschte, die Crew und Passagiere der SS Kassiopaya, die zu Fuß dieser Klippe in den Felsen ruhe. Mist, ich glaube, hättest du diesen Vogel am Anfang fotografiert, wäre das was Gutes gewesen. Also, oder, Moment, wolltest du das manuell machen? Ich wollte es manuell machen. Okay. Das wollte ich manuell machen. Ich dachte, das war so ein Highlight-Ding. Nein, 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 nein. Dann, glaube ich, ist das nicht so wild, aber... Ich hatte nur kurz vorher gesehen, dass man das machen kann. Also, dass ich fotografieren kann. Und dann dachte ich mir auch, könnte man eigentlich mal... Eigentlich mal machen. Kannst du dir das einfach mal so locker machen? Ja! Und komm, komm, dann. Wir machen hier die Tür auf. Wir gehen nicht rechts durch das große Loch, was auch für uns reichen würde. Ich glaube, wir müssen rechts. Nicht hängen bleiben. Äh, Licht. Hey, wenn wir fertig sind, hätte ich gerne ein paar Wochen Freifamilie besucht. Ich brauch dich im Schnitt. Ich schätze dein scharfes Auge sehr, weißt du? Bei mir ist im Moment eine Menge los, Charlie. Oh, ja, natürlich, sicher. Also, ich weiß ja nicht, ob... Also, wir sind erst mal hier angekommen und waren noch nicht mal an dem Haus. Und klettern hier. Wir hätten ja auch den Dude fragen können, ob es einen Weg hierhin gibt. Normal. Keine Mrs. Lonnet, die du irgendwo im Schrank versteckt hast. Hier mit dem Job. Mit dem Job verheiratet. Niemals würde man das machen. Ist das schon durchgegangen eigentlich? Im Vergleich zu echten Ihnen wahrscheinlich ziemlich gut. Ich bin durch die Höhle durch, ja. Mit dem Job verheiratet. Na, komm, ich bin hier schon über diesen Balken balanciert mit meinen 60 Jahren. Ja, kein Problem. Man macht ja alles für ein gutes Bild, ne? Du, da fehlt dich jetzt. What the fuck? Was denn? Ja. Du stehst auf dem Balken und dann war die Kamera weg. Die sind ja echt verrückt, die Leute. Wir lernen aber schon alles, was passieren könnte. Und es geht nicht darum, glaube ich, dass wir weiter in der Wildnis sein werden. Sondern das sind alles Dinge, die wir in dem Haus brauchen werden. Und deswegen gibt es auch so 50 Optionen gerade. Balancieren, Licht, Ringen, Sprinten. Wahrscheinlich werde ich auch irgendwas mit den Fotos machen können. Guck mal, da ist ein Rahmen wieder. Alter, hab ich mich verjagt. Herrliche Scheiße. Ich hab nichts gesagt. Ich hatte denselben Schatz. Ich hab auch gesagt, da ist ein Vogel. Und ich wollte extra nichts mehr machen, damit ich sagen kann, geh du vor, damit du fotografieren kannst. Und dann kam der Schatz. Ja. Ich dachte, ich könnte jetzt einen Vogel fotografieren. Nein. Kannst du die Kamera loslassen? Ist das eine Anzahl? Hab ich die in der Hand? Ja. Ich glaube, du wirst dir das ganze Spiel immer jetzt in der Hand haben, weil du die in die Hand genommen hast, als du auf diesen Baumstamm gegangen bist. Du hast mich gerade mit der Kamera, also du hast mich nicht hochgezogen. Ich musste selber hochklettern. Warte mal, was passiert, wenn ich... Warte mal, was passiert, wenn ich... Ja, 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 so ist es gut. Glaubst du? Jetzt hast du sie wieder. Ja, das ist genau umgekehrt dann, leider. Ja, genau. Du musst gleich, äh, interagier gleich mal wieder mit der Kamera. Ja, ich hab, also ich hatte sie eben in der Hand deswegen und dann nehm ich sie bei dir weg. Ist okay, ja, ja. Macht ja noch keinen Unterschied. Ist ja, also du hast mich auch hochgezogen, ohne dass es möglich war. Wir sollten, glaube ich, erst nach links. Hier ist er nicht offen. Ich will nur, dass du konzentriert bleibst. Das ist das Horn, werden wir jetzt weggetutet. Verschlossen. Aber ein verschlossen Symbol bedeutet, das könnte man eventuell irgendwie aufmachen. Das ist doch, man kann da... Achso, Leute, ich, äh, ich wollte nur reingucken mit der Kamera. Ich wollte... Ich wusste nicht, dass das offen ist. Ich hab nur reingeguckt, so ein Person mäßig. Ah, hier ist, äh, das Board. Wer hier war, Bill, Smithson, Patrick, Wade, und so weiter. Und, äh, der letzte Gast war... Nee, ab dem 14.04. war Urlaub. Achso, ich benutze ein Blitzlicht quasi, um Licht zu machen. Hast du die Dokumente gelesen? Nee, noch nicht. Ich gucke jetzt gerade an das, was du hier hast. Ah, okay. Hier steht aber bitte lesen, Kunal. Hättest du das mal gemacht. Vacation-Time. Weiter so ein Team. Dies sollte die letzte Woche sein. Der Nebelhorn-Test gestern Abend war erfolgreich. Sieht so aus, als ob die Automatisierung funktioniert. Wir machen heute noch einen letzten Test, dann können wir die Ausrüstung wegpacken. Kann ich es von innen aufmachen, damit wir nicht wieder klettern müssen? Nee. Na toll. Dein Handy klingelt, Kunal. Ja. War wirklich dein Handy? Ja, ja. Das war wirklich mein Handy. Ich weiß, äh, achso, Chat, ich weiß, dass auf dem Z-Link noch mehr draufstand, als das, was ich vorgelesen hab. Äh, ich hab's absichtlich, äh, also darunter... Ich, ich skipp auch manchmal Passagen, wenn's nur semi-relevant ist. Ja, ich vermute mal, dass wir das nicht... Das hat, also das hat man, glaube ich, bis jetzt nie gebraucht, dass man diese Texte zwingend alle lesen muss, die da standen. Nee, das ist viel für Background-Story und so. Wie gesagt, noch denken wir ja auch an nichts Böses. Ich bin übrigens wieder auf der, in der Mitte, ne? Ja, ich komme. Ich hab hier verkohlte Sachen gefunden, oder dreckige. Nee. Von der Great Lake Post. Die Fischfabrik hat beschlossen. Oh, schade. Da links kann man sich bestimmt durchkrebschen. Ja, ja, muss man. Hier ist ja der Zaun zu, oder? Ich kann mal drangehen, dann sagt er mir ja wahrscheinlich verschlossen. Wir, also, wir... Dass wir immer noch, dass unser Grund ist, ein Foto zu machen, und wir klettern in Dinger rein, oder versuchen hier, in diesen verschlossenen Abteil zu gehen. Wir sind nicht mal da. War wohl ne Top-Schlagzeile damals. Aber die neue Interaktion ist geil, dass du zum Beispiel auch da rangehen kannst, und du hast was anderes gesagt als ich. Ja. Und auch, dass du den Jumpscare noch mal bekommen hast. Dass der... Dass der... Dass der Solo, also dass der nicht, äh, nur für die erste Person war. Ich fotografiere mich gerade selbst. Ja, klar. Das machen wir mal. Ey, für das Bild, was wir für unsere auf dem absteigenden Asten Sendung sind, da kann man halt mal ein bisschen Action machen. X drücken. Warum darf ich da nicht durch? Ah, jetzt darf ich. Okay. Ja, hier hinten haben sie vergessen, abzuschließen. Da geht ja auch keiner hin. Wer krammelt unter diesem Stein durch? Ich stehe immer wieder automatisch auf. Warte, ich muss hier ein Bild von dieser Blume machen. Ich hätte bestimmt von ihr irgendwas Wichtiger ein Bild machen können. Oder sollen. Wenn, glaube ich, überhaupt der Rabe am Anfang. Der... Der ist ja weggeflogen, als ich da war. Was übrigens auch geil ist, der Typ in dem Auto sagte ja noch zu uns so von wegen, ja, er sagt auf jeden Fall, was... Mach mal ein Foto. Das ist ein Rabe rechts von mir. Entschuldigung. Ich gehe mal nicht näher ran. Ja, 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 ja. Ja, ich habe auf jeden Fall ein Bild gemacht. Aber wenn ich wieder rangefliegt, der wieder weg. Ja, ja, wahrscheinlich. Na, guck mal. Sogar als Sequenz. Sieht ziemlich alt aus. Aber der Typ am Anfang sagt noch, er will kontrollieren, ähm... Charlie kann mit seiner Krawattennadel verschlossen. Ich habe hier... Ich bin auch Profi. Habe ich geknackt. Was ist das? Nur eine alte Münze. Halt zu uns. Ach, das ist das, was der Kurator meinte. Oben links steht jetzt auch eins von... Also eine einfach. Okay, das stand bei mir nicht. Wahrscheinlich, weil ich die eingesammelt habe. Tut mir leid. dass ich es dir manchmal etwas schwer mache. Aber ohne dich würde ich das alles nicht schaffen. Das stimmt nicht. Ich sitze vielleicht am Steuer. Von was? Von London Entertainment. Ja, dieser Mülleimer. Ja. Zum Fenster. Mann, da will man jemandem ein Kompliment machen. Nee, ich kann Öffn drücken. Verstehe schon. Aber sie ist zu. Oh, warte, ich gehe. Ach, das kannst du selbst. Das ist natürlich. Oh Gott, das sieht... Ja. Aber das sieht so ein bisschen aus, als würden wir da irgendwann scheitern beim Schieben. Okay, bei mir startet auch einfach eine Sequenz. Ich hoffe, ich komme wirklich mit. Ach nee, du machst ja... Ah ja. Ich war eigentlich gerade auch hochgeklettert. Das Spiel kann man auch Solo spielen, Chad, ja. Scheiße, was zur Hölle ist das? Verstecken. Ja, hier, lass mal machen. Öh. Schön, dich kennenzulernen. Habe ich irgendwas übersehen? Ich habe keine Ahnung. Dein Charakter hat gesagt, schön, dich kennenzulernen. Ja, eben, deswegen. Also das Ding ist da rausgekommen und durchs Fenster gesprungen. Ich habe es auch gar nicht gesehen. Ich auch nicht, wirklich. Aber das Fenster war so ein Huschen. Aber warum habe ich gesagt, schön, dich kennenzulernen? Wahrscheinlich hat dein Charakter es gesehen, quasi. Wird wahrscheinlich ein Tier gewesen. Also ich gehe davon aus, dass es irgendwie ein Tier oder sowas war. Aber warum war das Tier hier? Darf ich da auch rein? Ja, wir müssen da rein. Ich habe nur geguckt, ob ich was übersehen habe. Rechts in der Küche war es? Nö, ich kann zumindest nichts anfassen. Man kann sich hier so durchzwängen. Wir müssen nur mal frisch bezogen werden. Oh, und neue Vorhänge. Und 10 Liter Desinfektionsmittel. Dieser Raum? Ah ja, von da kommt man. Okay. Ja, du glitschst gerade bei mir ein bisschen rum. Aber ich denke, in dem Moment, in dem wir nochmal einen Ladebalken haben, äh... Ja, wahrscheinlich. Das ist dann wieder weg. Wahrscheinlich, weil du gerade auch in dieses Fenster reingeklettert bist und dann geportet wurdest. Deswegen bist du manchmal da und manchmal nicht. Oh, das hier beim... Äh, ist ein Augenoptiker da. Bitte was? Was siehst du da? Na, Mann. Das sind übrigens echte Tiere. Charlie, mir ist nicht ganz wohl bei der Sache. Oh, elektronisch. Entspann dich. Ich habe hier so einen Vogel, aber der hat da... Ist aber drin. Ja, es ist eine Falle. Bewegt sich. Also so mechanisch. Verstehen. Bewegt sich. Ja, okay. Kannst du dir auch mal angucken. Mach mal dafür ein Foto, als Beweismittel oder so. Falls irgendwas ist. Also ich kann zumindest... Ja, mache ich gleich. Ne, von der Wand meine ich. Ich kann dir zumindest nichts machen. Ja, von der Wand habe ich gerade schon... Ich konnte das Ding... Kannst du das nicht in die Hand nehmen? Ne. Warte, warte mal. Ich habe nicht... Ich habe nicht R2 gebeten. R2 und dann einfach ein bisschen die... Ne, ich kann nicht R2 drücken. Ich kann ihn mir nur angucken. Ja. Vielleicht, weil ich das schon hatte. Ja, vielleicht. Mach auf jeden Fall mal ein Foto von der Wand. Ja, Gott. Mit den Bildern. Wenn ich quasi in meinen Rücken fotografieren will, dreht er sich nicht vorher, sondern... Es kann auch sein, dass das mit den Fotos mal total sinnlos ist. Also... Das ist perfekt. Ich hätte noch googelt. Na komm. Guck los. Schwenk über den See, bis die Insel ins Bild kommt. Dann hast du einen Zoom auf den Leuchtturm. Da. Unser Taxi. Los. Gehen wir lieber zurück. Haben wir überhaupt ein Bild gemacht oder haben wir mal geguckt, wie sie... Ich habe einfach nur durch die Kamera geguckt. Ja. Das ist auch auf einmal ist es eine Videokamera und keine Fotokamera mehr. Ist er das? Keine Ahnung. Wer mir nur telefoniert. Woher wusste der überhaupt, was das Thema der Show ist? Ähm. Ich habe gar nicht gefragt. Seltsam. Spielen wir einfach mit, okay? Hallo, Mr. Lonnet? Genau der. Ich bin Grantham Dumette. Alle an Bord und es kann losgehen. Das ist Mark. Mark. Aaron. Jamie. Ladies. Und das ist Kate. Schön, Sie kennenzulernen, Mr. Dumette. Ich bin schon gespannt zu sehen, was Sie hier für uns haben. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Es ist mir eine Freude. Sollen wir aufbrechen? Ich kann Ihnen nicht genug für diese Gelegenheit danken. Gerne. War das Ihr Großonkel, von dem Sie... Machen wir uns auf den Weg. Ich erkläre alles später. Klar. Natürlich. Manche Leute aus dem Chat erkennen da Gesichter aus dem ersten Teil oder aus vorigen Teilen. Der Charakter sagt mir gerade gar nichts. Doch, der... Kommt aus dem ersten, glaube ich. Aber hä, das war doch Man of Medana. Kann ich mich an gar keinen erinnern. Sie mit dem bunten Haaren auf jeden Fall. Und der alte, der Führer. Also der Geschäftsführer. Die Gesichter sagen mir definitiv was. An kein Gesicht kann ich mir erinnern. Einer der Piraten. Gehen wir zum Hotel. Bitte bleiben Sie zusammen. Das gilt für alle. Ist es hier gefährlich? Nein. Unfug. Unfug. Hört sich nämlich nicht so an. Es ist absolut sicher. Aber wenn sich jemand verletzt, dauert es bis Hilfe kommt. Also bitte. Vorsicht. Ganz schön zugeknüpfte Angelegenheit hier. Gott. Hier entlang. Keine Sorge. Um das Gepäck wird sich schon gekümmert. Oh, du bist jetzt sie. Ich kann nur schlecht antworten. Oh, ich hätte gar nichts sagen können. Atme tief und langsam, Charles. Aber so ist schon gut. Huste dir bitte kein krankes Lungengewebe raus. Schon okay. Stell dir einfach vor, da oben wartet eine Packung Kippen. Hast recht. Sicherheit nimmt er wirklich verdammt ernst. Was er wohl von hier fernhalten will? Vielleicht ist die Frage vielmehr, was er da drin halten will. Jamie. Ich sag ja nur. Du guckst zu viele Horrorfilme. Er schätzt deine Privatsphäre. Das wussten wir von Anfang an. Das wissen wir seit zwei Stunden. Geh, bitte. Mark, hol deine Kamera. Lass uns hier schnell ein Intro filmen. Ich brauche ein paar Aufnahmen auf das Haus zu. Nicht die ganze Reise. Kate spricht in die Kamera. Ab da leite ich dich. In Ordnung? Keine Fotos. Keine einzige Aufnahme meiner Person. Verstanden? Ich schätze meine Privatsphäre. Keine Sorge, Mr. Dumait. Diskretion ist unser Motto bei Lonely Entertainment. Der übliche Intro-Kram, Charlie? Bitte. Das Licht ist gut. Ich bin bereit. Erin? Klingt alles gut. Okay, machen wir die Aufnahme. Sie ist die Kapitänin aus dem ersten Film. Ja, das kann sein. Für die Kamera. Du bist ja so ein Schambolzen. Kamera läuft. Ton läuft. Und Action. Ich bin auf der Privatinsel, auf der es angeblich echte Artefakte von H.H. Holmes Schreckensherrschaft gibt. Ich begebe mich jetzt zu dem Haus. Perfekt, Kate. Jetzt dreh dich zum Haus. Und lauf los. Gegen die Mauer. Das reicht. Und cut. Wir müssen jetzt wirklich weiter. Wie Sie meinen, Mr. Dumait. Hier lang. Machst du noch ein paar Aufnahmen? Natürlich. Mr. Dumait ist ganz schön streng. Hab ich gemerkt. Du musst dich hier umsehen. Ohne dass er's merkt. Der Mann hat ein Recht auf Privatsphäre. Er verbirgt was. Und ich will wissen, was es ist. Was hast du vor? Was du damals mit den Cops in Glendale gemacht hast. Ernsthaft? Au. Mein. Verdammt. Was ist passiert? Alles okay? Wirst du über dein Ego gestolpert? Wir sollten sie ins Hotel schaffen. Ich kann's kaum bewegen. Jamie, bleib bei ihr. Warum ich? Weil du erst der Hilfe kannst. Du hast sie doch zusammengeflägt. In Glendale. Oh, stimmt. Okay. Wir holen Eis und einen Verband und kommen zurück. Haben Sie das im Hotel? Ja, sicher. Dann gehen wir. Was ist los? Na los. Ich erklär's dir später. Hast du wieder im Schauspielunterricht? Ja, ja. Was will Charlie? Eine bessere Übersicht. Und wir sind die Späher, weil? Weil ich charmant bin und du das Sicherheitssystem umgehen kannst. Komm. Ich würde auch den reizen, der besessen ist von einem Massenmörder. Was? Ich würde auch den reizen, der von einem Massenmörder besessen ist. Ja, aber du willst natürlich schon wissen, was hier passiert. Kann ich schon verstehen. Ist ja... Ich find's super spannend. Hey, kann ich dich was fragen und eine ehrliche Antwort kriegen? Also ohne deine Klugscheißerei oder die ewigen Beleidigungen? Das gilt für uns beide. Okay. Sag, die Wahl. Man kann hier nicht hoch. Nee. Kann man die Show noch retten? Ich hab hier einen Schuh gefunden. Vielleicht. Wenn sich hier so eine Art heiliger Graal an Material oder Informationen findet... Hältst du das so möglich? Geheimnis gefunden. Ein Stöckelschuh ohne Absatz. Oh, Moment. Dafür hab ich Pause. Also nicht RB drücken. Ja, ja. Aber nicht. Und du gehst ins Menü, wenn du dir das angucken willst. Also ich dachte, da steht vielleicht mehr. Im besten Fall kriegen wir gutes Schnittmaterial. Aber das rettet uns nicht. Wird ja nicht reichen, wenn den einer anfasst. Können wir hier den Dude in gelb nochmal sehen? Genau, das wollte ich gerade fragen. Den hast du auch gesehen, den Typen hier? Oh, ich hab schon zwei Münzen und du null. Ist ja ehrlich. Die lag hier einfach. Das war ein Eigentum. Draußen bleiben. Ja, nicht. Hopp. Bit of a scramble. Ist aber... Also man läuft viel, viel mehr. Jetzt schon. In Little Hope ist man auch. Ja, weil du diese... Oh, Little Hope mochte ich das Ende so sehr. Also dieser... Little Hope war, finde ich, der beste Teil. Wobei du Little Hope, finde ich, nur einmal richtig spielen kannst. Ja. Ja, aber ich fand ihn halt... Deswegen fand ich den geil. Ja. Ja, aber... Also der hat halt kaum Wiederspielwert. Nichts. Drüben ist nix. Willst du rechts an dem Haus? Ja. Ja. Wir kommen wahrscheinlich aufs Dach raus. Oh, ich muss glaube ich warten, bis du drüben bist. Ah, jetzt darf ich hier balancieren. Wir sollten... Das wird wahrscheinlich öfter passieren. Wir sollten vielleicht darauf achten, welchen Charakter wir vorlaufen lassen. Ich glaube, in unserer Konstellation ist das schon okay, dass ich vorgehe. In der von gerade hätte vielleicht dein Schar vorgehen sollen. Falls doch irgendwann ein Angriff oder so kommt, wer wahrscheinlicher ist, dass er kurz aushalten kann. Hier ist nur Eisenborn. Also ne... Ronde. Was liegt am anderen Ende? Ja, okay. Und so ist ich glaube... Diesmal auch kein Licht, oder? Wir haben nichts dabei. Dieses Mal. Also ich habe zumindest nichts dabei. Nee, ich auch nicht. Jetzt sieht uns wer, oder? Das ist umso weit raus. Nee, doch nicht. Verstecken. Oh, da vorne am Zaun. Oh, oh. Meine Frau ist... Sie starb. Hast du es nicht geschafft? Nee. Aber war nicht so weh. War ja nicht schlimm, hat ja keiner gesehen. Hättest du dich weiter hinten auch verstecken können? Ich musste wirklich nah an den Zaun randeln. Genau, bei mir war der Pfeil auch vorne. Aber bei mir war er schon knapp. Also ich hätte, glaube ich, keine Chance hinzukommen. Vielleicht hätte man sich auch hinter den Stein oder so verstecken können. Aber es war zumindest dieser Pfeil vorne. Das heißt aber, wir sind ungefähr gleich auf. Das wird nochmal passieren. Eigentlich müssen wir ja dann auch wieder zurück, weil... Der eine... Also bei mir hat geschrieben, der eine hat euch gesehen und den anderen abgelehnt. Genau, deswegen ist ja nichts passiert. Weil der, der uns gesehen hat, hat ja zu uns gehört. Der Hausbesitzer darf uns ja nur nicht sehen. Der andere hat uns das ja beauftragt. Also deswegen ist ja nichts dringend alles gut. Hier ist zugeschlossen. Zugeschlossen. Also ist ein Schloss-Symbol davor. Ja, wir müssen von oben rein. Du wirst da hoch und dann wirst du in das Haus rein können. Oh, ich hoffe, hier kommt man auch wieder zurück, weil man kommt noch zu dieser Gondel dahin. Ich nenne es jetzt einfach mal Gondel. Ach, hier liegt die Ratte vom... Ist die auch in der Mitte überfahren? Die ist in der Mitte überfahren. Dann ist das vielleicht die... Nee, aber die ist ja... Ja, die wäre ja verwest, wenn das... Ja, und die eine war ja auch wirklich platte damit. Ich hab gehört, du bist auf Wohnungssuche. Ähm, ich glaub, das kann ich mir nicht lassen. Ein Bild eines Herzens hab ich hier. Aber mega schönes natürliches Licht. Und ein Flashback, von dem ich dir nicht erzähle. Oder Moment. Wir sind jetzt zusammen. Ich erzähle davon, ne? Äh, betrifft auch deinen Char. Du siehst irgendeine Person auf dem Stuhl und drehst die um. Und die hat einen Herzstillstand, wie sie anhören. Okay. Ach, Mann. Ich darf da nicht reingehen in das Menü. Gucken, ob ich mir das auch gleich einfach nochmal angucken kann. Ja, guck dir vielleicht auch mal an. Also hier liegt auf jeden Fall auch noch irgendwas. Hier liegt ein Zettel. Also das ist so eine typische Szene, dass du an einen Stuhl rangehst, den umdrehst und da ist eine Leiche draus, ungefähr. Hier ist ein Urlaubsfoto von dem Kerl, dem hier das Haus gehört. Kannst du dir auch nochmal angucken. Ich versuche hier gerade das hier zu lesen. Das ist nicht einfach. Das ist wirklich nicht einfach. Beobachter geil über die britischen Frögel. Ja, also ich hatte die Sequenz auf jeden Fall auch nochmal. Okay. Anscheinend hat Dement eine Familie. Ich hatte nichts zum Foto gesagt, oder? Als ich das in der Hand hatte. Ach, du hast es umgedreht? Ja, ja, ja. Was war das hier noch? Also das war das, was du eben auch schon... Ja, ja, das ist ein Vogelbuch-Guide. Aber der muss auch eigentlich was sagen, weil... Absolut random, dass das da liegt. Gut, die Vögel hatten wir ja unter anderem auch. Kann man die Tür wieder zumachen? Ich glaube, hier kommt niemand hin. Also das Ding würde ich hier entweder losfahren oder sonstiges. Obendrauf? Wenn gesehen. Wenn ich in der Natur wandern wollen würde, wäre ich nicht in die Stadt gezogen. Dieser Scheiß gehört nicht zu meinem Job. Hey, wir sind hier auch gleich... Wir sind hier auch gleich einfach beim Haus oben. Da muss er gar nicht runterkommen mit dem Verband. Deswegen, das war eigentlich... Müssten wir halt noch wieder nach unten gehen. Hier ist... Ah, hier ist irgendwas. War dir eine Ecke? Ach, jetzt hat er. Diesmal habe ich eine Münze gefunden, ja. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob uns... Also was uns das wirklich bringt. Aber wir nehmen die mal mit. Vielleicht kann man damit so... Hinweise freischalten. Fünf Münzen... Dein Charakter hatte gerade einmal kurz Angst beim Wegstecken. War das bei dir auch? Hattest du die Münzen? Oder wie so ein Schauer? Ne, ich glaube nicht. Also bei der ersten auf jeden Fall nicht, die der Mann eingesammelt hat. Okay. Wahrscheinlich kommt jetzt wieder eine Szene, wo der uns sehen kann. Weil wir stehen jetzt relativ offen. Nur autorisiertes Personal, kommt rein. Dann dürfen wir hier natürlich rein. Okay. Wenn ich das Auto bis hierhin bewegen kann, schaffen wir es rüber. Welches Auto? Ja, das fällt dem... Ja, ich glaube die Gondel. Meinst du? Ach so. Wenn man hier hinten ist... Ja, wahrscheinlich werden wir hier hinten... Hier ist aber... Also hier ist der Schaltplan. Siehst du die Schalttafel? Ja, das wird dem Kerl auch gar nicht auffallen. Also da ist ein Schlosssymbol davor bei der Tür da. Hier ist eine Leiter bei mir. Sind das immer zwei Mann Leitern? Ne, die ist diesmal Solo. Hier ist... Komisches Geräusch gerade gehört. Ich kann hier auf jeden Fall rüber. Ich habe hier oben noch was. Die Frage, ob ich jetzt mitgehe? Ja, wahrscheinlich, oder? Ja, warte. Ich kann dir sagen, ob sich das lohnt. Ob ich die Tür da... Ich kann ja nicht die Tür da aufbekommen. Ich habe eine Coin. Ich achte jetzt mal drauf. Die Coins haben jetzt alle andere Symbole gehabt. Dort ist bis dato nur eine. Ich habe sieben Münzen jetzt. Okay. Das war eine Fünfer. Deswegen vielleicht auch ein anderes Symbol. Ich muss gestehen, ich habe eben gar nicht auf Symbol geachtet. Ne, ich habe nur gesehen, dass ich einmal so ein Waschbähn oder sowas hatte. Und jetzt war es ein Totenkopf. Okay. Ich glaube, ich kann hier schon mal die Tür... Ne, die Tür wird dadurch nicht... Also ich kann auf jeden Fall Strom anmachen. Ja, das ist kein Problem. Die Tür kannst du bestimmt von hinten einfach aufmachen. Und jetzt musst du nur den... Ja, jetzt musst du eigentlich nur den Schaltplan da richtig einstellen. Vielleicht kriegen wir es zum Laufen. Das ist ja links die Lösung sozusagen. Dann fahren wir hoch. Moment, aber... Ja, oder ein Bär war das gerade. Bär, Totenkopf. Jetzt habe ich hier einen Stromzähl. Was mache ich hier? Ne, das möchte ich bitte nicht. Wie kann ich denn hier meine... Hallo? Darf ich meine Hand... Ach ja, Hand bewegen? Eins... Zwei... 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 Nein, nach unten. Nach unten! Warte, ich hoffe, das käme ich nicht irgendwann. Oh, um Gottes Willen. Warte. Ja, wir werden da nur rüberklässern wieder... Nein, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. Ja, Feile sollte man schon lesen können. Die Grafik ist aber schön. Ich finde die sehr passend. Jetzt. Nicht zu krass, aber schön. Ja. Verdammt bin ich gut. Mist, ich war wieder runtergeport. War schon oben. Na, werden wir gesehen? Was ist da? Hörst du das? Da kommt wieder Georgi runter. Verstecken. Wo kannst du? Wo? Ich kann hier hinter einem Stein. Hier links bei mir. Ja, ich auch. Hallo, L2? Hallo? Und ran? Ja, ich kam ent. Hallo? Das war wahrscheinlich nur ein Versteck für einen. Wo bist du denn? Ist der bei dir auch einfach gerade verschwunden? Ja, der hat uns gesehen. Also die Cutscene hat uns gesehen und dann ist er wieder hochgegangen. Ich glaube auch nicht, dass die, äh, was das wohl ist. Ich glaube auch nicht, dass den, also ich glaube, dann ist das relativ wurscht, was wir hier machen. Sowieso. Es war zumindest auch nichts mit Kurs aktualisiert. Ich habe hier wieder ein Geheimnis gefunden. Der Stiletto Absatz. Der Absatz zu dem Schuh, der viel weiter unten lag. Ne, der auf der anderen Seite der Insel lag. War denn da, also es war aber nur ein Geheimnis, keine Sequenz, oder? Kannst du da links noch lang? Also bei dir links jetzt? Hier ist nämlich ein Gartentor zu, 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 okay, da müssen wir hier klettern. Da war nicht eben dran. Ich hoffe, dass diese Sequenzen, weil beim letzten Mal konnte ich mich auch nicht verstecken. Ja, weil das war auch wieder wahrscheinlich nur ein Versteck für einen, weil du musst, also das Versteck, was ich gesehen habe, war nicht direkt erkennbar. Ich musste die Kamera drehen. Und wir müssen uns angewöhnen, zu rennen. Ich musste es wohl nur kurz ausruhen. Ich bin in Ordnung. Wir haben eine Abkürzung gefunden. Sie müssen wirklich dort bleiben, wo ich es sage. Verstanden, Mr. Demet. Alle sind hier. Gehen wir weiter. Bitte alle unter dem wachsamen Blick von Mr. Demet bleiben. Klar? Kate. Was denkst du? Ein Ferienlager aus der Hölle. Egal. Wir kriegen schon noch raus, was er im Schilde führt. Macht dir keine Sorgen. Er will uns umbringen. Ja, die Brücke wird wahrscheinlich gekappt. Also, in dem Moment, in dem wir da... Die Brücke wird wahrscheinlich kaputt gemacht. Vielleicht? Ja. Das wird schon. Der Typ gibt Millionen für ein Sicherheitssystem aus. Da wird er sich bestimmt eine sichere Brücke leisten können. Und hey. Selbst wenn du abstürzt. Guck mal. Das schöne, weiche Wasser. Wie es sich an die scharfkantigen Felsen schmeckt. Moment. Ist da unten ein Skelett eingekremmt? Haha, Scherzkeks. Jetzt geh schon. Oh, das ist verdammt steil. Geht's? Oh, Mann. Du schaffst das. Blick nach vorn. Nicht nach unten. Ist okay. Ich schaff das. Wirklich? Wird nicht gucken sollen. Das ist nur Wasser da unten. Und du kannst schwimmen. Und die Brücke sieht stabil aus. Soweit. Ich helf dir. Komm schon. Genau so. Siehst du? Geht doch. Ich seh nicht hin. Nicht runtersehen. Klar. Guck. Geht doch. Danke. Du hast mir schon immer durch solche Scheiße geholfen. Wir sollten Mr. Demette einholen. Wo sind denn alle? Tut mir leid. Typisch Stadtmenschen. Na los. Wir vergolden Zeit, Leute. Das ist das Tor wahrscheinlich von der anderen Seite. Ah, nee. Da hinten ist zensiert. Immerhin sind wir angekommen. Ja, davon bin ich. Also ich glaube, es hätte auch nichts passieren können. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man verkackt hätte beim Balancieren. Dann wäre es wahrscheinlich abgerutscht, hätte es sich gehalten. Ich glaube nicht, das war es eigentlich. Wow, Mr. Demette, was für ein fantastischer Ort. Ja. Vielleicht doch kein verschwendetes Wochenende. Das ist die Tochter. Wer bist du denn? Also die Frau ist ja tot. Was machst du da? Da war ein Mädchen. Da oben. Ich hätte auch noch sagen können, vielleicht ein einziger Fan. Alles hier ist zerbrechlich. Seien Sie bitte vorsichtig. Mann, das ist genial. Cool, dass das von innen so aussieht wie vorher sozusagen. Ja. Das ist... Sieht schön aus. Fantastisch. Das ist... Heftig. Würden Sie sich bitte alle hier eintragen? Ich habe Sound-Aussetzter. Gleich mal Pause oder so. Ich habe keine. Der Rest kommt bestimmt gleich und wird auf die Zimmer gebracht. Cat Schminker verbremst alles aus. Aaron, Zigaretten. Blauer Rucksack. Machen Sie sich frisch. Wir sehen uns dann zum Abendessen. Um acht. Mr. Demette, ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Das ist einfach fantastisch. Gibt es immer noch Sound-Aussetzter? Nee, also es sind immer so einzelne Text-Passagen, die nicht besprochen sind bei mir. Ich habe es gesagt. Aber ich habe ja Untertitel, von daher... Also ich kann ja... Man kann es zumindest mit... Aber du hörst zu dem Zeitpunkt Musik? Also wenn die Sound-Aussetzter kommen, wenn die Voices... Nee, nee, gar nichts. Okay. 0178 Ja, also dass wir uns in dieses Buch eintragen mussten, ist ja komisch. Weil wir sind ja nicht als Gäste da. Das ist wahrscheinlich die Liste aller Namen, die hier getötet wurden. Oh, da bist du ja. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Du warst den ganzen Tag fort. Und ich mache mir hier Sorgen. Den ganzen Tag weg, ohne ein Wort von dir. Ich sage, der kann nicht reden. Hm? Der hat bestimmt so einen zugenähten Mund oder sowas. Oder eine rausgetrennte Zunge. Deswegen war es auch egal, ob der uns gesehen hat. Also ihm war es egal. Das ist mein... Oh! Sorry. Du bist schreckhaft. Oh mein Gott! Ich wechsle besser die Unterwäsche. Hast du mich nicht kaum gehört? Ich hab... Ich glaube, wir sind hier nicht allein. Hm, kälter im Fenster ein kleines Mädchen gesehen, als wir draußen waren. Das habe ich auch. Ein Mädchen. Mr. Demet hat bestimmt Familie, Angestellte, Freunde. Wer weiß? Trotzdem... Mir läuft's hier eiskalt den Rücken runter. Es ist... Einzigartig. Hast du... Gesungen? Oh. Ja, das ist mein Keine-Angst-Lied. Das ist mein Keine-Angst-Lied. Ich sing damit mir nichts geschieht. Funktioniert nicht. Ach was. 181. Ich bin wohl direkt um die Ecke. 183. Das ist meins. Okay. Okay? Dann viel Glück. Verlauf dich nicht. Schrei einfach, wenn irgendwas ist. Danke. Na klar. Du musst keine Angst haben. Wobei... Hey! Ja? Warum wartest du nicht kurz? Ich pack aus und dann suchen wir dein Zimmer. Weiß nicht. An diesem Ort sollte man lieber nicht allein unterwegs sein. Ja. Das war vernünftig. Ich würde mich bestimmt verlaufen. Ist nur ein Gang, Süßer. Und... Da wären wir. Tja. Es ist... Gemütlich? Gemütlich macht Spaß. Vielleicht teilen wir uns wieder ein Zimmer und sind morgens verheiratet. Du redest im Schlaf. Hab ich dir wohl nie gesagt. Ach ja? Was hab ich gesagt? Es war eigentlich nur zusammenhangloses Gefluche. Oh. Ich war wach. Ich hab Kates Social Media Posts gelesen. Ach, diese Bitch. Okay, hasse mich bitte nicht. Aber sie war ganz nett zu mir. Das mit Mark geht ihr bestimmt näher, als sie zugeben will. Lügen. Sie ist ein Roboter. Äh, wo ist das Bad? Äh, was? Old School. Äh. Ekel School. Was, wenn ich nachts pinkeln muss und Charlie gerade eine Sitzung da drin abhält? Dann gibt es wohl auch keine Mini-Bahn. Das sieht so schnell gecuttet aus, als wenn da immer so ein paar Sekunden fehlen zwischen allem. Das geht sie. Wieso ist da eine staubige alte Weinflasche in der Kommode? Äh, Wein muss doch alt sein. Ja, wenn du ihn kaufst. In einem anständigen Weinkeller nicht. So. Warum tust du da? Ich hab Durst. Und du? Bist süß, wenn du trinkst. Aber ich... Süß? Du findest mich süß, hm? Oh. Mist, eigentlich hätte ich gesagt, wir sollen den aufheben. Alles, alles behalten. Danke, aber ich finde meinen. Wo ist er hin? Äh. Er ist ganz da hinten an der Wand. Siehst du? Na ja. Alles okay? Scheiße. Hältst du mir Angst an, Jan? Nein. Ach, weil... Klappt echt gut. Aber guck mal, gut, dass wir das getestet haben. Also, jetzt wissen wir das. Mhm. Vielleicht hätten wir es uns wirklich nicht erfahren. Seit wann hast du den Asthma? Von Geburt an. Normalerweise macht es auch keine Probleme. Ich muss nur vorsichtiger sein bei Staub und Pollen. Dann wissen wir das, wenn wir aussuchen müssen, wer irgendwas macht, können wir die da wegläschen. Du wusstest es ja nicht. Alles gut. Wirklich. Sicher? Sicher. Ich bin sicher. Also, ja. Vermütlich. Sonst, die andere holt das Ding auch nicht da runter weg. Nö. Probierst du das echt? Und jetzt bist du vergiftet. So schlimm ist es nicht. Du lügst nicht. Er ist... Piquant. Fast ein Klassiker. Sicher? Ich schmecke... Eichenfassbouquet. Ein Hauch von Zitrusnoten. Beide vergiftet. Und ich würde sagen, ein kräftiger Schwung schimmelig. Und ich würde sagen, ein kräftiger, voll geschwitzter Sohn. Oh mein Gott. Ich hasse dich. Du lügst wie gedruckt. Oh, entschuldige. Ich dachte, du meinst das mit dem süß sein. Wirklich? Ähm, falls ich rot werde, war das der Wein. Nicht, weil ich schüchtern bin. Ich schwöre es. Wirklich. Wart nicht, dass du dich komisch fühlst. Was? Nein, alles gut. Ich... Ich bin wirklich kein verschrecktes Ried. Charlie stellt mich nur immer so hin. Oh, ich weiß. Deswegen mache ich dich auch so an. Also, würdest du lieber diesen Glibber trinken? Ja, okay. Ich habe jetzt auch... Also, da fehlt auch das Ende des Satzes. Bei mir. Okay. Was war das? Oh mein Gott. Ich... Äh... Ich... Oh. Du Bitch. Ich verarsch dich doch nur. Ich will dich seit Monaten küssen. Ich hatte bloß Angst vor dem ersten Schritt. Hat es uns irgendwann irgendwas gebracht, dass wir immer positiv auf die anderen sozusagen waren? Oh, sorry. Sorry. Ähm... Also, war das irgendwann auch mal von Vorteil oder war es immer ein bisschen besser, wenn die Leute sich eh nicht mochten? Ich glaube, das Einzige, wo die Eigenschaften richtig entscheidend waren, war doch bei Little Hope, oder? Oh ja, stimmt. Am Ende, wenn die da irgendwas gematcht haben, haben die überlebt und sonst... Genau. Bei dem restlichen war es... Ja doch, wir hatten bei House of Ashes, je nachdem, wie sich die Beziehung zwischen den beiden entwickelt hatte... Machst du hier draußen jetzt einen auf perverser? Ähm... Hat er am Ende ja den einen da zum Stich gelassen. Sorry, ich stehe. Ich bin gerade bei irgendwas? Also, den neuen Partner. Lass mal Freunde, ich immer zu allen bleiben. Ja, dann... Weil wir sind ja hier wirklich zu... Wir sind ja hier wirklich zusammen. Wir machen uns Sorgen, ob das Stromnetz unsere Ausrüstung packt. Ja. Ja, ja. Wenn hier alles mit einem Generator läuft, müssen wir wissen, was er kann. Mir ist egal, was ihr da treibt. Dann lunger nicht rum. Ich finde mein Zimmer nicht und brauche eine beschissene Zigarette. Die komischen Dinger da. Sind Zahlen. Sie steigen, der Reihe nach, auf und ab. Danke, ich war gerade da unten. Gib mir zehn Minuten. Dann habe ich einen groben Plan für die erste Einstellung. Wir haben den ganzen Abend. Geht das nicht nach dem Essen? Ich will mal kurz entspannen. Nach der krassen Wanderung hierhin. Nach dem Essen will ich drehen. Ihr habt zehn Minuten. Okay, wir kommen gleich runter. Oh, Aaron, habt die blaue Tasche gecheckt. Keine Zigaretten. Ich habe sie da reingetan. Dann zeig's mir mal. Vielleicht ist einer von uns beiden Farben blind und weiß nicht, was blau ist. Immer nett bleiben. Fortsetzung folgt also? Ja. Auf jeden Fall. Viel Glück bei der Zimmersuche. Wenn jetzt einer von... Ah, hebst du auf? Ne, wenn einer von uns die noch steuern kann, müssen wir versuchen, diesen Labello da aufzuheben. Ich bin auf jeden Fall auch noch mit ihr jetzt im Zimmer. Komm, na komm los, los. Also die wollen schnell von der Insel, weil irgendjahr was kommt. Die wollen ja dieses Keep Out und so, weißt du? Also meine Vermutung ist, dass er hier die Verrückten, die wir da auch schon gesehen haben, die alte Frau und die in einem gelben Mantel quasi mit Opfern füttert. Der hatte auch diese, hast du gesehen? Ja, die Handschuhe. Der hatte auch diese Scherpe an, diese Metzgersscherpe. Stimmt, ja. Hey, ich hatte eine Idee für ein Intro-Segment. Willst du jetzt... Ja, wenn wir die Aufnahme jetzt eintöten, schreibt Charlie vielleicht nicht mehr alle meine Ideen um. Ja, okay. Okay, klar. Was? Nichts. Gib mir eine Sekunde und es geht los. Soll ich dir echt abkaufen, dass nichts dir im Kopf rumspukt? Ja. Und ist das Objektiv sauber? Ja. Ich bereite nur alles... Wirklich? Ja. Immer mit Kleinigkeiten beschäftigt. Wie wäre es mal, was zu riskieren und einfach... Du hast eine Woche rumgetrödelt, bevor du das Jobangebot abgelehnt hast, nur weil das länger mit dem Zug gedauert hätte. Ich habe abgelehnt, weil du dann allein mit Charlie gewesen wärst. Für Wifis hältst du mich? Ich meine es ernst. Ich auch. Okay, lassen wir das. Toll. Lass mich die Kamera holen. Nutzen wir das Tageslicht, dann können wir alleine drehen. Beim Foyer ein Dachfenster? Hm. Weiß nicht mehr. Ich will nur ordentlich aussehen. Du siehst in jedem Licht gut aus. Keine Sorge. Willst du dich einschleimen? Ja. Funktioniert's? Vielleicht. Auch gut. Mark, warum lässt du alle denken, ich hätte Schluss gemacht? Wenn Jamie die Wahrheit wüsste, würde sie Ruhe geben. Ich meine... Alle nehmen das halt an. Ich weiß nicht, ob das nett oder egoistisch ist oder beides. Es ist goldene Stunde. Wir finden ein gutes Plätzchen. Ich weiß nicht, warum ihr Kameranerds das so nennt. Es sind höchstens 15 Minuten. Ja und nein, wenn du den richtigen Reflektor... 15 Minuten. Höchstens. Los, lass uns gutes Licht suchen und anfangen. Danke, dass du mitmachst. Du bittest mich nur darum, weil deine Arme zu kurz für Selfies sind. Meine Arme sind nicht kurz. Ich finde einen guten Standort zum Dreh. Auf dem Balkon sehe es gut aus. Ich muss die Bar finden. Wer ist denn du? Ich bin er. Achso. Moment, stopp, dann sind wir ganz woanders. Ist ein Ort für meine Sachen und zu helfen. Aber ich spiele den alten Mietvertrag, so kann ich in Ruhe was Besseres suchen. Das ist... Kluger Plan. Du hast gesagt, zieh aus, also bin ich raus. Das war ein Kompliment. Ich sag's ja nur. Ich dachte schon, du schläfst auf der Couch im Studio, während du obsessiv nach der perfekten Wohnung mit der richtigen Wandfarbe in der Nähe einer Haltestelle suchst, oder... Vielleicht ist das ein weiteres Tabuthema für unsere Liste. Ja, du hast wohl recht. Da kenne ich einen richtig guten Platz, wenn ich einen finde. Der, der morgen ja ausscheidet, ist es okay, wenn ich mein Zeug nächste Woche hole? Das ist, glaube ich, keiner. Hinten ist was. Oh, warte, 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 warte. Zimmernummer. Okay. Okay. Und ich da jetzt... Und falls uns Dumette hier erwischt, brechen wir eine seiner Regeln? Wir sollen nicht allein rumlaufen. Und außerdem haben wir die Tür praktisch aufgebrochen. Wir? Also sollten wir... Scheiße. Das hat mich zu Tode erschreckt. Ja, Dumette scheint mir ein Typ zu sein, der durchdreht, wenn man seine Regeln bricht. Ach, wie kommst du darauf? Weil er unsere Handys einkassiert hat, wie bei Teenagern? Haben wir mal kurz gemutet. Seit seinem Erstlingsfaktor ist Joseph Morello von der Serienmörder Spuren so gefasziniert und keiner hat ihn mehr gefesselt als H.H. Holmes. In seinem neuesten Taschenbuch beleuchtet Morello mehr als fünf, zehn Jahre seiner eigenen Recherchen und Veröffentlichung und Trendfakten von Fiktion, Unbeweise für die Wahrheit, den historischen Fall von Amerikas ersten Serienmörder zu liefern. War er der Teufel? Na gut, dass das da steht. Gehen wir gleich hin. Sieh dir die Tapete an. Die ist ja uralt. Oh mein Gott, ich weiß nicht, soll ich jetzt erst erkunden oder soll ich das machen, weshalb ich hier bin? Also ich hatte gerade kaum Möglichkeit. Da, der Schlüssel? Wir brauchen bloß einen Weg durch. Moment, ich kann mir vorstellen, dass die sagen, dass da, wo ich hin will, abgeschlossen ist. Dann muss ich erkunden. Ich glaube, es ist immer noch sehr linear. Ist bestimmt abgeschlossen, oder? Ja, also dieses Haus hier, also hier zu wohnen per se, das ist ja irgendwie auf einer Insel oder so, also wie willst du überhaupt hier hinkommen? Ja, nur mit dem Schiff, mit dem wir uns auch rübergefahren haben. Seit wir hier sind, habe ich diesen komischen Geruch in der Nase. Jetzt weiß ich, was es ist, Verwesung. Ist das anders? Ne. Das ist ein altes Haus. Tote Fische am Inselstrand, Tiere im Wald. Könnte alles sein. Oh, das ist bestimmt... Ja, moin. Ich hatte eine Vorahnung. Keep your head down. Die Frage, ob wir uns die Vorahnung erzählen, für den Fall, dass wir denselben, dass du den Charakter nachher spielst, oder so? Ich würde sagen, wenn wir uns sehen. Okay. Also einfach so, dass wir uns das so... Wenn... Oh, das ist hier... Das kenne ich aus Resident. Aber das bringt mir doch gar nichts. Das kann doch eigentlich so stehen bleiben. Obwohl, ne, ich brauche das. Oh, nein. Also wenn die beiden Personen, die das wissen und derjenige, den es betrifft... ...irgendwo zusammen sind, dann würde ich es erzählen. Okay. Auch wenn es vielleicht jetzt schon benötigt wird. Also dann ist es halt Pech. Ja, momentan... Aber es ist halt spannender. Ja, ja. Ich habe eine Mitte, Sekunde. Totenkopf. Ist das wieder plus fünf? Es ist plus fünf. Totenkopf ist plus fünf. Oh, nee. Das war wahrscheinlich falsch. Ich muss mir angewöhnen zu joggen. Weil du keinen Nachteil hast, es nicht zu tun am Anfang. Ich gehe immer. Jetzt muss ich die... Oh, mein Gott. Kann die andere nicht einfach helfen? Ich weiß zumindest, warum das Spiel eine höhere Spielzeit hat. Es ist creepy. So bevor ich das jetzt mache, gucke ich mich aber doch noch um. Ich glaube, ich konnte keine Münze bei mir finden. Peter. Den Raum würde ich feiern. Also nur diesen Raum, in dem ich gerade bin. In schön Schreibtisch oder so. Hier unten. Mit einem Fenster. Da oben Bett. Ich bin in so einem Raum mit so einer Leiter. So ein doppeltes... Der ist hoch für zwei Räume sozusagen. Okay. Moment. Ist das bloß, ich habe irgendwas... Ah, nee, hier. Es geht noch weiter. Du kannst das machen. Balcony. Gut. Die Tür war die ganze Zeit offen. Ich muss kurz so schauen. Okay. Welchen Gegenstand habe ich eigentlich da unten? Wissen wir eigentlich schon von allen Chars, vor was sie Angst haben? Also Marc darf auf jeden Fall nichts machen, wo er irgendwie mit Höhenangst in Verbindung kommt. Die eine darf nichts mit Staub. Genau. Von meinem wissen wir nur... Also ich spiel ja, ich spiel ja hier gerade den Geschäftsführer, dass er halt irgendwie unfit ist. Ja genau, Lunge. Ja genau, Lunge, genau. Genau, Lunge. Müssen wir weg... Ich glaube, das können uns helfen, wenn wir darauf ein bisschen machen. Die beiden anderen wüsste ich jetzt gerade noch nicht, oder? Oh, ich glaube, das ist nicht so wichtig, das kann ich dir schon erzählen. Äh, hast du am Anfang einen Ring ausgesucht? Nein, konnte ich auch nicht. Ah, okay, weil ich sehe das, was... Also hier ist zumindest das, was ich ausgesucht habe. Ich dachte, das ist auch das, was du ausgesucht hast. Okay, nee, nee, ich konnte nichts vom Ring machen. Das sei denn, ich hätte noch irgendwas ganz anderes aus, aber das glaube ich nicht. Fuck! Alles okay? Nein! Ich... Das Scheißding ist plötzlich aufgetaucht. Verdammt creepy. Siehst du? Was ist das? So eine Art mechanische Figur? Ja, und zwar eine gruselige. Die tut dir nichts. Sie hat dich auch erschreckt. Und dich zweimal. Hey, Charlie, 8 Uhr. Essenszeit. Verdammt, wir haben nichts. Noch ist Zeit. Komm schon, lassen wir Charlie nicht warten, sonst faselt er ewig davon. Hey, sei höflich zu Charlie. Er war zuerst unhöflich, als er gemeckert hat, obwohl ich nur meinen Job gemacht habe. Ja, Luca, das Marc steht bei mir. Ich muss vor der Kamera sprechen, nicht er. Ach komm, du warst auf Streit aus, gib's doch zu. Du hast ja recht, aber... Auf Wut reagiert er bekanntlich mit mehr Wut. Sein Problem, Marc. Nicht meins. Ich weiß, Charlie kann anstrengend sein. Hast du seine Notizen gesehen? Ja, hab ich. Die Hälfte seiner Texte ist unbrauchbar. Das mag auf dem Papier ja gut aussehen, aber das reicht nicht. Ich will nur helfen. Und er ist immer gleich beleidigt. Weil du... Weil er denkt, dass du nur Aufnahmen für dein Demo-Video willst. Und wenn's so wär? So sind Regisseure nun mal. Das ist ihr Job. Sie haben eine Vision. Dafür braucht man ein großes Ego. Also bin ich einfach still und halte die Kamera. Deshalb muss er noch lange kein Arschloch sein. Man, aber... Versetz dich mal in seine Lagen. Bei 40 und noch immer kein großer Durchbruch. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich tue. Kate, diese Show ist der größte Erfolg, den er je hatte. Stimmt wohl. Ist auch egal. So oder so werde ich Lonnet Entertainment verlassen. Das ist doch super. Das ist definitiv der richtige Schritt für deine Karriere. Das klang sehr aufrichtig. War es auch. Charlie würde uns sofort ersetzen, wenn das nicht so unbequem für ihn wäre. Er benutzt... Kate? Mark? Essenszeit. Seid ihr nicht hungrig? Äh, wir kommen. Toll. Hat er uns gehört? Offensichtlich. Habe ich mitbekommen, S8 Driver. Schönen guten Tag übrigens an alle Leute im Chat. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Vielen, vielen Dank für euren Support. Genieß einfach den Run. Und habt viel Spaß. Schön, dass ihr da seid. Freut mich wirklich sehr. Auch wenn ich wenig mit euch quatsch gerade. Du hast auch gerade die Sequenz mit den Puppen gesehen, oder? Genau. Ich glaube, Puppen spielen hier eine sehr große Rolle. Also dadurch, dass das natürlich alle schon ein bisschen älter ist. Hey Leute. Jetzt sitzen wir hier. Bist du dabei? Äh, ich denke... Es fehlt ja nur eine Person. Hattest du auch schon eine Puppe gesehen? Ja. Ich wurde angegriffen. Von der Holmes-Puppe. Okay. Ich hatte einen Barkeeper. Oh Gott, bitte. Und der war auf jeden Fall creepy. Hat jemand Mr. Dumette gesehen? Sollten wir nicht auf ihn warten? Schenk einen Mark. Äh, was war die Vision? Er will zum Essen ein und kommt dann selbst. Von mir. Ich hänge irgendwo fest mit der Hand und werde dann verbrannt in einem engen Raum. Nein, Dad. Wäre der, äh, Alte? Der Alte, ja. Also du bist mit der Hand hängen geblieben. Es wird ja sein, dass nicht du den spielst. Also er war mit der Hand so irgendwo in der Wand drin. Ich konnte nicht sehen, wo er war mit der Hand. Okay, okay. Ja, der Typ kommt nicht. Moment. Was, wieso? Er hat deine respektlosen Tweets aus seiner Limo gelesen. Wovon redest du da, Jamie? Er ist wieder mit der Fähre weg. Was? Aber auch sehr aufbrausend. Also das würde ich auch noch erzählen. So schnell. Du hast dich geirrt. Ich bin nicht blind. Ich hab's gesehen. Warum sollte er abhauen? Das ergibt keinen Sinn. Sie hatten's verdammt eilig. Nein, immerhin. Du hattest recht. Hier war doch ein Kind. Ich hab sie gesehen, als ich mein Zimmer gesucht hab. Und der Mann in Gelb fehlt noch. Also den hat man alle vergessen. Hat er nicht eine Familie erwähnt? Weiß ich nicht mehr. So oder so, warum sind die weggegangen? Nein, seid ihr nicht? Ganz alleine hier? Warum lädt er uns hierher ein und zum Essen und haut dann ab? Ich bin sicher, er hat seine Gründe. Wer weiß, was passiert ist. Vielleicht hat er Pizza bestellt und sie liefern nur bis zum Anleger. Wir könnten uns das zunutze machen. Wie? Na, denk mal nach. Wir sind hier umgeben von der perfekten Kulisse. Alles läuft nach Plan. Er ist sicher nicht ohne Grund weggegangen. Aber jeder hat doch den Mann in dem... Nee, nicht jeder hat den Mann in Gelb gesehen. Aber drei Leute oder zwei haben den Mann in Gelb gesehen. Drei mindestens. Leute, bin ich die Einzige, die langsam Angst vor diesem Ort kriegt? Und vor Mr. Dumette? Auch wenn es mir wirklich in der Seele wehtut, das zu sagen. Ich glaube, Jamie hat recht, was das angeht. Danke! Sprecht etwas leiser. Warum? Er ist nicht hier! Ja, er? Das erklärt nicht, warum er abgehauen ist. Er musste zurück, um sich ein Alibi zuzulegen. Was soll? Naja, damit er alles abstreiten kann, wenn unsere Leichen am anderen Ufer des Sees stranden. Oh Gott, Jamie! Musst du alles noch schlimmer machen? Das ist nicht hilfreich. Okay, bitte. Aber beschwer dich nicht bei mir, wenn du hier drauf gehst. Was ist dein Problem? Hm, sag's ja nur. Du hast wohl keine Zigaretten gefunden? Ne, oder weniger. Ah, okay, das weiß ich nicht. Doch, ich hab ne tolle Schachtel voll unsichtbarer Zigaretten gefunden. Guck mal, ich rauch grad eine. Ach so. Kirk? Hm. Das erklärt, warum du so gut drauf bist. Also was tun wir? Bloß rumsitzen? Und so tun, als ob wir essen? Wie ist der Plan, Charlie? Hm, das war alles nicht. Ich find's krass, dass keiner den Typen anspricht. Tänken wir darauf, dass Topika nicht mehr Charlies schlechtester Einfall ist. Also ich würde jetzt gerne auf euch trinken. Ehrlich. Ich weiß, ich bin die Zielscheibe eures Spots. Das ist mein Los als Patriarch unserer kleinen Familie. Mark und Jamie, ihr schafft so viel Arbeit wie sonst zehn Leute. Und Kate, trotz unserer Streitereien, bist du das Herz dieser Show. Dank dir bleiben die Leute dran. Ich bin super nett zu halten. Und zu guter Höchst, unser Neuzugang Aaron, ohne dich wären wir verloren. Wer außer dir denkt stets an jedes kleine Detail. Ich danke euch. Für eure Arbeit. Prost. Prost. Auf uns. Prösterchen. Was wir hier kriegen können, das hebt die Show auf ein neues Niveau. Klar. Wenn wir alles gefilmt kriegen. Ja, er hat uns sowas von gehört. Nee, er wäre nie so nett, wenn er uns gehört hätte. Vielleicht sollten wir das nicht gerade jetzt besprechen. Du hast angefangen. Was ist denn jetzt, Kate? Nichts Wichtiges. Wir diskutieren nur ein paar Ideen. Ich denke, sie wirkt am besten, wenn wir die Hintergründe so gruselig wie möglich machen. Das ist easy. Ähm, findet das noch jemand seltsam? Hä? Ist das das, wenn wir das nicht gesehen hätten? Ich hab keine Ahnung. So, warum? Oder fehlten die... Oder hätte das vorher abgespielt werden müssen? Womit fangen wir an? Ja, ich glaube schon. Das hätte wahrscheinlich vorher passieren sollen. Ich denke, das Foyer ist ein guter Einstiegspunkt. Das Licht dort reicht noch zum Arbeiten. Und es ist auch symbolisch der Eingang in die Mörderburg. Mit dem Licht, das wir schon haben, brauchen wir nur ein paar zusätzliche Lampen. Wir könnten so aussehen lassen wie Gasbeleuchtung. Perfekt. Und wenn du mit auftauchst? Wenn er sagt, wir sollen aufhören, werde ich ihm was erzählen. Er hat uns hierher gebracht. Also gut, holt alle euer Zeug, dann treffen wir uns im Foyer. Lasst uns ab jetzt bitte so professionell wie möglich sein. Keine Fehler? Perfektion. Falls er zurückkommt, soll er uns hier auf keinen Fall rumeiern oder streiten sehen. Also den Mann, der das Gepäck hochgebracht hat, den haben alle vergessen. Das war ja offensichtlich nicht die Mett und das war auch nicht die Tochter. Toll. Also es werden Puppen von allen Opfern nachgebaut. Hallo? Leute? Seid ihr das? Ja, erst mal. Welche Katzen hast du gerade? Ich habe gerade die Mett wegfahren sehen. Echt, wieso das? Als Erinnerung? Ne, also ich sehe sie einfach. Ich spiele sie jetzt auch. Das wird gruselig. Ja, das war es von mir schon mehrfach. Ja, das war es von mir schon mehrfach. Ja, das lese ich. Ich hoffe mal, dass ich das nicht durchlesen muss. Ja, ich habe auch ein Buch. Das Labyrinth der Angst. Oh, oh. Das muss ich vielleicht doch lesen. Wen spielst du? Ähm, Gott, wie ist ihr Name nochmal? Die mit der bräunlichen Hautfarbe. Also nicht die mit den kurzen Haaren, sondern die mit den längeren Haaren, die auch die braunen Klamotten trägt. Die Labello-Frau ist eh. Ja, das wird nichts bringen. Okay, ich habe hier eine Technik, um mich zu beruhigen. Das ist vielleicht ganz wichtig. Suchen Sie sich einen Stuhl, der möglichst gemütlich ist und lockern Sie Ihre Kleidung. Atmen Sie samt fünf Sekunden lang durch die Dase ein. Versuchen Sie, Ihren Bauch zu atmen. Wenn Sie das nicht können, ist das auch nicht schlimm. Atmen Sie fünf Sekunden lang durch den Mund aus, als ob Sie eine Kerze ausblasen wollen. Und wiederholen Sie die Abfolge fünf Minuten lang. Fünf Minuten? Ja, dann nehmen wir los. Jaja, vielleicht. Also das ist ein... Ich muss hier wieder weiter geistert. Warte kurz, guck mal. Es wundert mich, dass ich keine Münzen finde oder so. Da ist doch was. Ja, da fehlt nur ein Füller. Füllen Sie meine Holzkiste mit Zement. Begraben Sie mich tiefer als alle anderen und bedecken Sie den Boden mit mehr Zement. Dann glauben Sie mir. Der Tod allein wird mich nicht davon abhalten, wieder zu morden. Oh ja, ihr habt recht. Egal. Hab's überlebt. Hm, hier bell ich nicht gerade, wo ich gerade bin. Da hab ich mir wieder ins Optionsmenü gegangen. Man will sich das angucken, drückst er B und dann ist Pause. Ich darf da wirklich nicht draufdrücken. Nein, nicht weglegen. Stopp, nicht weglegen. Ich vermisse es mal. Hallo. Er hat sich der Gang gerade geändert? Komm ich hier nicht her? Okay. Ich glaube, das ist kein großer Spoiler. Der hat sich hier einen Hut gekauft von Holmes für, ich hab die Zahl schon wieder vergessen, 25.000 Dollar oder so. Hier komm ich nicht weiter. Hier komm ich nicht weiter. Boah, Ty onszin! Oh my god! Oh my god! Das ist... Yo. Also der Kerl hat auf jeden Fall Geld. Oh. Okay, es geht also los. Und ich war zu langsam wahrscheinlich. Ich wurde dann zurückteleportiert. Ich brauche Hilfe. Ich kann nichts sehen. Ich... Leute. Leute, bitte. Aaron. Ich... Ich kriege die Tür nicht auf. Holt mich hier raus. Alles okay. Wir sind da. Ganz ruhig, Aaron. Alles wird gut. Ich... 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 Ich kriege keine Luft. Beruhige dich. Die durchpassen. An und aus. Ich habe das Buch gelesen. Aaron, verfall jetzt nicht in Panik. Das macht es nur schlimmer. Ich brauche meinen Inhalator. Scheiße. Du hast einen Asthmaanfall. Wie ist deine Zimmernummer? Ich! Schnell! Charlie, wo ist Ihr Zimmer? Nehmen wir an. Den langen Flur da runter. Aaron, ich hole ihn. Versuch ganz langsam zu atmen. Hink an, das Buch. Wir sind hier, Aaron. Bleibt ganz ruhig, okay? Zähl die Atemtür. Eins, zwei, drei, eins. Eins, zwei, drei, aus. Wir müssen diese Tür aufbrechen. Leute. Ich... Ich kriege... Such etwas, um die Tür aufzubrechen. Mark und ich versuchen es weiter. Was war das für ein Geräusch? Achso, das sind die beiden wahrscheinlich. Wer ist da? Bist du? Bist du? Bist du? Ich... 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 Leute... Leute, hier ist jemand. Bei mir. Oh Gott! Ich glaube, ich bin tot. Ich bin tot. Hey. Alles okay. Alles gut. Habt ihr ihn gesehen? Nein. Komm. Er... Er war... Hier war jemand drin. Hier drin bei mir. Aaron. Das ist eine Puppe. Nein, es war keine Puppe. Er... Er hat den Hut auf wie H.H. Holmes. Charles, du schindest sie zu Tode. Jetzt halluziniert sie schon Zeug aus der Show. Ich hab nicht... Es ist nichts passiert, Aaron. Du bist okay. Da drin ist niemand. Beruhigen wir uns alle. Bringen wir Aaron zum Ausruhen in ihr Zimmer. Fuck, ich bin nicht müde. Gehen wir. Komm, Aaron. Ich finde, es gab noch gar keine Anzeichen, jemandem bis dato nicht zu glauben, wenn der irgendwas erzählt hat. Weil er... Ja, eigentlich nicht. So... Ah, da sind sie ja. Aaron erweist sich als besonders mutig. Meinen sie nicht? Na, wo ist jetzt unser Gastgeber, Mr. Dunet? Offenbar hat er die Insel verlassen. Noch vor dem Abendessen. Wie unhöflich. Charlie hat es geschafft, die Moral der Truppe zu heben. Gut so. Denn es warten noch... Okay, Kunden ran. Die Leute sind jetzt alle wieder zusammen, ne? Ich war in diesem Raum drinne. Und eine Wand ist aufgesandt. Okay. Und da kam einer mit einem Mut rein. Und ich glaube, es ist nicht der Yellowman, sondern der mit der Schlachter-Kutte. Der hat mir den Inhalator hingehalten. Eilen Sie lieber zurück, bevor einer unserer Freunde eine schlechte Entscheidung trifft. Also bei mir ist tatsächlich bis jetzt noch nicht wirklich viel passiert. Also es sah so aus, wenn er mir helfen wollte. Lasst uns alle mal tief durchatmen und nicht den Kopf verlieren. Nein, Charles. Es reicht. Diese Sache war von Anfang an seltsam und jetzt haben wir Angst. Ach, ruhig Blut. Ich mein's ernst. Alles hier ist falsch. Ich geb's ungern zu. Aber Kate hat recht. Jemand wollte Aaron angreifen. Ach, jetzt glauben wir doch. Okay. Okay, nur an die Hälfte glauben. Im Dunkeln? Meinst du, ich denke mir das aus? Beruhigt euch. Okay? Ich muss mal kurz nachdenken. Ja, na klar doch. Ach ja, stimmt. Und ich hatte eine Vorahnung, dass ich abgestochen werde. Aber ich dachte, es wäre schon die Szene gewesen. Also Aaron kriegt einen Schraubenzieher oder sowas durch den, unten durch den Kiefer. Okay. So wie, ein bisschen wie Meyers Mori. Also es hätte auch sein können, dass er mich abgestochen hätte, anstatt mir den Anlator zu geben. Echt jetzt? Naja, vielleicht weißt du nur nicht, was du im Dunkeln gesehen hast. Von der Szene her sah es ähnlich aus. Also es hätte die Halluzination sein können. Gut. Hier ist der Plan. Wir haben schon einen Plan. Wir verschwinden. Wie denn? Jetzt hör mal. Mit dem selbstgebauten Boot? Wir sollten nicht vorschnell urteilen. Ich werde die Metz suchen und dann alles aufklären. Es wird alles wieder gut, okay? Und wir bekommen unsere Aufnahmen. Er war nicht beim Essen. Wieso glaubst du, du findest ihn jetzt? Ich denke gern positiv. Solltest du auch mal versuchen. Bravo, Charles. Du konntest dich echt gut selbst täuschen. Der Metz ist weg. Das hab ich gesehen. Vielleicht ist er wieder da. Vielleicht auch nicht. Würde es dich umbringen, nur einmal positiv zu denken? Auf einer Liste von Charlies Ideen ist es nicht die schlimmste, die er hatte. Ist nicht mal die schlimmste, die ich heute Abend hatte. Halt dich zurück mit dem Selbstlob. Deine Prioritäten sind trotzdem beschissen. Du könntest einfach gucken, ob das Boot wieder da ist. Also diese Fähre. Ich kann noch nicht hier. Stimmt. Das würde ja schon reichen. Aber es wirst du wahrscheinlich vom Haus aus gerade nicht sehen. Also weil da ja kein Licht ist. Ja, kann sein. Ich wollte dann verschwinden. Aaron hat jemanden gesehen. Okay, hast recht. Sorry. Charlie hat gesagt. Wir sind hier nicht sicher. Das ist wichtiger als ein scheiß Job. Hast recht. Gehen wir, Aaron. Alles wird wieder gut. Warte hier. Ja, sie erst mal leiden lassen. Willst du nicht hierbleiben, während ich mein Zeug packe? Ich will keine Zeit vergeuden. Ich bin gleich um die Ecke. Machen wir schnell. Wir kommen zurück. Versprochen. Ja, lass sie. Nein, nicht. Sorry, ich dreh noch durch. Ja, einer hätte aber jeden Fall bei ihr bei Bleistößen. So viel hatten die gar nicht dabei, dass die nicht mal kurz auf sie warten können. Vor allem, du musst ja nichts davon ausgehen, dass das Haus so offene Türen und Wände hat und so versteckte. Ich suche nicht nach du Met. Ich checke Einstellungen. Falls er mir dabei über den Weg läuft, super. Alter. Dir ist echt alles egal, oder? Natürlich nicht. Sag das Kate. Du weißt genauso gut wie ich. Äh, der Alte. Okay. Was war deine Vision nochmal, wie ich sterbe? Also so ein schmaler Gang. Seine Hand steckt. Vielleicht hält er sich auch irgendwo fest. Kann ich nicht genau sagen. Und der Raum steht dann in Flammen und der verbrennt da drin. Das heißt, ich greife raus? Ja, ich weiß nicht. Das konnte ich nicht erkennen, wo er hingreift. Ah, hier ist dieser Timer wieder. Aber der ist jetzt auf 180. Der war gerade auf 178, ne? Äh, 0178, ja. Ich dachte, das ist der Timer. Dann ist das der Timer für die Puppen und nicht der Timer für die Tode. Ich hätte gedacht, dass wenn ich jetzt gerade gestorben wäre mit Aaron und der auf 188 steht, dass das für die Morde zählt. Aber dann muss das die Puppen sein. Oder die Gäste, die gerade im Hotel sind. Also die Puppen. Aber dann müssen es wie... Naja, wenn die Puppen da sind und der unsere Puppen jetzt gebaut hat, minus zwei für Dumette und seine Tochter und plus uns fünf oder so. Ja. Hier hinten kann man die Tür öffnen. Mach ich mal gerade noch nicht. Könnte mir vorstellen, dass es da weitergeht. Oh, hier ist nochmal eine... Hier ist auf jeden Fall ein... Ich frage mich, ob dieser Hausmeister weiß, wo du mad ist. Äh. Nächste Todesvision von deinem Charakter. Das heißt aber eigentlich, dass der schon einen überlebt hat. Weil ich komme auch mal her, da kann ich mir die selber... Genau, guckst du einfach selbst an. Ich habe auch nicht erkannt, mit was... Also siehst du, er wird irgendwie erstochen, erschlagen. Mit der Kette. Ja, da wird ein Haken dran sein. Wie bei Jason. Ja, das könnte sein, dass ein Haken... Lag die vorhin schon da? Weil ich war hier vorhin schon in dem Raum. Entweder habe ich die bei sehen vorhin, oder? Hier ist erstmal eine Lampe noch. Die wird nicht funktionen. Hm? Kein Strom? Ja, ich hatte vorhin einen Kurzschluss mit dem Charakter und war, als wir dann umgesprungen sind und der Schrei kam, war ich unten im Keller. Da bin ich aber nicht fertig geworden. Achso, stimmt, was ich dir gar nicht erzählt hatte. Ich war mit Erin ja unterwegs, bevor ich da eingesperrt war und ich musste mit diesem Tonding, mit dem ich durch Wände hören konnte, also erstmal konnte ich alle Charaktere belauschen und dann hatte ich so eine Vision, in Anführungsstrichen, ich habe in jedem Raum einen anderen Mord gehört. Also in jedem Raum konnte ich hören, wie die Person gestorben ist. Im ganzen Hotel. Hattest du in dem Gästebuch mal umgeklappt? Nee, was... Ich habe unsere Namen auf der einen Seite versucht zu finden, habe es aber nicht gefunden. Genau, die stehen nämlich, du konntest weiter blättern. Vor uns waren angeblich fünf Leute drin, eine ganze Familie und die waren hier vom 19.10. bis 25.10. Haben angeblich auch ausgecheckt. Wobei die Schrift... Ja, die Schrift ist... Die Schrift vom Auschecken ist immer identisch. Die schreibt immer jemand... Also schreibt immer dieselbe Person rein. Ja, hier ist ein bisschen das Skript und ein bisschen Sachen, die umgeschrieben werden und so weiter. Jetzt weiß ich nicht, ob das üblich ist, dass die Person... Das immer... Also, dass der Hotelier zum Beispiel immer reinschreibt, wenn die Leute ausgecheckt haben. Wahrscheinlich halt nicht. Wahrscheinlich ist das ja der Gag, weil es soll ja keiner rauskommen. Wie blätter ich um? Ähm, einfach rechter Stick. Also, muss drangehen und dann mit dem rechten Stick nach links, dann blätterst du nach links. Ja, das habe ich auch gebraucht, um das Geheimnis zu kriegen. Die Morellos. Aber war der Morello nicht der, der besessen ist von dem Hotel? Mit dem Namen habe ich mir nicht... Der Morello habe ich mir gerade gemerkt, deswegen. Grand Theft of the Monde. Designer. Eine Visitenkarte gefunden. Eins von fünf. Das war ja gestern, ne? Also, die sind einen Tag vor uns ausgecheckt. Genau, die sind angeblich einen Tag vor uns hier raus. Ich habe ein Buch, das ist diese Autorfamilie. Genau, das ist das Buch, was ich gefunden habe, was um dieses Haus hier geht. Oh, warte mal, jetzt kann ich hier die... Jetzt kann ich das Ding hier aufmachen. Dann werden raus, wenn die nicht sein, aber... Kann ich hier die Visitenkarte... Du hast doch auch eine Visitenkarte, oder? Hm, nee. Doch, du... Du müsstest eine Vis... Deine Visitenkarte... Mit deiner Visitenkarte kann man Schlösser aufmachen. Guck mal, ob du... Achso, nee. Hä, mit meiner Visitenkarte? Ich habe das immer mit so einer Nadel gemacht. Mit dem Schal. Oder so. Guck mal, ob du die Schublade aufmachen kannst. Ja, ja. Warte. Mittlerweile macht er es mit einer Visitenkarte. Ja, vorher habe ich das mit einem Dingens gemacht. Okay. Weil ich... Also, wir haben irgendwann mal wurde gesagt, so, er macht das mit einer Visitenkarte. Genau, weil da war ich vorhin auch dran. Die konnte ich nicht öffnen. Ich glaube, ich habe es jetzt immer noch nicht, aber doch. Geht ziemlich alt aus. Ein Foto mit Text. Mr. Hector Monday. Monday. Sehr geehrter Mr. Monday, vielen Dank, dass Sie Twilight Prayer... Prayer... Prairie als neu zu Hause für Ihre Mutter gewählt haben. Lucinda lebt sich bereits sehr gut ein. Wir laden Sie ein, Sie möglichst häufig zu besuchen und freuen uns auf den Ball bis zum Wiedersehen. Hier ist übrigens Blut. Oder ist es Farbe? Das klingt doch... Kletträne Pinkelpause. Nein, noch nicht. Aber ich glaube, jetzt gerade passiert eh noch nichts. Naja, wenn ich sehe, dass hier etwas Rotes auf dem Boden ist. Farbe meinst du? Lass mal her. Kann ich da... Ich kann es aufmachen. Jamie! Konntest du es auch aufmachen? Ja, ich hätte auch aufmachen können. Okay, ich dachte... Nee, nee. Ich wollte nur nicht, weil ich dachte, wir gucken uns da drin noch. Wenn das aber wirklich Blut ist und es wäre tot, dann würde der Counter von plus zwei... Nur Blut? Also... Was denn? Dann sind das wirklich die Toten... Vielleicht. Etwas schräg. Das willst du von mir hören? Wahrscheinlich hat die Matt oder der Hausmeister einfach irgendein totes Tier von draußen reingezerrt. Vielleicht unser Abendessen. Dass wir wirklich nach Dometh suchen, finde ich absurd. Willkommen zusammen zu unserem Unterhaltungsprogramm. Oh, was zur Hölle? Präsentiert von Grantham Dometh. Dometh? Das ist jetzt so ein Ding in so einem Horrorgang. Achso, äh... Und achte am Boden auf Falltüren. Ich habe schon eine gesehen. Die ist aber nicht aufgegangen. Okay. Hier ist wieder Blut. Ich finde die Taschenlampensteuerung, wenn man es so nennen kann, schwierig. Der Musik folgt oder den anderen Gang? Ich habe ja eine Taschenlampe. Vielleicht kann ich zumindest ein bisschen reinholen. Also links ist die Musik. Deswegen gehe ich gerade mal rechts. Siehst du eigentlich das Licht von mir? Weil ich sehe deine Taschenlampe zum Beispiel nicht. Äh, nee. Hinter dir war was. Da liegt was auf dem Boden rechts. An der Heizung. Ah, ja. So, ist eine Münze. Ja, eine Münze. Oder ist es eine Münze? Ja, genau. Ich habe auch noch was. Oh, die war zwei wert. Das Guinness Buch der Rekorde? Für die meisten Morde in einem Hotel? Ne, was ist das? Äh, US-Justizministerium. Unsere Hilfe wird in Chicago möglich. Sie haben einen potenziellen Serienmörder. Bisher zwei Opfer und weitere werden erwartet. Nach ihrem Erfolg im Fall Sherman möchte ich, dass sie morgen dorthin fliegen und nachforschen. Also sowas wie, ist das da so einen Überführungsbrief? Ja. Ja, also Polizeibericht auf jeden Fall. Nach, unsere Hilfe wird in Chicago möglich. sie haben einen potenziellen Serienmörder. Sowas. Aber ja, gut. Mittlerweile wissen wir ja ein Memo. Mittlerweile wissen wir ja, was für ein Haus das hier ist. Ja. Bei den Türen ist diesmal nicht mal ein Schlosssymbol dran. Nee, nee, nee. Also es ist zum Gucken. Und dahinter wieder? Die Münze zeigt ja auch, die Musik zeigt ja auch den richtigen Weg, theoretisch. Ist das so der Gang, wo ich da mit der Hand irgendwo hängen bleibe? Nee, 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 nee. Da war auch ein Gitter am Boden. Wir hören ja wen kämpfen oder sterben. Warte, Könan. Ja, hier links, ne? Ähm. Ein mutiger Handschuh. Wundervoll. Lass mal da hin, vielleicht können wir noch, also wir können wahrscheinlich nichts machen, aber der ist ja da hinter der Tür. Hallo, geht's Ihnen gut? Ihre Musik ist zu laut. Hörst du das? Oh, das ist das Gitter, ne? Da kann man seine Hand rechts durchstecken. Nee, aber so sah es nicht aus. Ich will da auch gerade meine Hand durchstecken. Geht's Ihnen gut? Was zum Teufel? Stopp! Da. Was ist das? Das ist eine Druckwelle. Du verlagerst dein Gewicht von der Platte und der Typ wird von dem Ding aufgespießt. Alva! Alva! Wenn du nicht weggehst, wirst du erstoppen. Der Dude, der da sitzt, kann auch eine Puppe sein. Stimmt. Wenn er uns, oder er sagt uns seinen Namen. Er müsste ja einer der Morellos sein. Jamie? Ähm. Ich, ich entscheide. Ich bin da eiskalt. Okay. Nicht. Ich wäre geblieben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kunan, das geht auf deinem Konto. Ja, ich bin mir relativ sicher, dass es eine Puppe war. Ja, ich hätte, also, ich hatte es ja auch gesagt, dass der der Sitz eine Puppe war. Oh mein Ding. Was habe ich getan? Wir müssen gehen weg. Nein, ich habe gar nichts getan. Ich habe hier gar kein Problem. Ich habe kein Blut an beiden Händen. Hallo Tamina. Schön, dich wieder bei Dark Pictures zu sehen. Das könnte trotzdem die nicht zerstören, so gesehen, dadurch, dass ich dich weggezogen habe. Hast du ihn gesehen? Die Maske? Was zur Hölle war das? Ist das das Gitter? Wir sitzen fest. Das war ein ganz schmaler Gang. Also war eher so ein... Sitzen fest. Was machen wir? Die scheiß Tür eintreten. Ja, ja. Und dann, wenn die offen ist. Okay, also wir gehen aber mal davon aus, dass der der Sitz ja keiner von uns war, ne? Sonst, das hätten wir ja erkannt irgendwie. Und der hätte ja auch unsere Stimmen... Der hätte halt der Kopfhörer aufhaben können. Also der hätte uns vielleicht gar nicht hören können. Aber wir hätten im Zweifelsfall die Stimmen... Hast dein Gestalt gefunden. Ja. Mach das nicht. Und mach dich nicht lustig. Sorry. Will ja nicht, dass du dich schneidest. Der Stein ist höllischarf und... naja, super magisch. Es ist ein Amethyst. Er beruhigt, indem er einen mit schützender Energie umgibt. Ja, ich weiß. Bezeichne ihn dann nicht als Stein. Vielleicht denke ich nur, du solltest Verantwortung für deine Gefühle übernehmen und den Job nicht einem Kristall überlassen. Immer nett. Wir versuchen immer nett zu bleiben. Vielleicht hast du recht. Wir müssen alle Stats boosten. Aber du musst deshalb ja kein Arschloch sein. Okay, vielleicht war die Bemerkung blöd. Tut mir leid. Schon okay. Das ist weder die Zeit noch der Ort. Ich muss dir was sagen. Okay. Du hast den Kamerajob erwähnt, den ich abgelehnt hab. Ich hab dir nie die Wahrheit gesagt. Worüber? Es war kein Job. Nicht, wirklich. Wovon redest du? Kennst du noch meinen Freund Mary? Er hat ein Studio in Brooklyn aufgebaut. Bildende Kunst. Er wollte einen Partner. Das ist dein Traum. Ja. Es gibt keinen Cent zu verdienen. Also dachte ich, du würdest zu Recht sagen, es wäre Wahnsinn. Denn das wär's. Wir müssen gleich unbedingt in der Lobby gucken, ob das auf 181 ist oder auf 180 geblieben. Ich hab es abgelehnt, weil es... Hat er was zitiert aus dem englischen Film? Ich hatte das schon ein paar Mal mit Englisch. Ich... 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 Ich nehme an, daran hab ich nicht gedacht. Ich... wollte... Was willst du von mir hören? Ich hab wohl drauf gewartet, dass sich was ändert. Insgeheim hoff ich's immer noch. Ich hab das Gefühl, da steht ja gerade, das hilft dir bei einem Event. Ja, aber... Ich hab ihn eingepackt. Also, sie ist... Ja, du hast ihn. Du hast ihn. Ja, okay. Moment, dieser Spiegel hier. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Dieser Spiegel... Okay, ja. Also, ich weiß nicht. Bei dem weiß ich's nicht. Bei einem Mann, bei Aaron. Bei mir schwebt übrigens der Amethyst hier in der Luft. Äh... Moment, sollte Aarons Zimmer nicht offen sein? Aaron muss ja noch hier sein. Das ist doch... Ja, 181. Ja, es stehen keine Nummern mehr dran. Wer läuft bitte hier rum und schließt die Türen ab? Alles abgeschlossen. Seine kleine Helfer im gelben Mantel? Ah, er kennt wenigstens die Leute im gelben Mantel. Oh, shit. Warte. Was denn? Ja, wir haben jetzt nicht so wirklich gesucht. Ich hab alles abgeguckt. Okay. Also, ich hab alles abgeguckt. Scheiße, findet das irgendjemand etwa lustig? Wie kommt das hier her? Hast du das mitgebracht? Nein. Ist sie das? Ja. Shelby. Passende Nägel? Oh Gott, nicht. Wir haben sie immer gleich gemacht. Das ist er. Was? Das ist er. Im Hintergrund. Du kennst ihn? Äh, irgendwie schon. Er war einfach so ein Typ, der immer da war. Wir waren manchmal auf den gleichen Partys mehr nicht. Es war meine Schuld. Du weißt, dass das nicht stimmt. Ich sollte sie treffen. In der Nacht, in der es passiert ist. Wir wollten was trinken gehen, auf eine Party. Ich hab verpennt. Es war eine große Sache, auf dem Campus nicht allein rauszugehen. Shelby hat auf mich gewartet. Ich kam nicht und... Da hat er... Da hat er sie erwischt. Es ist okay. Es ist nicht okay, verdammt. Kann es nicht sein. Ich muss jeden Tag damit leben und jetzt weiß es jemand. Jemand wollte, dass ich das finde. Was zur Hölle ist das? Keine Ahnung. Da geht doch was auf. Das ist ein mieses Gefühl. Was zum Teufel? Kommt hier rüber. Los. Charlie! Ja, halt die Wand. Es ist nur eine Wand. Kannst du sie hier aufhalten? Ich würde versuchen, durchzugehen. Oh nein! Ich muss die Entscheidung treffen. Oder du. Ich hoffe du. Nee, ich kann nichts machen. Ich kann sie nicht halten. Hör zu. Ihr müsst verdammt nochmal hier raus. Egal wie. Verschwindet von hier. Weißt du, der ist jetzt... Der Opa ist jetzt verrückt, leider. Charlie! Auf Charlie kann man jetzt... Der ist nicht fertig. Ja, wenn der jetzt passiert ist, war mal ein Fehler. Keine Ahnung. Nee, ich glaube, wenn ich stehen geblieben wäre... Vielleicht war er aber auch eine Puppe. Vielleicht hätte er mich gar nicht gekillt. Aber er hat sich doch aktiv bewegt. Ja, aber vielleicht stand er auf einer Schiene oder so. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Wir sind am Arsch! Es muss einen Weg herum geben. Ja, aber er ist halt durch jetzt. Zwischenräume. Unbedingt. Jetzt haben wir getauscht hier. Es ist krass, dass wir oft wechseln. Ja. Die Taschenlampe gefällt mir weniger als das Feuerzeug. Das verrückte Labyrinth. Was ist los? Demet. Was zur Hölle ist sein Problem? Er war die ganze Zeit nervös. Ich hab's als Exzentrik abgetan. Zwischen Exzentrik und marktlos liegt ein himmelweiter Unterschied. Die Wand verschiebt... Ja, guck mal. Du siehst die Wände hier vorher schon. Dann hatte ich das aber am Anfang... Ich hatte das auch mal gesagt, ob sich der Gang nicht geändert hat. Da hat der Chat meingesagt. Das haben wir dann auch das Zimmer nicht gefunden von der fünften. Also ist er der Typ in der Maske? Ja, deswegen haben die auch gesagt, ich find mein Zimmer nicht und so. Die haben ja alle Probleme gehabt, ihr Zimmer zu finden. Diese Vorrichtung, das ist ein ganz schöner Aufwand. Das war durchgeplant, von vorn bis hinten. Wir sollten alles finden. Was es noch wahrscheinlicher macht, dass der Typ auf der Fähre gar nicht gelettet hat. Irgendwas aufheben, weil sonst das Ende... Hier ist... Ist das eine Falltür? Oh, jetzt geht's nach links. Bild. Aber du bist hier, glaub ich, ne? Du siehst halt meine Taschenlampe. Ich warte mal kurz. Ja, bin da. Hier ist auf jeden Fall eine Tür, die wir öffnen können. Oder anklicken können. Ich will gar nicht in so Sackgassen reingehen, weil es kann ja sein, dass dann hinter einem die Tür zugeht, weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Wenn du jetzt da reingehst und dann geht die Wand zu... Was für ein Wichser! Was? Siehst du die Tür? Ich seh ne Wand da. Ich weiß, ich will nicht drüber nachdenken. Das hab ich übrigens auch schon, als wir die ersten beiden gespielt haben, als ich dich gesucht hab. War hinter den meisten Dingern. So was. Ich versuch mich zu erwähnen. 180 schon wieder. 180 war das Zimmer von... 180 hatten wir grad bei den anderen beiden aber auch gesehen, aber da sah der Gang anders aus. 180 ist mein Zimmer. Und eigentlich ist hier rechts daneben, hier hinter der Wand, ist die 81 gewesen. Ja, ja, genau. Die anderen beiden waren grad auch an der 180. Hier ist ne Treppe nach unten. Hier ist richtig... Ach, was zur Hölle. Ist das ein Kind? Ah, gut. Da sind wir... Also übrigens, falls du das noch gar nicht gesehen hattest, das sind wahrscheinlich alles nur Tonbandaufnahmen. Damit wurde Aaron in so'n Raum gelockt. Ich hab das Tonband gesehen. Okay, nee, gesehen hab ich's nicht, aber ich ging davon also auch bei dem anderen Kerl jetzt. Und gerade auch das mit den Puppen. Das wird einfach alles aufgenommen worden sein von den Leuten, die hier gekillt wurden. Hier liegt was. So, dann warte ich. Ist das ne Münze? Ja, ist wieder ne Münze. Ja, nehm mal mit. Der Kurator will ja irgendwas damit machen. Und wir waren einmal schon beim Kurator, oder? Ja, aber da hat er nichts gewollt. Oder wir hatten zu wenig. Hast du aufgehoben? Zwo. Ich hab zwei wieder bekommen. War oben auf dem Totenkopf so zwei Punkte eingraviert. Bei mir waren halt zwei mal fünf drauf. Oh Gott, da hab ich nicht drauf. Ja. Du musst dir helfen. Charlie, komm her. Ich kann nichts machen. Machen wir's auf. Soll ich Cut ziehen? Jetzt, jetzt, jetzt starte ich Cut ziehen. Das ist die nächste Horrorfalle. Also. Ich hab echt Schiss vor diesen Horrorfallen, weil das sind alles so eine Chance-Dinge. Das ist ein Gefrierraum, ne? Der Raum können? Nee. Das ist der Saw-Raum. Oh mein Gott. Hallo, wie wär's da, nicht reinzugehen? Gleich kommt Amanda und sagt Game Over. Und die gehen da einfach rein. Haben die denn in den letzten zehn Minuten nichts gelernt? Ja, die haben es einfach immer gesagt. Farben fliehen, beide zu sterben. Äh, das ist ja einfach. Also. Absichtlich. War ja absichtlich falsch. Das Schwein sieht komisch aus. Das sollten wir eins nach dem anderen angehen. Zuerst der Raum. Du hast recht. Natürlich. Ja, das ist doch ein... Das sieht aus wie ein richtiges Schwein. Vielleicht war das ein Schwein. Natalie Morell. Das ist eine von den Morells. Morello. Also eine von denen vor uns. Die sind also nicht ausgecheckt. Und das war die Nummer 176. Ah, fuck. Heiliger Scheiße. Das ist eine verdammte Leiche. Meinst du? Darf ich vorstellen, unsere Vorgänger hier... Das ist aber nicht schlimm. Können hier stehen Exit. Komm. Charlie. Die führt vielleicht raus. Guck. Die schwingt raus. Die kriegen wir wahrscheinlich leichter auf. Zurück. Das habe ich nicht erwartet. Das war der Mechanismus. Ja. Hat man die Traptor gesehen? Aber wahrscheinlich hätte man sie eh drücken müssen. Ich glaube, er unten sollte vielleicht nicht das Feuerzeug anmachen. So, wir packen unsere Sachen. Ich setze mich erstmal auf. Ich bin noch bei ihr. Ich bin bei... Achso, okay. Ich bin bei Aaron. Dann sind wir wieder alleine unterwegs. Krieg keine Luft. Ich bin ruhig. Ich bin ruhig. Ich bin ruhig. Ich bin ruhig. Das müssen Sie hören. Warte. Die Tür direkt öffnen. Will ich das? Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist der erste Teil, wo uns alle wegsterben. Ich weiß nicht, ob ich das überlegen kann. Ja gut, das ist auch das erste Mal in einem Haus, wo alle sterben sollen quasi. Leute? Hallo? Hey? Charlie? Mark? Jamie? Da kommt doch der ganze Staub schon raus. Naja. Komm schon, komm schon. Nein, stopp. Kein verdammtes Weichei. Drei Aufladungen. Es steht sogar dran. Ach du Scheiße. Chill, du kannst noch mal in den Raum gehen, Wurgen. Ach, ich muss. Oh Mann. Geh doch einfach noch mal in den anderen Raum. Noch zwei Aufladungen. Guter Anfang, guter Anfang. Will ich wissen, was du da tust? Das ist doch eine Falle. Nee, 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 nee. Nee, niemals. Behandlung von was? Oh nein. Oh nein. Das hat mal saucool gemacht. Das hat mal saucool gemacht. Weil ich nicht weiß, was es ist. Das war, glaube ich, könnte meins sein. Ach so, okay. Das wird deins gewesen sein. Deswegen habe ich es nicht gesehen. Gibt es einen Grund, sich den Puppen grundsätzlich zu nähern? Ich lasse sie ja immer da. Das gibt ja... Brauche ich ja gar nicht. Oh nein. Oh, das ist dein Tape. Aaron. Oh, das war zusammengeschnitten. Original Schlangenölsalbe. Ah, guter Punkt. Ich habe gerade auch was über Schlangengifte gelesen. Ich möchte nicht diesen Tresor öffnen, wo der Kot daneben liegt. Ich will auch nicht in diesen Glaskasten greifen. Das ist eine ganze Schachtel. Wollen Sie sich bei mir einschleifen? Der... Spare ich mir auf. Hört keine Fragen. Was ist los mit Ihnen, Mann? Sie sagen anders. Oh. Oh, oh, oh. Ich muss den Ton. Köln in Ihrem Augen liegt leider Teufel. Ich bin der wahre kaltische Mann. Wir alle haben welche. Der Staatsarbeit will zahlen und mehr auftreten. Wussten Sie das? Natürlich wissen Sie es. Zahl. Ich habe hier... Oh. Nee. Nee, nee, nee. Aber in Bahrain waren fast 200 Stimmen. Stehen Sie sich dafür... Oh, ich weiß nicht, ob ich es tun soll. Was? Mir was erzählen? Nee, also ich kann es ja... Es ist nicht wirklich... Ich habe hier einen Tresor und daneben liegt der Code. Ja. Das ist mir zu offensichtlich, oder? Naja, ich glaube, wir kommen halt nicht drum herum und müssen die richtige Entscheidung treffen. Bei mir ist hier ein Glaskasten, wo ein Handy drin ist. Also ich könnte es umgehen. Ich habe einen Schlüssel gefunden, kann eine Tür aufmachen. Ich kann es nicht umgehen. Also ich kann entweder zu einer Puppe gehen, die eine Spritze in der Hand hat. Aber will ich zuerst an die Puppe rangehen oder will ich ans Handy gehen? Ich... Ich werde... Untersuchen ist ja wohl gucken, oder? Ich gucke jetzt. Ja, untersuchen ist... Was zur Hölle! Mach den Tresor nicht auf. Das reicht schon. Wir haben alles gesehen. Nein, nimm die Griffel da weg. Hallo, Griffel weg, abbrechen, Abbruch, Abbruch. Nein, zurück, 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 zurück. Eine Kamera spinnt. Ah, das hier ist creepy. Ihr Kopf dreht sich 180 Grad. Tja. Fick dich, Jamie. 90% Akku noch können wir an. Aber was gibt hier oben Empfang? Sie sind allen Scheiß-Egal. Creepy. Ich glaube, ich muss. Und sie... Die Tür ist verschlossen. Oh mein Gott. Das ist es, oder? Möchte ich da was machen? Bitte lass mich da was machen. Warte, 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 warte. Hier brauchen wir nicht nochmal hören. Das ist nachgestellt. Ich glaube, ich muss. Hinter dem Schrank hat sich nichts mehr verändert. Hier ist auch alles so. Ja, ich... Was hast du mit Gegengift? Ich hatte... Nee, da war nur ein Plakat über Schlangenöl. Ja, also ich werde jetzt wahrscheinlich vergiftet. Ob in dem Tresor wohl ein Gegengift drin ist und ich doch den Tresor öffnen soll? Warte, wir können ja mal gucken, ob ich vergiftet werde. Aber dann sollten wir es ja trotzdem nicht erzählen. Ich sag's dir nicht. Ich sag dir nicht, was passiert. Ist so fucking creepy hier. Okay, das ist eine Münze. Eine Münze kann man aufheben. Münze ist gut. Und die zählt fünf. Ich hab mal drauf geachtet. Ja, okay. Wow, was soll der sein? Scheiße! Will ich nicht zwischen dir gehen? Was? Zur Hölle. Ich hab noch mal House of Ashes spielen. Das war nicht ganz so creepy. Das ist schon ganz... Also das ist wirklich gut. Das ist wirklich... Ja, deswegen mein ich ja. Komm. Immer noch... Was machst du da? Was machst du da? Ja. Nein, 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 lass es. Was soll ich mir ansehen? Kann ich beide Schränke aufmachen? Kann da auch nicht rein oder so. Ich kann ihn nicht machen. Mein Taschenlampe jetzt auch noch aus. Oh, bei mir startet eine Sequenz. Ja, ich hätte, glaube ich, auch schon raus sein müssen, aber... Ich bin bei mir den Weg... Ja, scheiße. Deine Cutscene war wichtig für mich. Du hast es bei mir weitergemacht. Okay. Naja, ich musste warten. Ich weiß, was du tun musst. Aber das kann ich dir ja jetzt nicht einfach sagen. Ja, ist es so gewollt oder nicht? Würdest du beim Singleplayer nicht beide Seiten spielen? Ich weiß es halt nicht. Wenn ich es tun... Willst du mich? Wenn ich was machen muss, was... Du bist in Gefahr, Aaron. Okay, aber wir reden ja miteinander. Ja. Genau, was ich sage. Okay, äh... Das andere erzähle ich dir später. Jamie, was ist hier los? Wo bist du? Ich weiß nicht. Hör einfach zu. Okay, was muss ich tun? Ja, soll ich es jetzt sagen? Naja, wir reden ja gerade an, schon über das Walkie-Talkie zusammen. Okay. Du sollst nicht... Soll ich das machen? Fuck. Das steht hier zumindest. Was geht hier vor? Dann verstecke ich mich da drin. Aber das kann auch wieder ein Fehler sein. Ich mache es eher automatisch, glaube ich. Fast. Oh, fuck. Das war bestimmt ein Fehler. Ich glaube, wir müssen immer das Gegenteil tun von... Oder? Ich vertraue dir, ich laufe. Ich vertraue... Ich gehe nicht in den Schrank. Also, das stand hier. Okay, komm, der hat mich umgebracht. Nein. Nein. Ich habe es gesagt. Du hast gesagt, das ist, glaube ich, falsch. Ja, ich weiß. Ich mache... Aber... Moment, noch ist der... Stopp! Das war aber auch ein unglückliches Timing. Wie kam es darauf, dass du dachtest, immer das Gegenteil, wenn du es ja gesehen hast? Naja, ich... Also... Ihr präpariert jemand etwas. Charlie? Jamie? Ja, aber wir haben ja nicht unbedingt das... Hallo! Wir müssen uns immer noch nicht anlügen. Hoffentlich irgendwo in Sicherheit und wo wir uns nicht so gesehen haben. Nee, deswegen... Also, ich habe ja auch... Kate, sieh mal. Ich hätte auch sagen können, lauf. Das war die andere Option. Was geht hier vor? Sind... Sind wir eingeschlossen? Sieht so aus, ja. Warte. Schst. Was? Hörst du das? Sind sie das? Wo kommt das her? Ich hätte drauf kommen können... Ist jemand im Restaurant? Ich hätte drauf kommen können, dass ich das machen soll, was er sagt. Okay. Weil mir wurde die ganze Zeit eingeredet, dass ich euch nicht vertrauen kann. Das ist mein Los als Patriarch unserer kleinen Familie. Mark und Jamie, ihr schafft so viel Arbeit wie sonst. Das ist cool. Und Kate, trotz unserer Streiterin, bist du das Herz dieser Show. Doch hier bleiben die Leute dran. Was zur Hölle ist das? Wer zur Hölle tut sowas? Ich hab's satt, ein Spielzeug zu sein. Das ist mehr als krank. Ich weiß nicht, wo Charlie uns hier reingeritten hat, aber wenn ich die Matt sehe, mach ich ihn alle. Mir wurde die ganze Zeit eingeredet, dass ich euch nicht trauen kann. Deswegen hätte ich das... Also deswegen ging man davon aus, dass ich die gegensetzte Entscheidung treffe, die du mir sagst. Und deswegen wiederum hätte ich das machen sollen, was du mir sagst. Deswegen hätte... Okay. Sieht genau aus wie er. Wieso sollte sich jemand all die Mühe machen, um uns zu verarschen? Die Puppen sind lustig. Bist du eigentlich mit mir grad im Raum hier? Ja, ja. Aber mir hat gesagt, du hast doch das Gegenteil gemacht. Ich hab das Gegenteil gemacht, weil Kundran so ein bisschen meinte, hier präpariert wär was. Und vielleicht müssen wir genau das Gegenteil machen. Das Spiel ging davon aus, dass ich das Gegenteil von dem mach, was mir gesagt wurde, weil mir ja gesagt wurde, dass ich keinem von der Gruppe mehr vertrauen kann. Ich hätte also auf die hören sollen, um zu überleben, weil das das Gegenteil vom Gegenteil war. Hab ich mal angeguckt? Wer war das, Mark? Das macht mir echt ne scheiß Angst. Himmel. Nie im Leben hatte ich jemand in den letzten paar Stunden gebastelt. Okay, das ist nur noch abgefuckt. Was zur Hölle geht hier vor? Sollen wir raus? Was mach ich jetzt? Aaron. Oh mein Gott. Das ist so abgefuckt. Wir haben endlich ein Gruppenbild von uns. Ich bin auch mit drauf. Das war hier hinten, konnte man nichts mehr machen an der Tür, oder? Hörst du das? Schritte. Und sie kommen näher. Nur, mit uns hierher ein und zum Essen und haut dann ab. Das klingt ja so, als wenn da eigentlich... Kunran ist gescheitert. Hä? Bei mir steht da, Lukas ist gescheitert. Bei mir hat man aber gesehen, dass ich nicht gescheitert bin. Bei mir auch. Das hab ich mir ge... Ach, ich wollte... Woher soll ich wissen, dass man zuhaut? Moment, ich konnte jetzt aber aufzielen. Ich konnte auch zielen. Ja, und eben nicht draufzielen. Was ich sagen wollte ist, da versucht jemand, die ganzen Türen aufzumachen. Ich dachte, dadurch ist es wer Gutes. Weißt du, was ich meine? Ja. Du hast die ganze Zeit gehört, wie jemand an Türen gerüttelt hatte. Deswegen dachte ich eigentlich, dass das war ein gutes Gefühl. Warum soll ich zuhauen? Vor unseren Augen. Du, Matt? Es ist eine Falle. Er hatte eine Maske auf und ich weiß, wie das klingt, aber das ist kein Witz. Und jetzt ist sein Teil Aaron her. Wir müssen weiter. Hey, Moment. Wo ist Charlie? Weiß ich nicht. Ja, genau. Wir wurden getrennt. Wie wurden die nochmal getrennt? Er ist in die Fallschule gefallen. Ah, ja, du hast recht. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Wir fallen bestimmt werden. Körper. Tod. Scheiße, schalt das ab. Tod. 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 Was war das? Ein Auge. Das ist falsch. Ein Spaß oder von einem Tier oder so muss es sein. Nein, 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 nein. Niemals. Ach man, ich hätte Aaron gern durchgebracht. Eben, weil ich auf dich hören hätte sollen. Weil ich habe super viele Chatverläufe gesehen, zusammengeschnittene Tonaufnahmen, dass ihr alle nur lügt und so. Okay. Ach so, aber hier oben gibt es Empfang, was sehr interessant ist. Nicht viel, aber es würde welchen geben. Ich habe ein Handy gesehen hinter einer Glasscheibe. Ich vermute, dass hier Charlie in dem Raum ist, in dem er sterben soll. Kommt sie raus, sofort. Spielen wir verdammt. Jetzt haben wir den ganzen Abschnitt immer weniger, den wir spielen müssen. Wir reduzieren die Spielzahl. Ich bin bei Charlie übrigens jetzt. Ich bin auch bei Charlie, ja. Jetzt bin ich oben. Nicht mehr bei Charlie. Charlie ist tot. Achso, nein. Du bist Aaron. Ich sehe aber, ich sehe noch eine Charlie-Cutscene, aber wie er da runtergefallen ist. Okay. Ja. Ja. Ich muss sehr rasch. True. Ella ist immer gut. Wo bist du denn gerade? Also ich bin mit den dreien unterwegs. Moment, du kletterst da nicht hoch. Nein, nein, ich kletter nirgendwo. Achso. Nein, nein, ich will, dass die sich was angucken, nicht, dass die direkt was machen. Gucken, nicht machen. Machen erst, wenn ich bestätige. Hier ist doch eindeutig einfach ein Schlüssel. Ich weiß nicht, ob bei mir ein Bug ist. Warum? Ich habe unten rechts dieses Ladesymbol. Bekomme ab und zu aber mal diese Einblendung mit dem Stick, dass ich mich bewegen soll. Bei mir ist aber alles schwarz. Okay. Wobei ich höre aber Schritte. Dann warten wir vielleicht noch ganz kurz. Ich glaube nicht, dass das so soll. Ich weiß halt nicht, ob du auf mich wartest. Sozusagen, ob ich was machen muss. Deswegen, ich werde jetzt einmal kurz was sozusagen aufmachen. Und dann gucken wir, ob es bei dir weitergeht. Weil ich bin eigentlich in einem ganz kleinen Raum sozusagen. Ja. Und sonst müssen wir einmal neu starten. Ich glaube, es ist ein Bug. Okay, also ich wäre jetzt auch durch. Das heißt, bei dir geht es nicht weiter? Nein, bei mir geht es nicht weiter. Bist du pausiert gerade? Pausiert bin ich, ja. Ja, dann mach mal weiter jetzt. Na, jetzt laden. Damn, jetzt kommt dieser 5-Sekunden-Timer. Ja, jetzt geht es weiter bei mir. Ja, okay. Ist doch gut. Dann ist doch nice. Ich höre Steps und ich gucke mir trotzdem noch Bilder an. Habe ja nichts zu tun. Warum? Ist ja nicht so wichtig. Ich glaube, heute bin ich wirklich der Meinung, dass ich keinen einzigen Chart durchbringen werde. Ich glaube, ich werde immer genau falsch denken. Mann, und dabei habe ich Aaron beim ersten Mal so gut gerettet. Oh, shit. Ich kann jetzt Charlie retten oder nicht? Wir retten uns natürlich. Ja, wir müssen aber, glaube ich, neu starten. Warum? Ich kann mich jetzt wieder bewegen, aber es ist wieder alles schwarz. Okay, dann lass das lieber jetzt direkt machen. Weil bei mir würde, also ich habe eben gesehen, beziehungsweise es war einfach gespeichert. Speichert man? Man muss nicht speichern, ne? Hier ist nichts zu speichern. Naja, speichert immer, glaube ich, automatisch. Ja, ja, bei jeder Katze wahrscheinlich. Ja. Also ich hatte die Sequenz gesehen und ich vermute, in dem Moment, in dem es umgeschwungen ist, dass ich wieder spielen könnte, war einfach alles wieder schwarz. Und es war auch dieses Ladesymbol unten. Also ich bin auch im Keller bei mir und du bist im Weinkeller, ist das richtig? Ich bin im Weinkeller, ja, das ist leider richtig. Da musst du ready, Mann. Ja. Steht bei mir übrigens bei dir noch nicht, ne? Okay, jetzt. Alle jetzt töten, beziehungsweise retten oder nicht? Äh, ja, ich bin da. Puh. Super spannend. Das ist jetzt wirklich der beste Teil. Loll, er hat sogar, er hat, er hat ja wirklich vor drei Sekunden gespeichert. Oh Gott. Das hat mich gerade nachgedacht. Bei mir schwebt ein Kopf. Aber kommst du, kannst du weitermachen gerade? Weiß ich noch nicht, sehe ich jetzt gleich. Ja, ich kann weitermachen. Moment, Power on. Power ist gerade on. Wäre es nicht besser, wenn ich Power off mache? Nichts drauf? Theoretisch kann ich's machen. Oh shit. Rot 1, grün 9. Ja, ich hab nicht unendlich Zeit, ich weiß. Warte mal, ich muss mal ganz kurz, bevor ich's vergesse, muss ich's mitschreiben. Ich will nicht deswegen am Ende versagen. Musik ist immer gefährlich in dem Spiel. Okay. Ja. Genau, der Chat hilft mir und schreibt einfach auf. Bait. Fliechen Bait. Was würde jetzt logisch am meisten Sinn machen? Den Stromschalter nochmal umlegen oder diese komische Puppe begrüßen? Ja, aber welche Reihenfolge denn jetzt? Du bist auch durch die Luke, hm? Wenn ich's rausschaffe, lass ich dich abholen. Vielleicht geht die nächste Zahl weg, ich weiß. Oder der nächste Strich. Ach, das steht da drüber. Okay. Rot 1. Blau 8. Grün 9. Gäb 6. Hast du gerade was richtig eingegeben? Ja. Oh na. Aber. Jetzt bin ich eingesperrt. Und ich wurde, meine ganze Scene wurde geskippt. Dadurch, dass du das, glaube ich, schneller gemacht hast als ich, bin ich tot, glaube ich. Hätte ich das alleine gemacht, hätte ich vielleicht überlebt. Ich bin jetzt in dem Ofen. Ja. Nein, nicht. Nein, mach es nicht. Nein. Wie? Na? Hey. Hey, hallo. Ich bin hier. Hey. Ich hätte noch versucht, der Puppe das Feuerzeug aus der Hand zu nehmen. Na gut, ich sehe, dass bei dir schon Feuer ist, richtig? Ja. Aber anscheinend überlebe ich noch. Vielleicht kannst du da was machen. Aber da war gerade ein Cut zu einer anderen Cut-Szene. Ja. 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 Da war ein Cut, der zwei Cut-Szene miteinander verbunden hat. Ich hätte wahrscheinlich retten können. Es hätte eine Cut-Szene geben können, die mich da sogar noch raus holt, obwohl das Feuer schon an ist. Ja, ich hätte dich retten können. Was hättest du machen können? Also, Erin hätte ich auf jeden Fall retten können. Ich hatte einen Schalter, den ich ziehen könnte, aber da sind Flammen drüber. Wir verlieren echt alle dieses Mal. Das war übrigens die Szene, die ich gesehen habe. Ja, ja. Das war das. Ich hätte wohl auch immer rausgegriffen aus dem Ding automatisch. Ich hätte aber noch versucht, der Puppe das Feuerzeug aus der Hand zu nehmen. Ich glaube, ich hätte meinen Raum auch machen können, bevor du überhaupt fertig warst. Also, wenn ich schneller einfach durchgrannt wäre, hättest du, glaube ich, gar keine Wahl gehabt. Und was hatten Sie von Mr. Demets netten Animatoren? Weil ich meine ganze Szene wurde nicht gegeben. Ich halte sie für recht tüffig. Einige sehen sehr realistisch aus. Wo er wohl die Teile hernehmen mag. Es wäre nur fair. Warte. Warte kurz. Jetzt. Leute, ich möchte hier keinen Quatsch in den Kommentaren lesen. Das bringt uns einfach nichts. Die Entscheidungen werden getroffen. Es ist kackegal, wie es ausgeht oder nicht. Was denken Sie? Ja. Was machen wir? Äh, kein Hinweis. Nein? Tja. Ich will nicht stören. Das Spiel soll so enden, wie wir das ausgewählt haben. Egal, wie viele am Ende rauskommen und wie viele nicht. Manche Spiele von uns waren gut. Manche waren vergleichsweise schlecht. Ich fände es gut so. Es ist doch egal, ob alle am Ende überleben oder nicht. Das sind die Entscheidungen, die wir getroffen hätten. Ist doch, also deswegen will ich hier keinen Quatsch im Chat lesen. Ah, ich wollte Cutscene skippen, aber... Der Ton stimmt schon mal wieder. Der Ton ist zumindest jetzt nicht über die Kamera. Ich muss auf jeden Fall vor ihr hier durch, weil sie hält mich sonst fest. Ja, ich bin jetzt direkt hinter dir. Ist das dann so klug? Wir haben keine andere Wahl. Nein, jetzt hält sie mich hier fest. Wenn es dann nicht funktioniert, würde ich wahrscheinlich tatsächlich einfach mal das Kapitel davor laden. Ne, ne, ich glaube, ich weiß jetzt wo. Also bei mir sagt sie zu dem Blut hier erstmal gar nichts. Hier ist mit dem Rubberband. Ne, diesmal ist auch nicht rubberbandet da. Ich kann diesmal, konnte ich raus. Was zur Hölle? Achso, übrigens, immer wenn Musik läuft, äh, das ist diese Musik schon wieder. Äh, wir sind gerade an einer Szene, wo wer sterben kann. Also jedes Mal, wenn diese Musik läuft, äh, war das eine der, der Todesdinger. Ja, ich glaube, ich sehe es. Wo es weiter geht. Da. Das heißt, das hier ist alles egal. Wir hätten auch gerade weitermachen können. Ich habe jetzt erst den Brief aufgehoben. Jetzt kommt die Cutscene. Wisst ihr, wer ist? Geh an die Tür ran. Es wird nichts passieren. Am Pool. Rechts hier kannst du wahrscheinlich rum. Hier. Ja. Wir hätten wahrscheinlich echt eben schon reingehen können. Ja, die Musik hätte ich hier hingeloggt. Die gerade war halt, ich dachte, die kam von unten, weil wir sie ja nicht richtig gehört haben. Die Musik sagt ja immer, wo du hin musst. Und danke, Chad. Darf ich jetzt? Keep walking around. Ja, jetzt darf ich mich verwegen, okay. An alle Gäste mit Grabe Handlung. Bitte versammeln Sie sich bei den Türen am Empfang. Nee. Oh. Hilf mir mal. Ich kann es mir auch mal nicht helfen. Ich glaube, wir kriegen dieses Ding kaputt. Nee. Also, weil ich erst an die andere Tür wollte. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Eins. Los. Ja, wir machen aber auf natürlich. Ja. Ich wollte... Ja, ich... Ja, auf die Janne ist mir eh zu gewesen. Also, da bin ich mir 100% sicher. Wir kommen zurück. Bleibt da. Beeilt euch. Ich... So. Jetzt müssen wir das Rätsel nur lösen. Was? Ist das eine Sauna? Ja. Das steht nicht im Skript. Ich... Okay. Okay, guck dich genau um. Das ist alles schon die Falle. Der ganze Keller gerade war eine Falle. Alles, was ich im Keller gemacht habe, war relevant. Okay. Also, für mich nicht, weil du schneller warst. Aber ich hatte auch Hebel zum Ziehen. Und ich habe sogar manche Sachen nicht anpacken dürfen, so ungefähr. Ich kann ja nix machen. Also, ich habe nur nichts gesehen. Hier kann man wahrscheinlich... Oh, oh Gott. Vielleicht hätte ich noch nicht drüber gehen sollen. Grandson, du... Nee, ich bin nicht drüber gegangen. Bin links drüber gegangen. Dann warte ich hier mal kurz. Ich habe eine Visitenkarte gefunden. Jetzt läuft ein Tape. Nicht zu den Tapes erstmal gehen. Das ist auch der Raum, in den es geht. Ich bin nochmal zurückgekommen. Naja, hier links. Da geht es dann los. Also, ich war eben schon mal kurz drüber gesprungen. Ja. Oben rechts ist ein Lautsprecher. Ja, ich höre wieder Sound. Ich weiß nicht, ob ich zum Sound gehen will. Jesse schreibt, ich kündige mit sukurtiger Wirkung. Wenn du das hier liest, werde ich die Insel bereits verlassen haben. Such nicht nach mir. Ich kündige mir Reiz, Monika. Hinten liegt auf jeden Fall. Wahrscheinlich eine Puppe. Ja. Noch nicht vielleicht hingehen. Ja. Hier ist auf jeden Fall eine Tür. Da kann man sich ansehen. Das ist die Tür, wo wir reingeguckt haben. Stimmt. Ich drücke einfach mal. Kann eigentlich nichts passieren. Noch mal Musik. Ein Bauarbeiter. Das ist vielleicht ganz wichtig, weil wir hier zu zweit drin sind. Das ist dieser erste Killerraum, was... Also erst habe ich eine Krähe wegfliegen gesehen und dann war der Mann mit dem Hut wieder da vor der Tür und ist vorbeigelaufen. Den habe ich aber nicht gesehen. Ja. Die Krähe habe ich nicht gesehen, aber den Mann mit dem Hut. Okay, pass auf. Das Wichtige... Jetzt zoomt bei mir nochmal da drauf. Das ist wieder komisch. Nee. Er hat bei mir jetzt wieder drauf gesumt, ohne dass ich was gemacht habe. Ich stehe auch jetzt wieder dran. Okay, pass auf. In dem Raum hier sind zwei Tonbänder. Einer hat sich erhängt und einer liegt da hinten auf dem Tisch. Ja. Dadurch, dass wir hier zu zweit drin sind, müssen wir jetzt wahrscheinlich auch zusammen die Entscheidung treffen. Oder einer kriegt hier oben die Infos. Ja, okay. Wir können halt diese Tonbänder aber anklicken. Das ist hier etwas, was wir einfach raten müssen. Sollen wir uns die Tonbänder anhören oder sollen wir erst hochgehen? Ja. Kürzt ist das mit den Tonbänder festgelegt. Das war mir noch gar nicht so aufgefallen, muss ich gestehen. Die Tonbänder sind wie bei Saw. Kennst du das so? Mander, das ist dein Tape. Du hast die Leute betrunken, bla 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 bla. Und jetzt, wie viel ist dein Leben wert? Okay. Das Spiel beginnt jetzt. Oh nein, da war eine Zahl auf dem ersten Ausweis. Geh nochmal zurück. Geh nochmal zurück. Nein, Quatsch. Nein. Das ist nicht der. Das war nur eine Visitenkarte. Das bringt nichts. Der im Pool hatte eine Zahl. Ach, scheiße. Elf, sagt der Chat. Elf. Der hier hat eine Neun. Und der ist irgendwas mit Clark, der im Pool, glaube ich. Glaube ich. Oh, ich weiß es nicht mehr. Aber sie hier hat eine Neun. Das heißt, der andere hat auch noch einen Ausweis. Äh, Laura Murphy ist die Neun. Und hat eine Step Wound. Das war das, was als erstes gezeigt wurde. Rechts an der, unter der Brust. Das ist vielleicht noch wichtig. Neun. Stich an der Wunde. Laura. Ja. Und den Namen, ja. Er hier. Wurde erhängt. Offensichtlich. Und der Ausweis. Frank. Und Frank ist die Zehn. 19 und 11. Das sind, ja, das sind die ganzen Bauarbeiter hier. Das sind die ersten. Ja, aber dadurch, dass sie eine Zahl drauf haben, denke ich, dass wir gleich irgendwas aussuchen müssen. Auch die Todesart. Wurde der eine erschlagen? Der erste, an dem die Decke drauf gefallen ist? Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Das haben wir mir nicht angeguckt. Aber wir hatten noch einen. Wir hatten noch den mit der 178. Ja, aber war das auch so ein Bauarbeiterausweis? Ich denke, es geht um die drei. Ja, ich denke, das ist das, was wir gleich wissen müssen. Die drei. Okay. Ey. Also 19 und 11. Laura. Frank, glaube ich, war dabei. Okay. Da ist noch ein Bauarbeiterausweis, das werden mehr. Oh nein. Wir sind fünf. Das ist wirklich gut. Ich habe das auch nochmal bekommen, weil ich habe auch so schon den Job mitbekommen gehabt. Sie, Monika. Also Monika heißt sie. Sie wird die acht oder die sieben haben. Das heißt, die acht werden wir auch noch finden. Monika wurde weggezogen oder sowas. Also sie war noch am Leben. Sie wurde hier reingezogen. Nur falls der Mord, also wie sie gestorben ist, auch wichtig ist. Aber sieben Monika. Hier war es in dem kleinen Gang. Das heißt, die acht fehlt noch. Bitte lass es auch nur noch die acht sein, sonst wird es viel. Die Tür hier ist zu. Ich bin runtergesprungen. Links und rechts ging nichts weiter. Hier wird noch eine Leiche liegen unten. Oder Also ich habe hier ein Waschbecken. Oh ne, eine Münze. Die nehme ich mit. Ich hätte eben eine Zehner Münze. Ja, aber ja, nur eine eine. Mit dem Blitzlicht ist... Ich stehe meistens im Schwarzen und klicke einmal das Blitzlicht an und... Oh, ich kann nicht hochklettern. Oh Gott. Hier unten ist auch nichts. Unten nichts? Du bist so hochgeklettert. Hier in irgendeiner Ecke. Ich muss den nicht da. Ja, war schon richtig. Der, der ich direkt daneben war, ging weiter. Bin ich wieder runtergefallen? Ja. Wo ist jetzt... Wo bin ich hin? Da. Genau, und jetzt links von dir. Wieder runtergefallen, glaube ich. Ja. Ja, da hoch. Über so einen Steg drüber? Ja. Dann wieder runter und direkt wieder hoch. Da kann ich hoch. Nein, nicht wieder rum. Das ist doch eine Sword-Tür, wie lustig. Eine Game-Over-Tür. Okay, da kann ich in der Wand lang. Mach's das gut, Conan. Ja. Es ist halt irgendwas abgebrückelt. Ich dachte schon kurz, ich fahr jetzt runter. Mark, hilf mir hier bitte gerade mal. Kann nichts machen? Ich hoffe... Okay, kannst du ihn kommen, ne? Ich hab die Tür nämlich... Alter. Ach, einer wird hochheben und der andere geht runter. Scheiße. Oder hast du es nicht geschafft? Ich weiß es nicht. Kann sein, dass ich es nicht geschafft hatte. Ja, ja, und Schiss. Ja, und vor allem, ich halt einfach weiterhin meinen... Ja, halten ist einfach halt stimmt. Nein, nein, ich halt weiterhin meinen Blitz in der Hand bei mir. Ach so. Ich hab die Tür mit einer Hand gehalten. Er ist einfach Hulk. Die 8 fehlt uns noch. Mindestens. Da unten ist die 8. Nee. Gar nicht. Das ist der... Der hängt da, ja. Ich muss warten, bis du vorbei bist. Habe ich jetzt? Ja. So sind auch die Spuren da unten entstanden. Ja, da muss man sich ganz auf den Bauch legen. Kann man doch nicht... Jetzt ist es wieder gleich soweit. Das ist der Raum, glaube ich. Ja, ja. Das ist der... Links ist ein Käfig und Co. Also jetzt sind wir da. Das ist der letzte Checkpoint. Da stehen sie alle vor dem Ding. Das ist so eine Thor-Falle. Bist du bereit? Ja. Ja. Ich hoffe, dass der Chat ein paar die Infos ein bisschen noch für uns hat. Sei still. Nein. 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 Bitte sei still. Oh, Moment. Das wird... Ich glaube, die werden selber... Wir können es nur untersuchen. Wir werden es uns angucken müssen. Was zum Teufel? Was ist das? Ist das eine Art Botschaft? Er wird uns Angst machen. Oder uns was sagen. Das könnte die 8 sein. Und die Person, die weggezogen worden ist. Ja, wir gucken mal, ne? Ja, mach mal. Der eine steht auf einer Druckplatte. Stimmt. Da sind wir es runtergefallen, oder? Ja, die Karte wird dann noch rauskommen. Also der Schlüssel und die Karte. Also das Ding kann mir jetzt nicht irgendwie eine Kette anlegen. Schlüssel zum Spa-Master-Schlüssel. Also der Generalschlüssel. Da liegt noch die Karte auf dem Boden. Soll ich sie aufheben? Ja, ja. Das ist die 8, oder? Brian Hart. Echt? Ryan Hart? Brian Hart. Ah, Brian. Okay. Ne, Ryan. Mit R. Wie Richard. Die 8, ja. Liegt sie auch einfach wieder dahin. Brian Hart. Gut, das haben wir uns ja gedacht. Aber warum hat er jetzt gezogen? Also was wäre denn passiert, wenn sie stehen geblieben wären? Ich hätte, also wahrscheinlich, was man, ich weiß ja eh nicht viel, ist ja eh Panik-Situation, whatever, alles mögliche. Hab's, du bist ja eh nicht klar denken können. Weißt du, was wir jetzt nochmal suchen können, ist wirklich mit der Kette in die, in die, in das Sägeblatt zu gehen. Also nach unten sich beide zu ducken oder so. Gut, im Zweifelsfall hätte es dann die Kette mit rumgerissen und hätte das Genick gebrochen. Ja, wahrscheinlich. Also, hätte wahrscheinlich sowieso nicht geklappt. Ja, oder natürlich, beide Ketten wären näher rangekommen. Ja. Guck mal, da drüben. Wie ist sie eigentlich? Achso, sie ist da oben geblieben. Ja, ja, klar. Man könnte sich auch mal kurz rufen. Hallo, wir sind hier. Guck mal. Sie haben auch keine Anzeichen gemacht, um uns zu suchen. Nee, nee. Wobei, wir haben gesagt, sie sollte abbleiben, oder? Ja, wahrscheinlich. Haben wir eine Münze gefunden. Ja, gut, okay. Ja, wir können wahrscheinlich hier wieder runter? Nee. Ich glaube, hier ist einfach eine Tür. Ja. Oh Gott, das ist aber auch ein schlechtes Zeichen. Ja, wir haben heute den Infos noch nichts gemacht. Wir haben nur geguckt. Wir waren selber noch nicht in der Falle. Hier, das Ding wegmachen. Der Moment, dass sie übrigens da oben steht, macht gar keinen Sinn, oder? Doch, doch, wir waren oben und sind in der Falltür nach unten gefallen. Ah, ja, okay. Kate. Wir sind okay. Weil sie müsste doch dann da sein, wo der Hutmann stand. Aber der ist ja weiter unten gewesen. Nichts wie raus hier. Marc kann immer noch die Teleportation. Ach, die Tür. Da, wo das tote Tier reingezogen wurde. Ja, genau, das Tier. Zahl ist auf 182. Er hätte aber auf 183 sein müssen, weil der eine Morello gestorben ist. Wenn das nicht eine Puppe war. Und dann wir beide. Die beiden von uns. Oder jetzt ist Zimmer 182 dran. Weil, du sagst ja, der eine war 180. Ja. Ich weiß nicht, wer 181 ein Zimmer hatte. 181 war unser Chef. Ja, wer war 180? 180 war Aaron. Ja, wenn das so wäre, dann könnte es sein, welches Zimmer dran ist. Ja, stimmt. Wieso? Wieso tut er das? Wieso hat Holmes all das getan? Wieso machen all die Killer, über die wir berichten, diesen Scheiß? Kinderstube. Trauma. Sie sind so hart. Ich habe ihn gesehen. Von wahrscheinlich ein Atem-Event. Ich weiß noch. Ich weiß noch die Nummer von der, die du spielst. Welche? Die ist die 183. Also er ist von links nach rechts gelaufen. Er ist hier lang gegangen. Er kam von hier, ist aber zu wieder. Und das ist natürlich der Musikraum. Also Musik gleich Action. Hier ist auch nichts. Ich mag es einfach weg. Der ist unsichtbar wahrscheinlich wieder. Der hat echt Glück. Leute. Hier drüben. So, jetzt sind wir in diesem Patientenraum. Jetzt kommt wahrscheinlich das Rätsel von gerade. Heilige Scheiße. Ist das? Wir wissen nicht, was es ist. Ich check die Tür. Ihr seht euch um. So, der Heartbeat-Sensor. Heartbeat, Heartbeat. Wer ist dabei gestorben? Ich hatte eine Vision. Glaub meine. Und du hast irgendeinen Stuhl umgedreht. Und dann ist der Heartbeat-Sensor auf null gegangen. Ja. Hier ist wieder so ein Glaskasten. Kann sich das angucken. Ohne, dass ich mich da direkt drauf schnalle und sterbe. Nur gucken. Ansehen. Da steht Ansehen. Was zum Teufel ist das? Was war das hier in der... Oh, oh. Warst du an dem Kasten hier dran? Nee, ich hab mir gerade nur den Dingens angesehen. Ich seh dich. Du stehst bei mir im Türrahmen. Nee, ich spiel die andere. Ach so, okay. An dem Kasten war bei mir nix drin. Oh mein Gott. Okay, nun. Muss ich da auch nicht nochmal dran gehen. Hier hinten könnte dieser Rollstuhl stehen, wenn ich umgedreht... Ja, das ist der... Das ist der Stuhl, den ich umgedreht hab. Hinter dem Ding rechts. Das gehört ihr. Ja, das kann man ansehen. Ja, aber ansehen könnte auch schon Action sein, ne? Ich hab hier Arins Audio-Gerät. Da sitzt jemand drauf aktuell. Ja, ja, ich weiß. Genau, das war auch so. Und meinst du, da sitzt Aaron noch drauf? Also das da ist Arins Gerät. Aaron, also es kann sein, dass Aaron lebt. Ja, dann wird das Aaron sein. Hast du Arins Todesanimation gesehen? Nein, nein. Ich bin... Also bei mir war das Bild weg, nachdem ich dir was gesagt hatte da an der Stelle. Aaron hat halt ne Spritze ins Auge bekommen. Ich hab hier noch ne Kiste. Achso, die meinte ich. Achso, die Kiste. Ich dachte, du meinst den Glaskasten. Achso, da wärst du dran gewesen. Also ne Kühlbox. Was war da drin? Eingeweide? Alles. Okay. Wie gesagt, ich glaube, also erstmal, wir müssen wahrscheinlich da rangehen. Außer wir können... Ja, warte, ich kann mir noch den Heartbeat-Sensor angucken. V1, Adult, es ist Montag. Alarm ist an. Herzschlag gerade. 79. 79. Sollen wir mal machen? Bleibt ja nichts anderes übrig, oder? Warte mal, noch nicht. Ich bin dran. Ja, okay. Ich kann aber noch... Also ich stehe noch hier. Bist du ready? Nee, nee. Ja, ich war nur auch gerade in der Animation. Ich hatte ein bisschen Angst, dass wir nicht auch in der Animation sind. Warte mal, da liegt noch... Nee, zu spät. Das links hab ich gesehen. Das sieht aber nicht aus wie... Hier. Ich hab sie. Oh, da sah Aaron so aus. Lange her, ich kenn sie gar nicht mehr. So, Achtung jetzt. Ich muss drehen. Ich kann sonst nichts machen. Kannst du wieder weggehen? Nein. Ja, dann... Es ist ja auch nicht klar, ob da diese Dingens... Dass das eine Vision war. Vielleicht explodier ich oder sonstiges. Ich kann nichts tun. Ich kann auch nichts machen. Ich sehe, wie du an dem Stuhl stehst. Ich stehe hinter dir quasi. Entscheidungen getroffen, whatever. Ist ja egal, oder? Ja, komm. Achtung. Also sie wird... Egal, was ich mach, sie wird wahrscheinlich sterben, weil der Hardbeat-Sensor ist auf null gedroppt, als ich das gemacht hab. Ja, ja. Das Einzige, was wir machen könnten ist, fairerweise, dass wir... Ich hab ja noch nichts getan. Ich würde neu laden. Also... Wir sind ja direkt hier, oder? Weil es gibt noch eine Möglichkeit, die ich machen würde. Und ich hab... Ich möchte hier abbrechen. Also ich möchte ja nicht drehen. Ja. Weil ich weiß ja, dass der Hardbeat-Sensor auf null geht. Ja. Aber ich komm grad aus dem nicht raus. Lass mich... Lass mich mal... Lass mich eine Sache versuchen. Ja, ja, ja. Ich glaub nicht, dass Kunran ran muss. Ich glaub, ich muss dran und das R2-Drücken gar nicht machen. Aber ich weiß nicht, ob man weg kann. Ne, das ist keine Schiebung. Das Spiel sagt ja, ich kann nicht los, dass meine Hand klebt jetzt da fest. Meine Hand klebt da nicht fest. Das Problem ist, die Charaktere in dem Spiel, die gucken nicht, die machen super gefährliche, tödliche Falle ansehen. Ansehen ist dann Kopf reinstecken. Und alles anpacken, was so an Knöpfen da ist. Das ist ansehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch vielleicht einfach schon zu spät ist. Ne, ne. Es gibt eine Sache, wo ich vielleicht noch zurück... Also erstmal, es kann sein, dass wir nichts machen können. Also, dass es eh keine Optionen gibt. Ne, das mein ich. Aber es gibt einen Moment, wo ich vielleicht zurückgehen könnte. Hier, ich hab sie. Und das ist... Das kommt jetzt. Direkt. Das ist sogar perfekt von der Cutscene her. Und wenn es nicht geht, dann dreh ich um. Und zwar kann ich jetzt... Ich drücke jetzt nichts. Aber ich glaub, hier muss ich schon. Ich kann nichts... Ich kann auch da nichts tun. Nein, nein, geht nicht. Ich kann nichts machen. Okay. Dann bist du bereit? Du stirbst jetzt. Vielleicht muss ich in die... Vielleicht muss ich in die richtige Richtung drehen. Nein, okay. Drehen wir nach rechts. Der Hardbeat ist noch... Doch, der ist auf Null. Also der Piep... Äh... Bombe! Oh, das ist... Das ist ein Angstlied. Ja, ihr könnt weg vom Piepen. Immer weg vom Piepen. Da ist eh nichts mehr zu machen. Aber vielleicht explodiert auch was. Jamie, warte. Wie warte? Was willst du machen? Ja, wo willst du hin? Willst du raus? Ja, wo willst du... Bei dem Anderen stehen bleiben? Also... Du musst dir nicht noch die Augen zumachen. Da kommt doch wer. War da nicht was? Ich hab nichts... Ich hab nur gesehen, wie... Also ich hab ihr die Decke wieder übergelegt. Ja, und ich dachte, hinter dir stand noch wer. Okay, das hab ich nicht gesehen. Das ist keine Angst, die... Das tut mir so leid. Das singe ich, damit mir nichts geschieht. Du jetzt nicht so, als würdest dich interessieren. Hey, konzentrieren wir uns darauf, hier wegzukommen. Dann könnt ihr streiten. Jemand einen Plan? Vergesst seine Spiele, Fallen und den Mist. Denkt an die Killer in unseren Berichten. Sie haben alle eine Schwäche. Wir sollen ihn also zum Tee einladen und analysieren. Nein, wir sollen unser Hirn benutzen. Wir können ewig mutig sein. Naja, also man könnte in dem... Aber wenn wir hier sterben, ist das egal. Ich spiele nicht die Detektivin. Ich will überleben. Detektivspiele werden uns retten. Spielen wir seine Spiele, gewinnt er. Wir müssen schlauer sein. Er will die Gruppe nach und nach trennen. Das dürfen wir nicht zulassen. Wartet. Er könnte uns gerade zuhören. Wo sollen wir hin? Zurück zur Fähre. Die ist doch schon weg. Sie hängt an der Kette, vielleicht lässt sie sich holen. Vielleicht reicht mir nicht. Der Leuchtturm. Das hört er doch gerade auch. Das hätte man auch. Ich würde ihm jetzt irgendeine Lüge erzählen. Über den See patrouillieren Polizeiboote, oder? So weit draußen? Leuchttürme sollen kilometerweit zu sehen sein. Nimmst du das hier auf? Ohne Beweise wird uns niemand glauben. Du willst, dass ich aufzeichne, wie ihr uns töten will? Und die Leichen. Für die Cops. Also ich wäre auf jeden Fall, glaube ich, durchs Fenster schon lange abgehauen. Die Hände bewegen sich wieder. Weil selbst wenn da, sage ich mal... Nein, jetzt nicht. Renn doch nicht. Wir müssen zusammenbleiben. Döse. Kate. Warte. Wir müssen schlauer sein. Ja, super. Ihr seid so dumm. Meine Güte. Jamie. Nein, 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 nein. Fuck. Fuck. Ich bin keine Laborrate, mit der man spielen kann. Ah, okay. Ich weiß zumindest wieder, wo ich bin. Aus den Fenstern kommt man jetzt... Bitte sag mir, dass Ansehen nicht reingreifen ist. Und was jetzt? Ja, ich glaube schon, dass Ansehen in dem Spiel wirklich... Oh nein. Wie wäre es mit nicht reingehen? Ich war nicht drauf vor, wo er gerade... Äh, ich gucke noch mal woanders. Das ist der Raum, in dem Aaron einge... Okay, ich muss... Vielleicht rettet mich das. Erstmal ne Münze mitnehmen. Ach, scheiße, dieses Rätsel hattest du gemacht. Wie ging das mit dem Stromkasten? Im Strom? Ja, du musst einfach nur den Pfeilen folgen und aufpassen, dass wenn du die Pfeile in die... Also, manchmal gehen zwei Pfeile aufs selbe Feld. Ja, und was machst du, wenn ein... Wenn for the last time do not pull the main switch... Was ist der main switch? Und was ist, wenn Pfeile in mehrere Richtungen gehen? Also, ich hatte es nur... Ähm... Dass am Ende zwei Pfeile auf eins gingen. Dann musste ich erst die beiden, die auf das Zeigen machen. Und dann nach das letzte davon. For the last time do not pull the main switch until we get someone out... Okay, das ist ja erstmal irritant. Moment, also es gehen mehrere Pfeile bei mir in unterschiedliche Richtungen. Ich würde fast hier anfangen. Aber was bedeutet das, wenn ich nicht ziehen soll? Den? 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 Aber das ist ja... Für mich ergibt das keinen Sinn. Oh Gott, ich verstehe es gerade noch nicht. Ähm... Da hin und L und runter. Nochmal aus. Oder? Denk mal, Kunal, wenn du irgendwo chillen kannst, dass nichts gerade passiert, dann würdest... Dann wär's nice, wenn du kurz wartest. Dann denk dran, wenn einer von uns so früh fertig ist, passiert was. Äh... Drück ich den oder drück ich den nicht? Drück ich dann nicht eh alle? Wenn ich hier anfange, gehe ich ja runter zu dem. Dann gehe ich zu dem. Dann gehe ich zu... dem. Dann gehe ich zu dem. Dann gehe ich wieder zu dem. Dann bleibt der eine ja aus. Ja, das war schon mir schon klar. Ich würde den Pfeil nach... Ja, aber das geht ja nicht, wenn du keinen Anfangpunkt hast. Den Pfeil nach funktioniert ja nicht, wenn ich nicht weiß, bei welchem ich anfangen soll. Machen wir die, die nur weggehen. Das ist der und der. Wenn das mal nicht schief geht. Dann geht der nach da, nach da, nach da, nach da, und der geht in beide Richtungen. Was mit der Kamera ärgert mich? Reicht nicht, nicht genug Strom ist gut. Bist du wirklich tot? Ne, 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 ich muss, ich habe die Wand nur ein kleines Stück aufbekommen. Hier ist ein dunkler Raum, ich weiß nicht, ob ich schon reingehen soll. Warte, ich habe relativ lange gebraucht für meinen Rätsel, lass mich wenigstens noch einen Gang lang laufen. Es ist nicht ganz dunkel. Beschlossen, abgeschlossen. Also ich musste auch noch kein Rätsel machen, also so ist es nicht. Ja, mein Rätsel hat aber, also meins hätte schneller gehen können. War mir die Quelle an den Punkt. Ich kann die 183 öffnen. Das ist mein Raum? 183 ist der Raum von, das ist jetzt nicht wahr, oder? Ja, von, von, von ihr. Mein Raum wurde durchsucht. Geht jetzt in den Raum trotzdem mal rein, weil ich glaube, dass genau da passiert noch nichts. Wird man vielleicht sogar rausgehen können. kommt jemand. Ich brauche ein Versteck. Zur Hölle. Rot ist immer schlecht. Da lag noch was. Was kannst du gerade machen? Ach naja, wir sollten ja... Ich bin in der Sequenz. Ja. Ich hätte, ich habe was, was ich eigentlich nicht betätigen will, aber ich glaube, das ist halt das Spiel. Das Spiel ist es nicht, die Fallen zu umgehen, sondern die Fallen zu gewinnen. Also, ich bin mir... Können wir den nicht mitnehmen? Also, ich muss in den Killerraum. Ich habe keine andere Wahl. Chat, einmal bitte ausschreiben. 72,93. Ich hoffe mal, du brauchst das jetzt nicht, aber wobei dann... Oh, was zur Hölle. Dankeschön. Mark! Bist du gerade Mark? Ja. Laufst du gerade in der Werkstatt rum? Ja. Hm? Oh, warte. Das ist vielleicht... Ich darf es dir nicht sagen. Das ist das, wovor ich am Anfang schon Angst hatte. Ist das sonst nichts mehr, oder? Der Barmensch wird einfach nur die Nummer gewesen sein. Scheiße. Hier sind überall Kameras. Mir bleibt nichts anderes als dann die Tür hier übrig. Oh nein, mein Spiel geht los. Ach, und ich bin auch in dem Gang. ja, mein Spiel startet. Wird einmal ausschreiben, bitte. Danke. auch die ganzen Infos. aus dem Leiter aus dem Leiter aus dem Leiter. Dasselbe Bild als Gemälde. Und schüttelig... Ja, das ist wirklich Saw hier. Die zwei Sachen und ein und dasselbe. Ist hier kein... nicht nicht sehen Sie mich nicht so an. Sie wissen nicht aufrecht. Da sehe ich was? Sie verstehen. Ja. Ich meine, Sie verstehen. Wo? Da? Die Illusion zerstören, dass wir die Zügel in der Hand haben. Denken Sie an Ihre tiefgründigste Tat. Das Schönste, was Sie je erschaffen haben. Und ich verspreche Ihnen, all das ist nicht im Vergleich zum Gefühl, jemanden zu töten. Die Angst des Opfers zu sehen. Die verzweifelten Versuche zu fliehen. All das Betteln. Fliehen. Der Augenblick. Wenn jemand merkt, es ist vorbei, dann schmiert man es. Das ist wahre Kunst. Das muss man sein. Ein Künstler. Ein Bildhauer. Ein Architekt. Darf ich jetzt loslassen oder nicht? Was ist los? Ich bin hier. Ich muss noch ein bisschen auf dich warten, glaube ich. Ich glaube, du nimmst wieder Einfluss auf meinen Part. Oh Gott. es ist bei mir so, dass ich auf Kundan warten muss, deswegen ist diese Talk-Sequenz so lang. Das war bei Aaron auch so. Okay, es geht los bei mir. Ich hoffe, du kannst mir was helfen. bei mir startet auf jeden Fall eine Sequenz. Gutes Versteck. Ich glaube, der kriegt uns nicht. Er will uns gar nicht kriegen. Ich bin jetzt bei ihr. Ich bin bei Kate. Kate. Ja. Kate ist die mit den roten Haaren. Sie haben beide da, oder? Ich glaube, jetzt bin ich Jamie. hier rein. in den Todesraum. Gott sei Dank. Was zur Hölle ist das? Ein Spionsspiegel. Das ist ein Raum für kleine, perverse Spanner. Dymid beobachtet uns. Er schleicht in den Wänden herum. Also, dass sie überhaupt noch denken, dass es Dymid ist. Nicht leibhaftig. Aber auf einem dieser Bildschirme hier. Gott sei Dank. Ich war schon fast krank vor sich. Vielleicht ist der der uns abgode oder auch ein anderer. Also, Dumet ist das glaube ich nicht. Wenn das Dumet wäre, dann könnten die ihn auch einfach verprügeln, anstatt sich immer vor dem zu verstecken. Die eine hatte einen Schraubenzieher. Das wäre jetzt doch die Chance gewesen. Bring doch den Killer um, dann musst du doch keine Sorgen mehr machen. Ja, holy shit. Scheiße. Was ist das hier alles? Er hat Videoübertragung, Aufnahmegeräte, ein Mischpult für unzählige Mikros. Er sieht einfach alles. Nicht nur das. Hier kommen Leitungen zusammen, Schalter, Hydraulik, Strom, alles. Von hier aus steuert er das ganze Gebäude. Wie weit geht das runter? Das ist alles verbunden. So spuckt er durch das Haus. Charlie wird sagen, er hat eine gespaltene Persönlichkeit. Ja, nein. Was hast du gemacht? Ich habe mir ein Bild angeguckt. Was ist das? Wir haben ihn sterben sehen. Das war ein Trick? Es gab keinen Hausmeister. Aber da trug jemand eine gelbe Jacke mit unserem Zeug. Das war dann wohl Mr. Demet. Nein. Wie denn? Es ist ein Fehler, ihn als irre abzutun. Er weiß ganz genau, was er da tut. Nur tickt er anders als der Rest von uns. Das ist nicht irre? Da ist ein Tafel mit Namen. Guckt auf. Er beobachtet uns seit unserer Ankunft. Äh, Charlie war Bedroom, also, wo wir gerade sind. Mark ist im Basement. Irre heißt irgendwie außer Kontrolle. Jamie war im Korridor. also methodisch alles. Und ein nördlicher Korridor. Warst du hier drüben an der Tastatur schon? Er trägt die Maske einfach als Teil der Vorstellung. Kann höchstens sein, dass er sich bei was unsicher ist und dass sie ihm selbst vertrauen sieht. Ist das so eine Disc oder was? W. Äh, Police Officer mit schlechte Erziehung kann durchaus ein Faktor sein. 4. März 1837. Klausiger Vater mit Sicherheit auch. Oder Onkel. Eigentlich alle Erwachsenen. Hier ist was. Danke, Brandon. Ich habe unsere Herstellung angewiesen, weiterzumachen. Wir werden, wie versprochen, in jeder Phase mit Fokus über die Fortschritte auf den Laufenden halten. Äh, äh, also die Texte zu lesen macht natürlich schon ein bisschen was aus, aber hier wird auch ein bisschen was bestellt. Ja, das habe ich häufiger gesehen. Hier geht es höher und runter. Runter oder hoch? Ich gehe gerade runter. Wir werden trotzdem keine Mörder. Abgesehen von der ungesunden Obsession mit H.A. Cholmes? Er kopiert ihn. Ganz klar, er identifiziert sich mit Holmes. Ich weiß nicht, ob oben lang vielleicht auch smart wäre, weil wurden wir schon mal Cutscene-mäßig getrennt? Also so getrennt? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich werden wir mal getrennt, weil das Spiel das will. Ja. Dann gehe ich hoch. Warte mal da was. Das, das ist alles über mich. Scheiße. Okay, also hier stehen Daten über uns drin. Also das sind einfach Daten zu den einzelnen Leuten, die hier drin sind. Hast du gerade ein Tape abgespielt? Ja, ja. Hast du auf das Tonband gedrückt? Nee, es war nur ein, also es war ein Abspielgerät. Ja, ja, genau. Das ist, das ist immer schlecht. Hier geht's weiter. Hier, wo wir herkommen und wo es wir gearbeitet haben. Also der weiß alles über uns. Also auch schon vorher. Bei mir geht's weiter. Ja. Das siehst du hier auch. Hier sind diese vielen Pfeile dran. Wir sind nicht die Ersten, oder? Das haben wir schon gedacht. Sag, wenn du unten das hast, dann würde ich einfach weitermachen, oder? Die kannst du nicht. Die Pfeile bedeutet, dass wir zu zweit dran müssen. Ach so, okay. Ich komme sofort hoch. Ja, also er sammelt hier halt natürlich Infos über alle. Also über alle, die hier schon mal waren. Ja. Also auch schon vorher, wo die Gaberhild haben. Wir haben einen, der hat ein Taxi-Unternehmen gehabt. Er sucht sich seine Ziele bewusst aus. Das ist kein Zufall, wen er hier holt. Können wir mit dem Zeug hier rauskommen? Vielleicht können wir die Fenster im Foyer öffnen. Bin auch da. Also ja, theoretisch müssten wir ja von hier alles steuern können, aber... Ja, aber dafür müssten wir natürlich das Ganze auch verstehen. Das stimmt. Wenn wir Englisch reden, versteht er uns eigentlich. Das hier. Damit bewegt er Wendor und macht seine Tricks. Nichts in diesem Drecksloch ist echt. Er kontrolliert alles von hier aus. Das ist eine Mordfabrik. Er. Wir sollten das gegen ihn verwenden. Mark finden. Nicht Dumets Spiel spielen. Wäre er eingesperrt, könnten wir Mark suchen, ohne ständig über die Schulter schauen zu müssen. Okay, so. Er ist hier drin, ja? Drei unterstrich zwölf. Den Flur lang zu gehen. Und wir schließen vor und hinter ihm die Wände. Fünf und sechs vor geschließen. Dann kann er nicht mehr raus. Steigt fest. Okay. Aber wie willst du ihn dazu bringen, den Flur lang zu gehen? Jemand von uns muss... Nein. Nein. Keine Chance. Das ist zu riskant, Jamie. Ihn rumlaufen zu lassen auch. Das ist sogar noch gefährlicher. Komm schon. Hier gibt es keine zweiten Chancen. Das ist mein Plan. Ich bin der Köder. Wenn du meinst. Aber... Wenn du glaubst, es wird nicht klappen. Hau verdammt nochmal ab. Einverstanden. Oh, wer bekommt... Du könntest den zur Not als Waffe nutzen. Na, ich hätte ihn gebraucht. Mist. Kannst du noch? Ich... Ich... Also... Das ist so offensichtlich, dass du den mitnimmst. Okay, dann... Es ist so offensichtlich, dass du den mitnimmst. Wenn dich der Matt angreift, mach ihn kein... Weil es ist ja... Also das Offensichtliche ist, dass du den mitnimmst, weil er dich ja angreifen wird. Weil du sollst ja der Köder sein. Klar nimmst du ihn mit. Okay. Weil ich tauchte aber hier auf. Ja. Hoffe ich. Gehen wir es an. Hütte dich an den Plan. Äh. Natürlich. Wie kommen wir hier raus? Der zweite Stock ist noch nicht fertig. Halt dich bereit. Du musst es genau teilen, damit du ihn erwischst, nicht mich. Ja, wenn sie drin feststeckt, alleine wäre auch nicht so schlimm. Jetzt oder nie? Ich bin Jamie, ja. Ach, ich bin sie. Erstmal noch ne Münze mitnehmen. Dafür muss immer Zeit sein. Dann nehm ich noch kurz die Münze mit, falls die wieder da liegt. So, sie geht bei mir jetzt wieder an das Ding dran. Ja, ich beeime mich dieses Mal einfach. Ich kann wieder nichts machen. Also du musst das, ich muss wahrscheinlich durch die Camps gucken, bis du fertig bist. Und danach darf es halt einfach nicht einfrieren. Gut, wenn es einfriert, würde ich sagen, zählt es nicht. Ne, ich kann ja auch nichts machen, glaube ich. Dann kann ich da was machen. Ich bin dann stuck. Ne. Ja, ich sehe dich halt die Gänge durchlaufen. Genau. Ich glaube, das soll ich auch. Ja. Wenn ich so die Kameras der Reihe nach durchgehe, dann funktioniert es auch so, wie es soll. Also ich gehe mal eine Kamera weiter, wenn du ins nächste Bild gegangen bist. Ja, ich gehe jetzt einfach nicht wieder zurück, solange es nicht ganz offensichtlich ist. Gehst du in den nächsten Raum, jetzt kommst du hier raus. Also das ist alles, glaube ich, richtig. Genau. So, hier muss ich das machen, dann kommt das mit dem Spiegel, wo ich mich hoffentlich nicht nochmal erschrecke. Glück. Krass. Jetzt schauen wir uns hier vorbei. Sag mal, wenn du wieder auf dem Rückweg bist, jetzt sehe ich dich gerade nicht mehr. Ja, ich bin noch in diesem Zwischenraum. Jetzt gucke ich mich hier vorher einmal kurz um. Genau, hier hinten lag was noch in der Ecke. Was war das? Jetzt habe ich so ein helles Licht wieder. Hast du irgendwas aufgehoben? Ich habe jetzt eine Münze aufgehoben, aber eigentlich danach erst habe ich sie wirklich aufgehoben. Also bei mir ist jetzt alles überbelichtet. Und das ist jetzt wieder weg. Das war gerade auch schon so. So, jetzt gucke ich hier durch, dann läuft er daran vorbei. Das ist nämlich der Bait, da hinten geht die Tür zu und der kommt einfach trotzdem von rechts. Ich glaube, das wird wieder abstürzen. Ich glaube, es wird wieder einfrieren. Ich sehe dich. Noch hier. Da hatte ich durch die Wand. Kann ich da zurückgucken durch die Wand? Nee. Hier ist eine Vorhersehung. Aber das ist ganz schlecht. Eine Vorhersehung für den Dritten, für Mark. Wie, was machst du jetzt? Ich gehe jetzt hier gerade in den Raum, in dem er eben war. Ich sehe ihn. Er ist gerade in einem Labor und moonwalkt ein bisschen. Ich glaube zwar nicht, dass er das machen soll, aber er hat gerade, also er wird dich nicht kriegen. Er hat gerade anders bei dich zu tun. Tanzt ein bisschen. Also theoretisch laufe ich ihm gerade hinterher. Ja, jetzt bin ich hier raus aus dem, jetzt sind die Kameras aus. Ich kann mich momentan wieder nicht bewegen. Vielleicht ist es aber auch gewollt, ich weiß es nicht. Gehen wir mal weiter. Im Zweifelsfall, wenn wir merken, ist es nicht gewollt, dann müssen wir halt entweder neu starten oder. Ich glaube nicht, dass neu starten funktioniert. Ich glaube, dass das hier, jetzt kommt die Kamera automatisch, jetzt sieht er dich. Ja, genau. Jetzt teleportieren sich alle? Alle teleportieren sich? Ich glaube, ich sehe ein Fake-Video. Er verfolgt dich auf jeden Fall sehr langsam. Ich laufe, es passiert automatisch gerade. Du musst mir sagen, wann ich drücken soll, wenn ich einen einzigen Button bekomme. Also wenn ich einen einzigen Button kriege, musst du mir sagen, wann. Nee, wir rennen schön weiter. Ja, du musst mir wirklich sagen, wann. Ja. Ich weiß es noch nicht. Jetzt bin ich gestolpert. Ey, Aaron lebt wieder. Kunran, du bist tot, aber Aaron lebt. Wir haben alles unter Kontrolle, Kunran. Schließ sie! Jetzt? Du hast schließ sie gesagt. Ich vertraue dir. Nein, nein, noch nicht. Hä? Alles gut. Schließ sie, schließ sie verdammt. Jetzt einmal nicht. Ich kenne es doch nicht, Video. Aaron lebt übrigens wieder. Okay. Also die standen gerade neben mir. Ich glaube nicht gefeiert. Aber die war da. Was? Was? Was macht er? Ähm, das ist ein Problem. Die Glarscheibe wird jetzt kommen. Hä, da bin ich ja wieder. Mist! Wo ist Aaron? Oh Gott. Die war doch gerade noch bei mir. Ja, ach so. Er macht eine Tür auf. Wie wäre es, wenn wir da reingehen? Ja, gut. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Hat er aufgemacht. Wo stolpern eigentlich immer alle? Aber wenn die Türen auf und zu gehen, heißt das doch immer noch, dass er in dem Raum ist. Man hätte doch gar nicht weitergehen müssen. Weil wenn, er muss ja gerade in dieser Dingenzentrale sein, um alles zu steuern. Das heißt, laufen bringt ihm doch gerade... Also, es ist Quatsch, die am Ende alle leben zu lassen. Ich bin ganz ehrlich. Die UNO-Reverse-Karte. Schick's zu mir! Ich hab den Schraubenschlüssel. Äh, ja. Soll ich trotzdem zu dir stehen? Aber der Schraubenschlüssel ist das einzige, was wir haben. Du hast ja gar nichts. Also, der Schraubenschlüssel ist das einzige Gerät, was wir besitzen. Du hast ja nichts, um dich zu wehren. Weißt du, was ich meine? Du hast ja nichts. Ja! Ja, aber wenn hast du die Chance mit dem Schraubenschlüssel? Genau! Du hast keine Chance. Nein, nein, nein. Du hast ja keine Chance. Du hast nichts. Ich hab übrigens mich nicht entschieden, ihn zu drücken. Wie, hast du nicht? Also, jetzt kann ich. Ja, drück es. Mach es. Du hast ja... Wir müssen dem geben, den Schraubenschlüssel hat. Tut mir leid, ich muss. Aber ist der Schraubenschlüssel breiter als sie? Nee, jetzt muss ich drücken. Ich will drücken. Ja, mach es, mach es. Tut mir leid. Ich hatte halt irgendwie die Hoffnung, dass du jetzt da vielleicht irgendwas mit in der... Also, ich denke, dass sie den Schraubenschlüssel zwischen Wand und Glas einklemmen muss und sich in den Türrahmen stellt. Weil der Türrahmen ist noch minimal... Ja, oder sie macht einfach nichts. Sie macht einfach gar nichts. Der Schraubenschlüssel! Nicht so, bitte, nicht so, bitte! Ja, okay. Wofür gehen wir ihr denn denn? Ja, das weiß ich auch nicht. Mann. Also... Man versucht es auch nicht mal. Das ist ja ein kvalvoller Tod, aber... Nicht mal versuchen, ob es Sinn ergibt oder nicht. Jamie hat Kate per Knopfdruck getötet. Sie waren sich zwar nicht immer ganz einig, aber Jamies Kaltblütigkeit überrascht mich doch. Wow. Eine nette Melodie, nicht wahr? Aaron, keine Angst. Also Schraubenschlüssel zwischen Wand und Glas halten und selber im Türrahmen stehen bleiben. Und dann... Ja, oder irgendwo beim Mechanismus rechts, wo sich die Tür bewegt hat, dazwischen. Weil sie es, dass sie mein Angebot ausgeschlagen haben. Äh... Kleiner Hinweis gefällig. Also zumindest versuchen, selbst wenn es nichts bringt. Also der Versuch alleine hätte ja schon besser als... Okay, ich gucke, was passiert. Nun gut. Sie kommen schon zurecht. Fahren Sie ruhig fort. Hoffentlich mögen Sie unsere Gespräche. Ich will nicht einschüchtern, sondern helfen. Ich beobachte... Wie hätte man es dann von den beiden retten können? Wie immer. Beobachte. Beobachte. Hätte den Schraubenschlüssel gebraucht. Und der hätte wahrscheinlich was gemacht, weil der andere so doof dafür war. Hey! Ah, wir haben es doch... Hey, sie hat es doch gemacht. Spät, aber immerhin, ja? Wir haben sie ja noch nicht sterben sehen. Also ich habe schon Knochen knacken gehört. Ja! Also in der Szene davor war der Schädel schon gequetscht. Der letzte stirbt übrigens irgendwie an Gas. Kann ich dir jetzt sagen, weil wir sind ja gerade zusammen. Und der Erzähler hat gesagt, ein qualvoller Tod. Wen siehst du gerade? Äh, Mark. Jetzt wieder sie. Jetzt wieder Kate. Okay, ich bleib bei Mark. Oder du hast gesehen, dass Mark da gerade rauskam. Ja, genau. Der war irgendwo draußen. Ach, jetzt habe ich ihn wieder mit seinem Scheiß. Ich muss halt gegen Michael Myers kämpfen. Nein, ihr seid ja zu zweit. Das ist aber egal. Wir kämpfen nie. Wir laufen immer. Die Tür öffnen. Okay, ich muss mich konzentrieren. Wo sind die Knöpfe auf dem Xbox-Pin? Fassen Sie mich nicht an! Jetzt tritt doch noch mal zu. Oh, ich glaube, wir sind da, wo Mark auch ist. Okay. Also ich bin Mark gerade. Das hätten sie ein bisschen anders leben dürfen. Ich habe den Heilstein genommen, Leute. Alles ist besser, wenn man den Heilstein noch kurz vorher nimmt. Ich habe den Heilstein gedrückt, weil das zählt nicht mehr. Ich habe den gedrückt, weil das zählt nicht mehr. Ich habe mich durchgeguckt. Ich habe mich durchgeguckt. Ich glaube, ich brauche hier einen Locker-Save. Ich meine, ich gehe jetzt in den Changing Room. Da sind bestimmt locker. Wehe, das zählt nicht, dass ich diesen Stein genommen habe. Ich habe den Heilstein genommen. Die Katze hat eine Sekunde angefangen und dann abgebrochen. Okay. Das Licht ist öffnen. Heilstein! Die Kraft ist Heilstein! Okay, ich will Zeit. Heilstein! Heilstein! Oh nein. Nintendo hat mich wieder hops genommen mit X und Y. Ist doch alles drin? Ist alles drin? A, B, X, Y, A, B, X, Y. Ganz easy. A, B, X, Y. Ah. Y. Warum wird das in 100 Buttons? Oh. Ui. Ui. Ehering gefunden. Schön, dass du am Looten bist. Nein, nein! Lassen Sie die Finger von mir! Wir gehen fürs Team! Das klang gefährlich. Jamie! Lauf! Bleib bloß weg! 101? Ist leider zu dunkel. Ich glaube, da gibt es die Finger, aber ich weiß es nicht. Ich wurde beschissen. Ich wurde beschissen. Das Spiel hat mich beschissen. Bewege dich, Kate! Steh auf! Ich. Kann ich. Kann ich, gibt es nicht. Er kommt jetzt los! Lauf! Konrad, kannst du mal dazukommen? Ich habe hier in 20 Minuten Bosskampf. Was machst du eigentlich? Ich bin gerade runtergefallen. Ich habe übrigens schon echt oft mein Glück rausgefallen und oft verkackt. Also, ich glaube, beim nächsten Mal bin ich tot. Ich sollte schon lange tot sein müssen. Ja, aber kann... Vielleicht muss ich was... Meinst du, ich muss was triggern? Kann sie auf jeden Fall versuchen zu beeilen, ja? Also... Ach, Mann! Okay, ich glaube... Erstmal ist er weg. Das ist schlecht, dann kann er jetzt zu mir kommen. Hör auf mit dem Mist! Was hast du vor? Er hat zumindest kein Messer mehr. Ich habe ihn entwaffnet. Schon mal gut. Ich musste Y-Spam. Und direkt nach dem Y-Spam kam ein X-Quicktime-Event. Und da ich noch am Y-Spam war, habe ich es verkackt. Okay. Geht nur hier durch. Ähm, ja, okay. Ich habe angeblich wieder eine Kamera. Oh, ich bin im Labyrinth. Nur von welcher Seite gucke ich drauf? War klar, dass hier eine Münze liegt. Von welcher Seite? Letztlich drauf. Also, aus welcher Himmelsrichtung gucke ich wirklich drauf? Ja, das ist ein Ausgang. Das ist kein Auge. Das Problem ist, ich kann nicht eindeutig sagen, wo ich an diesem Ding stehe, wenn ich da drauf gucke. Was ist denn da drin? Da gibt, das sagt für mich, keiner dieser Wege sieht so aus. Das ist das Ding. Mein Herz! Und ich habe durch eine Wand da hingekommen. Bin ich da? Da bin ich. Zwei Ausgänge potenziell, an die ich gehen kann. Oh nein. Der ist näher dran. Den wollen wir dann aber nicht. Warum? Das ist ekelhaft. Das ist ekelhaft. Eins. Das hier ist eine neue Falle. Ja, ich habe hier auch zwei Arten von Pfeilen. Äh, zwei Arten von Wegen. Oh shit. Warte. Na, hier komme ich nicht nach. Freut mich. Charlie hat auch eins bekommen, aber er hat es wahrscheinlich noch nicht mal aufgeschlagen. Ich habe mir das Ende bei mir nicht gemerkt. Drei Knöpfe. Das Ding haben wir gesehen. Was hast du bei dir? Achso, das darfst du ja nicht wissen. Ja, also ich kann, ich sage so, ich werde dir nicht zur Hilfe kommen. So viel kann ich dir verraten. Ach, da fällt man runter. Okay, gut. Okay, dann muss ich mich im Labyrinth noch weiter umschauen. Ja, komm. Ich werde mal den Knopf drücken, um zu sehen, was passiert. Also auch wenn ich glaube, dass gar nichts passiert, aber... Vielleicht kriegen wir es zum Laufen. Ja, ja. Ja, ja. muss ich jetzt wirklich das labyrinth random durchsuchen um einen schalter zu finden kann mir gar nicht vorstellen irgendwie wofür habe ich mir denn dann den ganzen kack weh gemerkt sozusagen ich bin auch nicht weitergekommen du kommst ja scheinbar nicht so richtig also ich bin in einem labyrinth ich habe den weg durch das labyrinth gefunden weil ich mir den gemerkt habe jetzt kann ich aber nicht weiter weil mit zwei schalter fehlen aber ich habe keine ahnung wo diese schalter sind ich könnte jetzt einfach im labyrinth versucht das komplett zu durchsuchen aber das kann ich mir nicht vorstellen dass wir so ein keine ahnung ist es wirkt für mich nicht so geil durchdacht weil das ist einfach nur aber die liegen es ist eine münze also wenn die schalter wirklich in dem labyrinth versteckt sind dann würde ich das so finden ganzen feine hast du was gefunden wegen bonus in hand also ich habe eine münze gerade aufgehoben und habe mir noch was angeguckt nein also die ich habe hier alles abgesucht war überall muss dahinten sein die kabel gehen zum stromschalter strom geht nicht an weil keine schalter ich verstehe es nicht ganz so will ich da lang muss also was hier aber wenn es wer weiß im chat kann das gerne spoilern also ich will nicht nur mal das labyrinth durchlaufen nur um irgendwo was leuchtendes in der letzten dunklen ecke zu sehen und glück zu haben muss ich dich doch daraus holen was kannst du denn machen ich brauche halt meine stromschalter ich sage ich bin du verrät mir auch gerade was ich bin draußen unterwegs ich komme versuch grad zum leuchtturm zu kommen kabel folgen bringt mich oben zu diesem ding und da sagt er mir kein strom also kabel folgen bringt mir nichts ich brauche die hebel hier die kabel gehen hier hoch und gehen dann hier rein so und hier habe ich keinen strom bewegt dich da bitte schnell ich wusste dass der schalter direkt am man muss gar nicht suchen in dem spiel es ist wirklich immer da es ist nicht so dass es ist linear ich werde durchs ganze labyrinth gejuckelt dafür vor allem warum ist der schalter überhaupt nicht drin jetzt muss ich nur noch die richtige reihenfolge der knöpfe rausfinden immer mitte links rechts im fenster mitte links rechts immer es ist immer mitte links rechts bei mir passiert gerade alles automatisch also du moment war die nicht gerade nach oben ich bin weitergekommen kuno wie ist bei dir ja mein charakter ist dann hat er mehrere schritte auf einmal gemacht also wahrscheinlich kuno was war mit der bar ich bin an einer bar also nicht irgendwann mal ein bar man oder so ja der stand eine ganze zeit hinter der bar und da stehe ich jetzt oh nein ich habe einen fehler gemacht ich habe einen fehler gemacht ich hab mich gesagt er hat keine messe ich muss ganz kurz den mann Oh nein, ich wusste nicht, dass du in der Katze ihn bist. Ich war gerade in der Herzschlag-Ding drin. Du denkst, da läuft ein Timer ab. Ja. Bist du ready? Ja, ich muss ja eh bereit auch drücken. Ja, ich bin bereit. Fäng nicht an, ja? Mich hat er nicht gefunden. Herzschlag war easy. Obwohl ich noch nie Y drücken musste. Ich auch nicht. Das kam aber am Anfang. Ja. Hast du geklappt? Weiß ich noch nicht. Also ich bin doch dabei. Ja, aber das hat das Pause-Ein-Hachteil gehabt. Ja, den habe ich getroffen. Bleibt da noch drin. Ich habe noch nicht mehr einen Bein. Geh nicht raus. You had two victims discovered with head switched. War der Killer gerade? Nein! Ich wollte gerade was aufheben. Ich habe nichts gemacht. Das wäre es gewesen. Eine Sekunde hätte ich mehr gebraucht, dann hätte ich überlebt, glaube ich. Warum kamen die Katzen überhaupt? Nein. Nein, das lag nicht an Kun dran. Nein, in dem Moment habe ich eigentlich nichts gemacht, als du das meintest. Wahrscheinlich, weil der Killer aber bei dir... Oh ja, das Ding, ich hätte es wirklich aufheben können. Der Killer ist bei mir jetzt. Das war mir auch schon klar, dass er dabei ist. Jetzt habe ich nur das Item nicht, was ich benötige. Ich habe schon mal gelockert, damit er sie einfach annehmen kann. Ich hasse es, mich mit ihm umzugucken. Jeder nötige Axt-Typ ist ein guter Axt-Typ. Und jetzt rennen wir. Die Tür! Los! Hey, geil. Tom. Tom, wo bist du? Es ist relativ wichtig jetzt, damit du nicht alleine überlebst. In der Nähe vom Leuchtschirm. Hier kommt... Oh, Johnny. Komm, hier, gucken wir es uns an, was hier ist. Bitte, bitte tun Sie das nicht! Aber mir passiert gerade wieder einfach relativ viel. Gut. 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 Moment, das Spiel sagt mir, dass das wirklich dümmet ist. Ich darf mich wieder bewegen. Ist da noch was? Noch so eine Tür. Ich dachte, wenn wir erst mal draußen wären. Hörst du das? Da ist irgendwas. Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich mich für die falsche Location entschieden. Ich muss vor dem Killer-Grad abhauen. Okay. Und ich habe ganz viele Möglichkeiten. Wenn du sowohl auch Kameras hat, könntest du mir bitte nicht noch mehr Angst einjagen. Ich habe den Controller gerade weg. Verdammt. Nein. Das hätte nur funktioniert, wenn der Alter am Leben gewesen wäre. Ich würde Charles Linkers Eye geben, um jetzt in Topeka zu sein. Geschafft. Obwohl, wir könnten... Aber vielleicht hätte diese eine Sekunde Unterschied was gewissen. Ach so, ich habe noch eine Musikkarte gefunden. Guck mal, dass wir die Hand nicht gefunden. Ja, ich habe eine Leiche gefunden. Ich bin auch nur für die Leiche hier reingegangen. Hallo. Das da wäre noch ganz cool. Ja. Sie funktioniert noch. Vielen Dank. Ja, schade. Was denn? Ach, ich hab ne... Der Killer wollte es so zurechtschneiden, dass Charlie uns töten wollte. Das hab ich auch schon... Das hab ich schon gehört. Was ist das ein Ton dann? Ja. In der Autopsie da? Also in so einem Arztraum? Nee, nee. Bist du wieder im Haus? Nein, nein. Okay. Brauch ich die Lampe nicht. Ich bin wieder im Haus. Oder in einem anderen Haus. Hörst du das? Was? Klingt... Hund befreien immer. Hunde sind immer gut. Hund. Immer Hund. Ich hoffe ja nicht, dass ich gefordert hab, dass der Hund mir hilft. Mark und Jennifer Edwards. Auf jeden Fall den Hund retten. Das ist ein... Das ist von Sandai Namco. Sie würden das niemals tun. Das ist der Hund ist safe. Der gewinnt das. Ich dachte, ich sollte die nicht mehr. Ich dachte, ich sollte die nicht mehr. Ich könnte... Als ob das sein Hund ist. Das ist nicht sein. Und dafür ist er doch viel zu aggro. Was? Nein. Noch was. Achso, sie will den... Der wird den Hund auch nicht. Nein! Nein! Alter! Achso, sie will den Hund. Achso, sie will den Hund. Wie viel bin ich denn jetzt? Ach, der war am Weg. Versteck dich! Du bist wahrscheinlich wieder irgendwo weiter, weil jetzt läuft glaube ich bei mir wieder... Ja, immer noch Bosskampf seiner Stunde. Und wir haben immer Chancen zu gewinnen, aber dann rennen wir immer weg. Immer wenn wir Vorteile haben, hauen wir ab. Die Kalle masuk in. 恐 hin. Was? Ja? Ja... Das war's. Ja. Wir sind initially da... Wo bist du? Ich bin am Leuchtturm. Ja. Oh nein. Da bist du ja. Oh nein. Das überrascht mich. Du kannst also auch wirklich sein. Du bist ein egoistisches Monster. Warst es immer schon. Was zum Teufel ist das? Meine Katze mutt es gibt. Wahrscheinlich weil du da bist. Ach komm. Ich gucke auf eine Tür. Musst du was machen? Weiß ich noch nicht. Ich glaube ich warte mal. Ich kann gerade nichts tun. Abgelenkt. Nein. Vor allem. Niemand würde in der Situation zur Tür gucken und sagen. Okay. Du bist. Schön dass du wieder da bist. Moment. Stopp. Du weißt dass er eine Axt hat. Geh bitte weit. Genau. Ich habe übrigens den Leuchtturm angemacht. Das war gut glaube ich. Jetzt sind wir sogar drei gegen einen. Die Axt hatte bis eben ich. Mit der Axt hat er mich schon versucht zu töten. Aber eben hatte ich die Axt. Bestimmt jetzt noch ein paar Quicktime Events oder? Also meistens ist es ein Horrorfilm. Wenn die Polizei mal relativ früh kommt. Die Polizei kommt an und stirbt. Ist so. Ja aber relativ. Vor allem der ist auch nur alleine. Der wird jetzt ankommen. Hey haben sie den Leuchtturm angemacht. Obwohl der gar nicht an sein sollte. Äh. Tot. Den kennen wir auch. Das ist Salim. Was zur Hölle? Da ist er bestimmt bei oder? Das hätte sein können dass er da liegt. Handflächen nach vorne. Hände hoch. Er war das. Hä? Er war das. Da liegt er doch. Oh Gott sei Dank wir haben ihn getötet. Wie ist er hier hingekommen? Ich habe keine Ahnung. Aber er war es. Zum Glück sind sie hier. Sie müssen uns helfen. Bis ich weiß was hier los ist. Ja. Rührt sich niemand. Wirklich jetzt. Wirklich jetzt. Ich habe so ein Follow aus dem Hintergrund. Die Polizei stirbt. Ja. Und er löst sich einen Schuss. Und wer trifft er? Heilige Scheiße. Aber die Waffe liegt da. Nein. Oh nein. Oh nein. Noch eine. Was nehmen wir lieber? Pistole oder das andere? Das ist noch ein Bord. Weil ich habe das Gefühl er ist vielleicht. Keine Ahnung. Halbpuppe oder so. Ich habe keine Ahnung. Weil der hat zwei Sachen gedroppt. Ich gehe aber jetzt für die Waffe. Weil wir die Wahl haben. Mal kämpfen. Nicht immer nur rennen. Oder vielleicht du darfst auch noch. Ich habe gesagt, stopp. Lucky. Jan, nimm es. Oh, war das knapp. Nimm das Deo. Oder was? Pfefferspray vielleicht. Können wir es noch anzünden? Na los. Nein, nein, nein. Hier lang. Mein Arm. Könnte gehen. Den habe ich übrigens gefunden, den Schlüssel. Nein. Funktioniert nicht. Das Starterseil. Da. Ja. Mit der Geschwindigkeit bestimmt nicht. Ja, den müssen wir retten. Du kennst den? Ja. Conny war auch schon bei mir. Eine von uns wollte Conny töten. Ich hätte ihn mit dem Stein abwerfen können. Könntest du mal fester dran ziehen? Das ist aber ein cooler Jason-Moment. Denk dran, Jason hat zwar auch Angst vor Wasser, aber schwimmt von Crystal Lake nach Manhattan. Der könnte noch unter uns sein. Da muss noch was kommen. Der schwimmt schneller als er läuft. Geschafft. Wir kommen hier weg. Okay, wir sterben noch. Da kommt er jetzt so mit der Hand raus. Bam. Deswegen schon Jason-Moment. Cool gemacht. Also sehr, sehr geil. Ich mag die Zeit. Vor allem, wohin er? Der kann schwimmen, der kann schwimmen. Und jetzt alle drauf. Und jetzt zack, alle. Ich greife weiter an. Ich springe nicht. Ich verlasse mich aufs Team. Team. Okay, Team. Team. Nein, der Hund hat es gezeigt. Weil der Hund... Ach, Mist. Das Wasser wäre gut gewesen. Aber ich habe mich aufs Team verlassen. Wenn du die Möglichkeit hast, zu springen, solltest du es tun. Im Kampf. Wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, ins Wasser zu kommen. Ja. Ja. Ich glaube, ich einfach. Wo ist das Team? Was macht sie? Ich gehe fürs Team. Alle oder keiner. Jetzt sind eh schon alle tot. Ich hätte springen können. Hallo, ich habe es geschafft. Ich bin nochmal da. Ich gehe wieder fürs Team. Was muss ich machen? Ich kann... Ja, ich werde wahrscheinlich sterben, weil ich habe keine Anzeige. Ja, ich sterbe jetzt. Ich habe einen Ladebalken. Wir sind nicht tot. Nee, alles gut. Ich habe wirklich einen Ladebalken. Ich habe den Bug, den du hattest, glaube ich. Was passiert gerade, Kunran? Also, ich habe ihm jetzt gerade den Anker reingeworfen. Kannst du Pause drücken und neu laden? Ja. Ich habe den unendlichen Ladebalken gehabt. Zum Glück sind sie hier. Sie müssen uns helfen. Bis ich weiß, was hier los ist, rührt sich niemand. Nein, 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 nein. Hatte ich denn wenigstens schon gesagt, da ist ein anderes Boot? Weil ich kann jetzt sagen, lass uns laufen. Okay, ja. Das ist auf die Szene, habe ich gesagt. Ja, und jetzt kannst du... Ja, ja, dann darf ich laufen. Aber nicht, wenn wir nicht wissen, dass da ein Boot ist. Ist eigentlich egal, was du sagst. Na, du hast das Ding halt nicht mit. Ja, aber ich hätte mich trotzdem dafür entscheiden können. Ja, aber dann hätten wir Plus oder Minus bekommen auf Du hast nicht auf mich gehört. Das stimmt. Na los. Hier lang. Könnte gehen. Was heißt, du rettest jetzt trotzdem quasi die Erste hier, oder? Als Trade. Ja. Als Trade, dass wir den einen sterben lassen, der überlebt hätte. Ja. Also, wir gehen davon aus. Ja, das Spray war ja richtig. Also, das Spray ist ja der Gegenstand dafür. Also, ich schaffe es ja auch durch das Quicktime, schaffe ich dasselbe. Also, durch das X-Pam habe ich dasselbe Ergebnis. Also, bei mir war eigentlich am Ende dasselbe Finale. Ja, ja, also das Spray muss ja sein Gegenstand sein, weil den kriegst du nur da. Ich hatte die mal zu sagen, nimm es nicht. Du hättest drauf hören können. Also, wir hätten den überleben lassen, wenn wir das Spray aufgehoben haben. Ja. Da wir das Spray aber nicht benutzen dürfen, weil wir sonst nicht weiterkommen, dann rette ich jetzt die andere. Genau. Wir lassen ihn jetzt einfach ganz stumm sterben. Wir lassen ihn in die Axt drücken. Du springst mit ihr runter. Ich springe mit beiden anderen runter. Aber trotzdem drücke ich ihn mit Schraubenzieher dann noch rein. Für Punkt. Ja. Und dann hoffen wir, dass das Ende wenigstens funktioniert. Schade, Marc hätt ich echt gerne durchgebracht, so. Haben wir am Anfang gesagt. Haben wir theoretisch? Ja, ich weiß nicht, ob wir es geschafft haben. Doch, das wäre hier. Das wäre Ende gewesen, glaube ich. Ja, aber er steht am Ende auf dem Boot, bevor sie da reinkrachten. Ich habe ein Quick-Time-Event, das schaffe ich. Und ich weiß nicht, springt er dann? Ja, aber musst du ja, dafür ist das Sprayer darf. Du hast ja keine andere Wahl. Das ist ja deine Cut-Szene. Ich helfe dir ja sogar. Also, wenn mein Schaden dir hilft, wahrscheinlich nur. Vielleicht auch nur, wenn ich den Schraubenzieher benutze, damit er geschwächt ist. Weil ich stecke ihm den ja in die Schulter. Ja. Siehst du, er kriegt ja jetzt Schaden. Wenn überhaupt, wenn er Schaden bekommt. Du musst ihn jetzt schon sterben lassen. Ja, ich mache keine Quick-Termin. Also, das hier mache ich, das ist egal. Er muss mich ja eh in die Axt reindrücken. Genau, da darf ich auch noch gegen ankämpfen, weil da passiert eh nichts. Da passiert bei beiden das Gleiche. So, und ab jetzt darf ich nichts mehr machen. Ist er bei dir jetzt auch gestorben oder nicht? Ach, das packt trotzdem weiter. Okay, dann kommen wir leider hin. Glaube ich. Warum? Bei mir ist er tot wieder. Wie konntest du das denn überleben bei dir? Ne, ich, also ich, das Quick-Time triggert trotzdem ja dann noch. Ich bin jetzt tot, ja? Er drückt dich in die Axt. Und jetzt fährt er gegen das Boot. Ja, ich bin im Wasser, ich überlebe bestimmt. Soweit kamen wir gerade noch nicht. Hier kann man cutten, selbst wenn es nicht funktioniert, das Ende. Credits. Vorbei Season 1. Guck mal, Marc lebt bestimmt jetzt mit Marc sich die Maske und macht weiter. Aber das ist jetzt, wenn wir. Also wenn sie dieses auch nicht zum Lächeln bringen, dann weiß ich auch nicht. Nach der Pause spielen wir einige ihrer Classic Rock Favoriten ohne Unterbrechen. Keine verdammte Werbung. Also das ist der Dumas. Nicht wahr, das war eigentlich klar. Ich sah auf und da standen sie mitten auf der verdammten Straße. Wedelten wild mit den Armen wie so ein Haufen Verrückter. Und wo kommen sie her? Ah, Fort Wayne. Bin seit drei Uhr morgens unterwegs. Frühschicht? Naja, ich wollte um acht Uhr im Hafen sein. Ja. Das schaffe ich wohl jetzt nicht mehr, oder? Wahrscheinlich. Ein glückliches Ende. Genau, dadurch, dass der Hund überlebt hat, haben wir das Happier-Ending bekommen. Das ist halt... Das ist also nicht das schlechte Ende, weil der Hund überlebt hat. Das ist nur die Frage, was mit der Katze passiert ist. Also es hätten auf jeden Fall alle überleben können. Die erste war eine Fehlentscheidung mit dem Glauben und Nicht-Glauben. Das mit dem Feuer, dass er den Kunden an der Hand gehabt hat, dass er auf jeden Fall überleben soll. Marc hätte überlebt und das waren alle. Oder nicht? Oder vergesse ich wen? Ja. Ja, eben. Das waren ja alle. Dafür wäre theoretisch ja die eine von dir gestorben im ersten Versuch. Ja gut, aber da ging es davon aus, dass das Team zusammen angreift. Also man weiß ja immer, an welcher Entscheidung es hätten alle überleben können. Ja. Drei von sechs wären es jetzt. Ja, nein. Zwei von sechs wären es gewesen. Wer hat Marc anstatt... Neh, mit Hund. Drei. Ja. Deswegen auch sechs. Das Ende. Ja, jetzt kommt er in die DBD-Welt. Jetzt holt der Antitus ihn. Boah, wäre das ein geiles Crossover. Wenn das die Lore wäre. Wenn der jetzt erst gekommen wäre mit dem Dingens. Worte für unser Filmteam. Leider haben sie einige Seelen verloren. Nun, Ruhe in Frieden. Marc. Kameramann bis zum Schluss. Sein Studio in Brooklyn steht nun leer, falls jemand interessiert ist. Charlie. Ich fürchte, es wird nun doch keinen Auftrag für einen zweiten Teil geben. Und Aaron. Die Neue im Team hat alle mit ihrem Mut überrascht. Doch jetzt ist sie wohl im großen Tonstudio im Himmel. Was ist mit den Überlebenden? Hat sie diese Erfahrung verändert? Kates Geheimnis. Sie war traumatisiert von etwas, das vor langer Zeit geschah. Aber sie hat sich dem gestellt, was sie am allermeisten fürchtete und hat überlebt. Und Jamie weiß jetzt, dass sie anderen vertrauen und mit ihnen arbeiten muss. Um den Papierkram kümmere ich mich morgen. Sie finden selbst nach draußen? Es war, wie immer, erhellend. Wir sehen uns sicherlich wieder. Nun, bis dahin. Damit haben sie ja indirekt eine Fortsetzung an können. Ja, also rein vom Spiel her, auch vom Verhältnis Gruselfaktor und basierend auf, also und so weiter, er ist der beste Teil. Das ist deutlich am gruseligsten. Ja, also fand ich, die Bugs hatten wir leider in allen Teilen gehabt. Manche am Start, manche wurden ja gesoftlockt. Hat einfach überlebt. So, also muss ich sagen, fand ich mit Abstand der beste Teil. Die Abfalle der Ereignisse ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Wir können jedoch bestätigen, dass gegen kurz nach halb acht ein LKW-Fahrer angehalten wurde, um Hilfe zu leisten. Kurze Zeit später war auch die Polizei vor Ort. Die überlebenden Personen sind Teil eines Filmteams, Larnet Entertainment, das Team hinter der Doku-Serie Architects of Murder. Anscheinend sind zu ihrem Stoff tatsächlich etwas zu nahe gekommen und wurden leider selbst zum Opfer. Zumindest hat ihr Albtraum jetzt ein Ende. Heilige Scheiße! Erinnert ihr euch noch an mein Video? Wie könnten wir? Du erwähnst das doch bei jeder Gelegenheit. Was? Ja, ich hab so viele Klicks. Ich hab was gewonnen. Jetzt sag schon. Einen All-Inclusive-Aufenthalt für fünf Personen auf einer Insel. Jetzt bin ich ganz ohr. Ja, Mr. Demet meint, sie werden sogar eine Limo schicken. Das wird ein Riesenspaß. Wann sehr cool. Ich glaube, das hätte ich das verhindern können? Mit der Kamera? Ich glaube, das ist einfach, glaube ich, das Ende-Ende. War das geil! Das war richtig nice. Das war richtig nice. Untertitelung des ZDF, 2020